Musik 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 So dele, da sind wir wieder zurück bei Haus an Haus. Team Rocket Beans gegen Team Gamestar. Es ist tiefe Nacht oder schon früher morgen. Die Grenzen sind fließend. Jedenfalls befinden wir uns um 4.20 Uhr. Ich runde jetzt mal großzügig auf, weil mir die Uhrzeit einfach so gut gefällt. Und befinden uns mitten im heißen Fight. Gerade war noch Escape Academy auf dem Plan, dass Team Rocket Beans für sich entscheiden konnte. Doch recht eindeutig, ja. Da sehen wir die beiden Häuser. Bei Team Rocket Beans zurzeit. Ja, Nina nicht dabei, ruht sich ein bisschen aus. Spart Kräfte, Sammelt Kräfte für die späteren Stunden. Team Gamestar noch in voller Stärke. Thronen sie auf den von euch, fantastischer Community, spielten Sitzgelegenheiten. Und sind alle natürlich ganz gespannt, was sich jetzt gleich ergeben wird in der nächsten Runde. Der aktuelle Punktestand 30 zu 6. Aber das kann sich ganz flugs ändern natürlich, wenn hier gleich die nächste Disziplin ausgeräumt wird. Denn jedes Spiel gibt ja bekanntlich immer mehr Punkte. Also insofern kann sich das ganz schnell wenden. Aber deswegen kommen wir auch ganz schnell zu unserem nächsten Spiel. Es handelt sich wieder um eine Speedrun-Kategorie. Wir hätten damit rechnen können. Aber was sich hinter der nächsten Speedrun-Runde verbirgt, das schauen wir uns jetzt an. Das Spiel mag schon ein paar Jahre alt sein, aber neue Inhalte von Usern halten es frisch. Ein Mensch namens Metroid Mike 64 hat just diesen Sommer ein Spiel im Spiel veröffentlicht, an dem er mehrere Jahre lang gearbeitet hat. Und das merkt man. Was hier auf 8 Welten verteilt wurde, ist ein wirklich schönes Jump'n'Run mit abwechslungsreichen, spaßigen und kreativen Leveln. Unsere zwei Häuser-Teams treten hier jeweils in Duos aus Mario und Luigi gegeneinander an. Nach Ablauf eines Zeitlimits schauen wir, welches Team in welcher Welt angekommen ist. Sind beide Teams im gleichen Level, wird so lange weitergespielt, bis ein Team die Welt gelöst hat. Es müssen übrigens nicht alle Level einer Welt gespielt werden. Mario Maker 2. Was ein Zufall, Matthias. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber jetzt wissen wir, warum ich hier sitze, glaube ich. Ja, liebe Teams, Mario Maker 2, schön ein bisschen Jump'n'Run um die frühen Morgenstunden. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Bock? Danke. Ich sehe die Emotionen überwältigend. Ey, Maurice, hast du Bock oder nicht? Ja, voll. Siehste. Ist das ein Maurice-Game? Guck mal, da gibt's Pilze. Nee, ich glaube, es ist ein Julius-Game. Keine Atompilze, aber Pilze. Das Schöne ist ja, dass ja zwei jeweils von eurem Team parallel spielen. Mario und Luigi, zwei Leute jeweils am Pet pro Team. Aber ihr dürft so viel rumwechseln, wie ihr möchtet. Okay. Ganz kurz noch mal, wir müssen einfach Level für Level und so schnell wie möglich und wir gucken am Ende, wer weiter ist. Im Grunde ja. Wir haben eine wunderbare Welt vor euch rausgesucht. Das war ja gerade schon die Frage. Können wir noch mal drauf gucken? Genau, wir schauen auf die Siegbedingungen. Danke für die Vorlage, Sarah. Gerne. War Absicht. Es gibt diverse Level, die zusammengefasst wurden vom User MetroidMike64. Guter Name. Und da gibt es verschiedene Welten. Also eine Welt besteht immer aus mehreren Leveln. Und es wird geschaut, nach einem Ablauf des Zeitlimits, in welcher Welt ihr euch befindet. Wer in der höheren Welt ist, gewinnt. Es geht nicht um die Levelanzahl. Also schaut, dass ihr die schnellsten Wege durch die Welten bekommt. Es gibt nämlich auch optionale Level. Die sollten euch nicht so interessieren. Und dann schauen wir, wer am Ende in der höheren Welt ist. Falls ihr in der gleichen Welt seid, spielen wir so lange weiter, bis einer zuerst die Welt abgeschlossen hat. Ist das angekommen? Ja. Oder ist das jetzt so eine ultra-arschige, schwere Variante, die man eigentlich nicht schaffen kann? Ja, so ein Kaizo-Din. Nein, es ist kein Kaizo. Wir wollen ja schon, also ich spiele ja nicht mit. Insofern wollen wir schon gucken, dass ihr das irgendwie hinkriegt. Oh wow. Wir geben sonst immer dir den Controller, wenn sowas passiert. Ja, und das könnte euch jetzt zum Verhängnis werden. Also Team GameStar, eure Chance aufzuholen. Frage, was passiert bei Game Over? Nicht, dass wir das planen oder so. Ich glaube, das hat in Super Mario Maker 2 leider keine großen Konsequenzen. Leider Gott sei Dank. Leider. Okay. Matthias ist dann vielleicht ein bisschen persönlich von euch enttäuscht. Das könnte natürlich im Bereich des Müll. Aber es gibt dann nicht so eine direkte Konsequenz. Meine Schmerzensschreie werdet ihr Gott sei Dank nicht in den Studios hören können. Also begebt euch doch schon mal auf das erste Level in der ersten Welt. Aber noch nicht starten. Ihr geht nur auf die Oberwelt, auf das erste Level. Uns wurde gesagt, wir sollen nichts drücken ab jetzt. Gerade. Das klingt doch schon mal gut. Wir sind jetzt auf der Oberwelt. Wie viel Zeit haben wir denn? 50 Minuten. 50 Minuten. Kannst du schon nach unten gehen? Erst nach unten und dann nach rechts. Ja, da werden schon die Routen ausgelotet. Ihr seht also beide Teams hoffentlich jetzt die Oberwelt. Was müssen wir denn jetzt tun? Wenn ihr auf dem ersten Level seid, da startet ihr gleich, wenn wir euch einen Countdown gegeben haben. Ist das schon das erste Level? Ist das das erste Level? Wir wissen es nicht. Ich gehe mal schwer davon aus, dass ihr auf der Oberwelt seid. Das erste Level ist das erste Level. Nein, nein, es geht noch nicht los. Ich gebe euch einen Countdown. Ich kann auch pausieren. Eine Frage, wie ist denn die Massage eigentlich? Wer hat denn das Level gestartet? Auf die Oberwelt. Das ist einfach nur. Okay, wir starten mit beiden Teams jetzt bitte einmal das erste Level und drücken bitte direkt Pause. Ihr könnt doch unsere Game Screens sehen. Zurzeit nicht. Aber wir kriegen das hin. Wir schaffen das, Leute. 4 und 24 und wir kriegen das hin, dass wir das erste Level starten und ihr drückt sofort auf Pause. Das erste Level starten und dann sofort auf Pause drücken. Das sollen wir jetzt tun, ja? Ja, bitte. Das erste Level starten. Ich drücke jetzt A. Und dann sofort auf Pause. Sobald das Level startet, auf Pause drücken. Da passiert schon was. Und Pause. Moment. Pause. Das klingt gut. Das klingt gut. Das klingt sehr lange. Es lädt sehr lange. Hat das wieder mit dem Internet zu tun? Ey, aber dann hab ich noch eine Frage. Wie sind denn die Sitzkissen? Machen die auch Spaß? Die sind geil. Okay. Wo geht's denn in die nächste Welt? Ist das Toad House oder was? Ja, wir gehen das doch linear durch. Ich glaub, man kann sich da nicht verlaufen. Doch. Das Toad House ist optional. Das braucht ihr euch nicht interessiert. Hallo. Wir müssen so schnell wie möglich weiter. Also unser erstes Level heißt Galumba Garden. Ja, und das auch. Ausgezeichnet. Dann seid ihr doch alle in dem gleichen Level. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? In den Leveln werdet ihr das schon rauskriegen. Nein, aber auf der Oberwelt ist kein Schloss oder irgendwas. Das ist ein Bossschloss. Doch, da müsste ein Bossschloss sein. Das sind die meisten Welten. Ein Bossschloss? Ihr werdet es schon finden. Wir müssen ja nicht alle Level machen, um zum Ring zu kommen. Es gibt ein letztes Level. Klassischer Mario-Weltaufbau. Da ist der Boss drin. Danach scheidet sich die nächste Welt frei. Ich hab da vollstes Vertrauen in eure Fähigkeiten. Absolut. Ich nicht. Ich geb euch jetzt einen Countdown. Wenn ihr bereit seid. Gut. Dann geht es los in drei, zwei, eins. Go. Go. Und los geht's. Los geht's. Das ist so kompliziert. Das hätt ich auch nicht erwartet. Ich mein, jetzt läuft's. Aber genau, lieber die Schwierigkeiten davor, als dann gleich in den Leveln. Ab jetzt kommt da vielleicht der einfache Teil. Aber wenn's jetzt einmal läuft, wenn die einmal drin sind, das ist ja Mario. Wer hat noch nicht Mario gespielt? Da, das ist wahr. Meine Mutter vielleicht, aber gut. Deswegen sitzt die ja auch nicht. Oh, eine Besonderheit haben wir dem Team jetzt noch nicht erklärt. Wenn einer von den beiden stirbt, ist noch nicht direkt Game Over, ist noch kein Leben verloren. Er kommt quasi wieder. Wir sehen's jetzt bei Team Game Star und er hat die wieder gerettet. Das ist natürlich der Vorurteil, wenn man zu zweit spielt. Aber es sieht eigentlich bei beiden Teams sehr sugeriert aus. Ja, ja. Wobei Team RBTV bereits einen Checkpoint geschafft hat. Ja, die sind auch schon unterirdisch, ne? Da in die Röhrchen. Das sind noch kleinere Probleme mit der Steuerung. Ja. Ja, das Rennen hat Team Game Star noch nicht ganz entdeckt. Y-Taste gedrückt halt. Ja, genau. Beide natürlich immer noch im ersten Level. Ist noch alles heiß. Ist noch alles drin hier. Ist noch alles drin. Ich mein, wir haben jetzt gerade mal eine Minute von 50. Ja, aber ich dachte, ich sag's trotzdem. Ich betone's besser nochmal. Das erste Level ist abgeschlossen bei Team RBTV. Mal kurz zur Rekapitulation bei Team RBTV spielen, wie wir hier auch sehen. Jutta und Sarah im Team Game Star, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Jules und Micha Obermeier. Aber auch da sehen wir jetzt auch mal die Oberwelt. Oh ja, das ist in der Tat, äh, verschachtelt. Das ist richtig. Oh, gerade 575 Leute in diesem Level, was Team RBTV jetzt startet. Ah ja. Spannend, solche Statistiken auch immer zu sehen. Scheint eine beliebte Welt zu sein. Ja, aber ist doch egal, oder? Das Fungus-Feelz. Was ist denn bei Game Over? Da müssen wir das Level nochmal machen. Oh, Fungus. Ich versteh bis heute nicht, wie das Fun in Fungus geraten ist. Kein Pilz-Fan. Ähm, naja, eigentlich schon. Aber ich seh mich zur Zeit mit spielerischen Herausforderungen konfrontiert und im Spiel Control, die mich mit einem Fungus auseinandersetzen lassen. Das ist ein sehr anstrengendes Level. So, Team Game Star. Auch das erste, wir bleiben geschlossen. Das geht hier, Schlag auf Schlag. Ja, aber das ist gerade so. Pass auf. Ich bin jetzt schon... Ja, man muss auch gucken, Team... So, okay. Einfach weiter, wir haben jetzt keine Zeit. Wo ist denn Kack-Schloss? Ich seh da keins. Ja, aber du hast doch alles. Du bist doch groß und hast groß. Ja, die Kommentare stellen wir jetzt gleich mal aus. Wenn uns Team Game Star einmal hören könnte. Ja. Hallo Team Game Star. Wenn ihr im Level seid, drückt einmal kurz bitte die Pause-Taste. Ach so, sorry, sorry, sorry. Und schaltet dann die Kommentare aus. Das hat Team RBTV eben auch schon gemacht. Genau, da unten ist der Haken. Kommentare an, aus, die einmal ausschalten. So, dann ist es auch viel schöner, zuzuschauen. Viel Erfolg euch. Danke. Wieder ein klassisches Mario Brothers. Aber das ist doch die Münzen, oder? Ja, ich dachte, vielleicht sind die Folgen... So, jetzt sehen wir das auch nochmal oben eingeblendet. Wirt und Sarah gegen Michi und Jules in dieser Disziplin. Wir sehen allerdings auch bei Team Game Star, die sammeln noch sehr viele Münzen an. Münzen in diesem Fall ringen nicht viel. Also gut, sie bringen Leben, wenn man 100 hat. Aber da ein Game Over quasi nicht wirklich Folgen hat, weil man einfach bei dem Level wieder von vorne anfängt, sollte man sich nicht zu lange mit Münzen aufhalten. Vielleicht ist es einfach so eine Belohnung, die man braucht. Ja, das klingt auch einfach toll. Ja. Der Münz-Sound ist so schön. Oh, Team Game Star hat hier jetzt gerade den Superball-Power-Up eingesammelt und sich in den Abgrund gestürzt, weil es ja dann doch ein kurzer Vorteil wäre. Nein! Und da haben wir das erste Leben verloren. Beide sind gestorben. Uiuiuiui. Nichts davon ist Absicht. Also wir dürfen nicht gleichzeitig sterben. Also noch einmal von vorne. Im RBTV weiterhin in Führung in diesem Level, aber ist ja noch Zeit. Hier ist ja noch Zeit. Genau, ihr seht auch, vielleicht nochmal für alle, die sich gerade fragen, das sind aber viele Zahlen da oben rechts in der Ecke. Die obere Zahl ist die aktuelle Uhrzeit. Also es ist jetzt, während wir das hier live produzieren, 4.30 Uhr. Solltet ihr es im VUD anschauen, ist es vielleicht bei euch nicht mehr 4.30 Uhr. Aber wenn ihr das gerade tut im VUD, schreibt es doch mal kurz in die Kommentare. Genau, schreibt es. Und sagt, hey, 4.30 Uhr, die Minute habe ich mir angeschaut. Die habe ich mir angeschaut. Liebe Grüße an Anton und Matthias. So. Und die Zahl da drunter, das ist die Zeit, die in dieser Disziplin noch bleibt zum Spielen. Also die 45.30 Uhr sind jetzt noch Zeit und wer nach Ablauf dieser Zeit weiter ist, wer dann Welten weiter ist, der obzieht. Welten ist das wichtige Ding. Team RBTV hat nämlich jetzt Level 2 abgeschlossen, was in der Gesamtwertung noch gar nichts bedeutet. und dann müssen die Welt 1 komplett abgeschlossen werden. Mhm. Aber wenn ich das richtig sehe, sind sie jetzt bereits, könnte es das letzte Level sein von dieser Welt. Also ein bisschen nostalgisch werde ich erfronten. Wir brauchen keine Leben. Oh, Yoshi hat seinen großen Auftritt. Was ich mich halt fragen, ist, wie hat es hier jetzt nicht? Wieder so total abgefahrene... Und jetzt? Geil. So lange wir Yoshi haben. Das ist nicht so. Nein, 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 nein. Ja, es hat auf jeden Fall Vorteile, schon diverse Mario-Spiele gespielt zu haben. Hm. Weil Mario Maker vereint ja alle möglichen Stile von Mario. Wir sehen ja links jetzt gerade Super Mario World vom Super Nintendo, wobei rechts gerade das Level Super Mario Brothers vom NES ist. Die sich in gewissen Sachen auch unterscheiden. Also bei Mario Maker wurde natürlich einiges angelehnt, damit es sich leicht austauschen lässt. Aber trotzdem gibt es eine Stile. Team FB-TV startet das Level taktisch neu, weil der Yoshi weg ist. Das habe ich... Sie hatten genügend Yoshis. Also insofern weiß ich nicht genau, warum sie das gemacht haben. Aber hey, wenn es ihnen hilft... Vielleicht haben sie ihr Herz genau an diese beiden Yoshis verloren. Das wird es sein. Weiter, weiter, weiter. Schließt man ja auch ins Herz. Weil Yoshis können da gar nicht weg. Sie sind da eingeschlossen. Dann, ähm... Da haben sie sogar noch mal zwei Yoshis. Ja, Team ABB. Ja, aber sie hängen an diesem Rätsel. Wir haben schon alle Lösungen. Sie müssen irgendwie an diesen Pau-Block rankommen. Und sie haben Dinosaurier zur Verfügung. Vielleicht gibt es dort eine Kombinationsmöglichkeit, wie sie auch irgendwann kommen. Ei, ei, ei. Aber es ist natürlich auch die Chance, für Team Games da ein bisschen aufzuholen. Das kann das sein. Das war ich mir nicht sicher, aber ja, es geht levelig. Weißt du, dass wir nicht in die Röhre müssen. Ei, da rätseln sie. Da rätseln sie. Wehnen sie schon auf dem falschen Pfad. Und es ist einfach fantastisch, wie diese Yoshi-Parade da jetzt rumeiert. Ja, die rennen jetzt alle rum. Und auch noch Panik verbreitet quasi. Da kommt wahrscheinlich der Druck her. Ja, ja. Yoshi schon die Kräfte. Also sie haben jetzt eigentlich schon alle... Jetzt... Ah! Ah, Luigi hat das Pau. Weiter geht's. Und das war jetzt für GameStar ein guter Umstand. Sollten sie sich in diesem Rätsel ein bisschen cleverer anstellen, sind sie direkt wieder dicht dran gerückt. Das werden wir noch sehen. Da haben wir nochmal ein paar Yoshis. Können wir uns gegenseitig? Da haben sie jetzt sogar den Vorteil, dass sie zu zweit sind. Weil eigentlich müsste man das, was Luigi gerade gemacht hat, nämlich Yoshi zurücklassen. Aber sie hätten sich auch hochboosten können zu zweit. Kaizo-Stretch-Scheiß. Kaizo-Leiter. Kaizo ist ja so ein Unwort, hab ich den Eindruck. Ja, ich glaube, das schreckt viele Leute direkt ab. Wobei Kaizo ja jetzt auch eigentlich ja nur auf Japanisch neu angeordnet heißt und quasi ja alle Super Mario Maker Level schreibt. Aber ja, so schwer auf Kaizo-Niveau sind wir jetzt hier. Das ist wahr. Ich muss aber sagen, ich verstehe die Skepsis gegenüber Kaizo. Ich habe dich ja auch schon mal hier auf dem Sender zwei Stunden ein und denselben Sprung machen sie in einem Kaizo-Level. Irgendwie muss man es ja lernen. Irgendwie muss man es lernen. Das gehört halt auch dazu. Wenn man sich da reinfuchsen möchte in Kaizo, dann muss man Geduld mitbringen. Da muss man Geduld mitbringen. So, jetzt bin ich gespannt. Wie schnell schafft es den Gämpfer hier an? Ja, guck mal, da ist man doch schon... Aha, ja, ja, stark, wow. Viel schneller. Da haben sie jetzt auf jeden Fall Zeit gut gemacht. Wichtiger Moment. Das nämlich war jetzt der Escape oben hier, den die alle nicht checken werden. Ja, da sagen sie es schon. So ist das. Uh, das sind die roten Yoshis. Die können nämlich Feuer spucken. Die haben keine Zunge mehr. Die spucken einfach nur Feuer. Aber auch nur in Super Mario Maker 2, dazu gesagt, bevor ich jetzt zu tief in die Materie gehen. Ja, da gibt es bestimmt... Das ist in den Comics erklärt wahrscheinlich. Ja, da haben wir keine Bomben zu tun. Also jetzt... Ja, Yoshi ist kein... Schöner Effekt. Komm, also der Chat ist da... Hat da eine klare Agenda, eine klare Mission gerade. Sie haben die Befürchtung, Team Gamestar glaubt, am Ende gibt es vielleicht Bonuspunkte für Münzen. Deswegen Team Gamestar. Wir würden gerne einmal ganz kurz mit Team Gamestar sprechen, wenn das möglich ist. Liebes Team Gamestar. Ja. Team Gamestar, hallo, wir nochmal. Ja. Ähm, der Chat ist ein bisschen in Sorge um euch, denn sie sehen, ihr sammelt ganz fleißig Münzen ein, obwohl das ja gar nicht unbedingt notwendig ist. Das könnt ihr natürlich trotzdem sehr gerne machen, aber es war dem Chat ein Anliegen, dass wir euch das noch einmal mitteilen, Münzen sind natürlich nicht notwendig. Wir wissen jetzt schon nicht mehr, wie es weitergeht, aber dann lass mal nochmal nach oben. Dann müsst ihr da drauf springen und von da dann... Weiterhin viel Erfolg euch, Dankeschön. Ihr schafft das. Ja, dafür hängen sie jetzt am nächsten Rätsel. Also den Pau-Block haben sie direkt gecheckt, aber den Doppelsprung von Nashi abzuspringen, den noch nicht. Das haben sie noch nicht geschafft. Ich glaube, sie denken, das muss doch nur ein Pau irgendwie gehen. Gar nicht, Kai, Kai, Kai. Oh, das ist natürlich auch nicht schlecht. Hä? Wo ist das jetzt? Der ist da oben drauf. Ja gut, das ist jetzt ein Problem, also... Naja, jetzt hat er ihn umgebracht. Jetzt haben sie die krasseste Münze eingesammelt, nachdem wir ihnen den Hinweis gegeben haben. Wie kommst du denn da? Bist du hochgekommen? Du springst mit dem Yoshi, gehst du Vollgas, dann springst du ab und dann... Ja, aber so hoch haben sie es schon geschafft. Sie verstehen nicht, glaube ich, dass man durch diese Brücke von unten durchspringen kann. Ja, das mit dem Abspringen haben sie ja, glaube ich, schon. Aber liebes Team GameStar, könnt ihr uns hören. Wir würden auch... Also, ihr habt die Mechanik, glaube ich, dass man vom Yoshi in der Luft abspringen kann, schon verstanden. Aber diese Brücke dort rechts, die kann man von unten durchspringen. Das würden wir euch mal sagen. Also, das ist eine semi-solid sogenannte. Man kann drüber laufen, aber von unten durchhüpfen. Also, du kannst quasi von unten abspringen und durchkommen. Durch die gelbe Brücke. Viel Erfolg weiter. Ja, aber nicht durch die Roten. Die kriegen das noch nicht. Also, ja. Oh Jesus, oh Jesus, ich bin zu müde. Genau die. B, B, B. Jetzt, ja, weiter. Vielleicht bringt er jetzt auch... Naja, gut, jetzt kann er auch einfach so, ja. Das ist natürlich... So kann man es auch machen. Ja, mein Gott. Ein bisschen Brute-Force, warum nicht? Ich bin gleich da. Ein Tod muss man sterben. Den Solidaritätspreis gewinnst du vielleicht nicht, aber danach fragt nachher keiner mehr. Oh! Oh! Mario stürzt sich in den Tod bei Team EBTV. Ah, Team Gamestern haben sich beide an der Raupe aufgehangen. Sie haben aber den Checkpoint danach. Also, insofern nicht viel verloren. Zwei Botanik-Feinde da gerade. Oh Gott! Ich hasse Brute-Force-Trainer. Team EBTV macht das hier sehr souverän. Wir sind noch nicht gestorben. Ja, und da ist das Level auch abgeschlossen. Team EBTV weiter in den Spuren. Wie heißen diese Raupen, Matthias? Wiggler. Das sind die sogenannten Wiggler, weil die so schön wiggeln. Ah ja. Mit ihren kleinen Popöchen. Wiggle, Wiggle, Wiggle. Aber denen wurde ja auch der Song damals gewidmet. So, ja richtig. So, da sehen wir jetzt auch das Boss-Level. Das ist nämlich das Flugschiff, was jetzt aufgetaucht ist. Das konnte man natürlich vorher nicht sehen, aber jetzt ist alles gefunden. Larrys Switch-Ship. Damit sind Team EBTV hier circa anderthalb Level im Front. Am Ende zählt natürlich, wie wir schon öfter sagten, nur in welcher Welt befinden sich die ein, in welcher die andere nach Ablauf der 50 Minuten. Aber nichtsdestotrotz ist das ein Vorsprung, der natürlich der Grundstein sein wird für eine weltenverändernde Reise. Also Vorsprünge werden hier, wenn dann ausgebaut oder müssen eingeholt werden. Oder übersprungen werden. Gut, gut. Okay, das Boss-Level ist ein klassisches Luftschiff-Level, nämlich auch ein Autoscroller, was seine eigenen Tücken mit sich bringt. Aber Team Gamestar hat das Level abgeschlossen, die gehen jetzt ins Vorletzte der Ersten Welt. Gut gespielt. In der B2-Fuhr souverän durch die Bullet Hell. Also sie sind gerade im Hintertreffen, aber ich würde ihnen den Sieg so gönnen. Das wäre wichtig für Team Gamestar, jetzt vielleicht mal wieder ein Erfolgserlebnis auf die Straße zu bringen. Ich meine, gerade dadurch, dass sie alle zu viert noch da sind und gemeinsam da jetzt fiebern, wäre jetzt so ein Sieg echt wichtig. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses keiner will ins Bett gehen, solange es nicht läuft. Das stimmt, das stimmt. Man will es sich nicht erlauben. Ja, das finde ich auch toll. Hey, ich zeige euch mal eine neue Sternliebe. Ernsthaft? Bin ich gerade aus dem Pilz raus? Dann mal gucken. Ja, dieses Riesenlevel ist schon, da muss man schon ein paar mechaniken. Ich meine, man kommt Gott sei Dank. Ja, es wird direkt gezeigt. Mit der großen Shell kann man nämlich die Wände aufspringen. Oh, das wird hier schön demonstriert. Das sind echt sehr schön gebaute Level, muss man sagen. Wir haben die blauen Dinger aktiviert und dadurch sind wir jetzt... Oh, und Team RBTV scheint sich in eine Sackgasse man hier begibt zu haben. Das läuft doch. Ich weiß noch nicht, wo die Tür steht. Schlüssel, dann geht's doch alles weiter. War das nur meine Sackgasse in Höhe. Das habe ich auch manchmal. Luigi, du wählst die Tür. Da ist ein Checkpoint. Scheint also alles richtig zu sein. Ist eigentlich mein Eindruck verkehrt, dass Team Gamester sehr, sehr gut durch dieses Riesenlevel bisher durchkommt. Bei Team RBTV hatte ich da den Eindruck von mehr Problemen. Das stimmt. Aber das ist natürlich eine schlimme Situation. Wir sind aber auch sehr wild unterwegs. Aber es ist, glaube ich, eine ganz gute Taktik, einen vorrennen zu lassen. Und wenn er dann schlurft, schlurft, behalten, dann belebt man ihn halt wieder. Aber so lernt man dann das Level. Safety durch. Aber Team RBTV schließt den 1. Weltabdruck. Wow. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Da bin ich ja direkt als erstes. Geht damit in Führung und zieht rüber in die Welt 2. In die Welt 2. Die kommen nach der Welt 1 nämlich. Ja. Und danach kommt, glaube ich, Welt 3. Unter anderem. Unter anderem. Der Bereich der natürlichen Zahlen, das ist das Spaßbecken der natürlichen Zahlen, ist nach oben offen. Ich glaube fast, all diese Zahlen, die wir dort gerade sehen, sind auch in unserem Rocket Beans Adventskalender zu finden. Ah. Ja. Also den würde ich mir ja zulegen. Den würde ich mir ja. Mit den ganzen Zahlen, das ist natürlich... Kann man sich alle Zahlen nochmal zu Hause anschauen? Ja, man kauft Adventskalender ja hauptsächlich wegen der Zahlen. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan der 6. Oh, die 6. Die 6. Da ist natürlich auch viel versteckt. Am liebsten habe ich die 6. Und wenn man sie auf den Kopf dreht, hat man die 9. Ja, das ist eine vielseitige Zahl. Quasi das Wandel, das Wandelkabinett, das Varieté unter den Zahlen. So, das war vielleicht nicht so smart. Ja, jetzt haben sie sich gerade selber sabotiert, genau. Aber sie, ja. Sie schaffen es noch. Sehr gut, sie schaffen es sich auch. Der Waldteam RWTV im ersten Level der zweiten Welt. Das wild hin und her geht. Oh, Chat fragt, was ist mit der Zahl 17? Das war knapp. Das ist auch eine gute Zahl. Ja, wegen den Trick 17 vielleicht. Stimmt schon. Trick 17 mit S, ein guter Song von den Ärzten. Trick 17 auch immer im Mickey Mouse Magazin. Also die 17 sehr beliebt. Alles gut. Wer die 69 auf dem Adventskalender hat, der hat sich vielleicht ein bisschen was anschnacken lassen. Der hat Weihnachten verpänt, glaube ich auch. Geh vor. King Bowser. Das war ein bisschen witzig, muss ich sagen. Jetzt gleich eine Viertelstunde rum, eine halbe Stunde ist noch, also ist noch alles drin. Da muss gleich nur wieder ein Power-Rätsel kommen, was Team RBTV nicht checkt. Und schon kann Team GameStar vorbeiziehen. Das spielt jetzt schon immer so der Hardcore am Tryharden. Ja, schon am Tryharden, aber halt mit Müdigkeit. Also es ist gerade schon ein bisschen elend. So was. Aber ich glaube, der Autosprawler wird Team GameStar jetzt ein bisschen vor Probleme stellen. Weil das bringt Druck. Du kannst eben nicht die Taktik fahren. Der eine läuft und schaut sich das schon mal an. Da muss man durch. Man sieht schon. Mario wird hier geschoben und direkt in den Poké rein. Aha, Poké. Zu zweit Lokalzocken geht nur bei Mario Maker 2. Das ist quasi korrekt. Auf dem Super Nintendo geht es nur abwechselnd. Aber beide im selben Level. Das ist nur bei Mario Maker. Ich bin hier hinterher, weil ich dachte, wir müssen da rein. Ja, ich dachte auch, dann müssen wir da rein. Egal, weiter. Entweder komme ich da nicht ganz mit oder, dass man kooperativ als Mario und Luigi das gleiche Level spielt. Genau. Dass alle beide gleichzeitig im selben Level sind. Du konntest damals, gab es auch Multiplayer mit zwei Playern bei Super Mario World quasi. Aber dann hat man halt abwechselnd die Level gespielt. Aber die modernen Teile haben das doch alle mit drin. Ja, ab der Wii gab es das schon. Äh, irgendwie hieß es. Mario hat übrigens das erste Level der zweiten Welt geschafft bei Team Rocket Beans. Ruf doch. Wie steht es aktuell, lieber Mosquitsch? Es steht aktuell 30 zu 6 für Team Rocket Beans. Wir sind im neunten Spiel. Also nach diesem Schlagabtausch, diesem springenden Schlagabtausch, werden wir bei einem 39 zu 6 oder einem 30 zu 15 herauskommen. Zur Zeit eher erste Variante. Ja. Da hat Team RBTV schon noch vorne liegt. Aber entgegen der Prognose, also sie sterben hier schon viel in dem Level, Team Gamester. Ja, aber so schlecht stellen sie sich in dem Level, habe ich den Eindruck nicht an. Ich hatte erst gedacht, als ich das gelesen hatte, dass sie Koop spielen, hatte ich Angst, dass sie sich gegenseitig behindern, weil das kann manche Rätsel auch ein bisschen komplizierter machen. Mhm. Aber diese Continue-Funktion, dass wenn einer stirbt, man den natürlich wiederbeleben kann, das macht schon viel aus. Da kommt man doch schon schneller durch. Sie haben ja übrigens einen Schlüssel ignoriert, der da unten war. War das irrelevant? Ob der jetzt, ich glaube, der ist nicht, ich glaube, der ist optional. Gut, Gott sei Dank. Wenn ich mich richtig erinnere von gerade. Aber wir werden das gleich sehen. Sie haben dafür jetzt einen Checkpoint. Ja, zweiter Checkpoint. Kann es ja nicht mehr weit bis zum Ziel sein. Mhm. Oh, der Boss-Fight. Stimmt, Milz. Da kann ich nicht hoch. Ich kann nicht hoch. Äh. Soll ich Yoshi-Til killen? Und so runter? Aua. Mit dem Stab erschlagen. Was sind seine Stab dann draußen? Gigandalf. Aber Luigi belebt Mario doch schnell wieder. Ah, das war starkes Teamplay. Aber Mario stürzt sich auch kopfüber in Larry rein. Aber Luigi macht das hier safe, holt Mario wieder. Und Mario wieder in Angriffsmodus. Machen wir kalt. Und damit kommt auch Team GameStar in Welt 2 an. Noch nicht ganz. Doch, oh, doch noch nicht. Doch nicht ganz. Aber gleich. Mist am Ende. Da ist das Ziel. Da ist das Ziel. Ich dachte tatsächlich, mit dem Fall von Larry, ist das voranschreitend. Ja, es gab dann nochmal den Raum mit ein paar Münzen. Dann gab es noch den Raum mit ein paar Extraleben. Das ist dann natürlich schön Design. Für uns jetzt aber nicht so wichtig. Dieser Firlefanz. Reichtum und langes Leben. Wer will das schon haben? Interessiert Mario, nicht? Der interessiert nur die Prinzessin. Wo kann ich... Ah gut, der stimmt. Wo kann ich dann demnächst ein Goomba aufs Gemüt springen? Fun Fact. Bei Super Mario World gab es natürlich keine Goombas, sondern nur Galumbas. Aber den Fehler verzeihen wir nicht. Das ist wirklich ein Fun Fact. Der ist so lustig, da weiß ich gar nicht, wie ich den gebraucht hätte. Ich frag dich auch. Oh Gott. Hab ich Urlaub. Das war genau das Original der Sound von dem scheiß Kettenhund aus Mario. Chat fragt nochmal, wie viele Welten werden denn gespielt? Ja, das hängt von den Teilnehmern ab. Wir haben ein Zeitlimit. Das seht ihr oben rechts unter der Uhrzeit. Seht ihr beachtlich eine Uhr runterticken. Wenn die abgelaufen ist, hören wir auf. Oder spielen noch bis zum Ende der Welt. Je nachdem. Leichter Panik-Mode. Beide wieder in derselben Welt. Team RBTV, aber in Level 2. 3 sogar schon. Sogar schon in Level 3. Ja, du hast völlig recht. Du bist doch der Pflanzen-Mario. Aber da beenden sie auch schon wieder das Level. Jetzt ist mein Stand schon wieder nicht mehr aktuell. Oh, come on! What the hell? Ich höre Sieg. Ich höre wieder den Lektar, siehe her. In beiden Häusern gerade sehr schnell nacheinander das Wort Sieg gefallen. Ich glaube aber, Team RBTV fühlt sich siegessicherer als Team GameStar gerade. Nachher ist das auch gut. Oh, und da sehe ich doch auch ... Da sehe ich ein klassisches Boss-Schloss übrigens. Ist weniger von Zahl, besser. Ist weniger von Zahl, besser. Ja, hier sehen wir jetzt gerade genau zwei verschiedene Level, die sie sich auswählen konnten bei Team RBTV. Beide führen zum Boss-Level. Deswegen mal schauen, wofür sich Team GameStar nachher entscheidet. Vielleicht sehen wir da nochmal ein anderes Level. Das kann natürlich Spiel entscheiden. Übrigens den schönen Namen Beans Talk Expressway, wenn ich es richtig gelesen habe. Das Level, in dem sich RBTV jetzt befindet. Dann kann er nicht schief gehen. Sondern es ist der Expressway in den Zustand, wo man sich um nix mehr sorgen muss, sag ich mal. Ja, alles gut. So was mache ich? Warte, 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 warte. Und mach! Irgendein Strategie- oder Rollenspiel, auch nur ein einziges. Humis hätte gerne ein Strategiespiel. Aber wenn man in der richtigen Strategie an Mario rangeht. Ja! Ich wollte gerade sagen, wenn man Spiele durch und durch beherrscht, dann ist jedes Spiel ein Strategiespiel, ein Shooter, ein Rollenspiel. Da ist alles drin eigentlich auf dem hohen Niveau. Oh, jetzt haben wir da eine Autoscrawler-Sektion mit dem Key-Balloon. Ich kann nix machen, wenn du auf mir hüpfst. Und das meinte ich mit, wie der Koop auch behindert ist. Ja, ja. Das ist nämlich schwierig jetzt. Da müssen sie sich schön ausweichen. Da ist dann noch der Nachtmodus, da bewegt man sich auch noch mal anders. Jetzt beide mit Key-Balloon, das ist spannend. Schauen wir mal, ob da nicht das andere Level einfacher ist. Mal schauen. Aber vielleicht kommen sie ja selbst auch noch zu der Erkenntnis und bemühen sich dann um einen Wechsel. Das ist ja legitim. Aber guck mal, der direkte Zeitversuch sieht schon souveräner aus, auch wenn Mario direkt mal in den Türen springt. Ciao, ciao, Kakao. Oh, 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 oh. Ja, und dann. Team Gamestyle, derweil Level 1 von Welt 2 abgeschlossen. Ist das jetzt das Comeback? Ist das jetzt die Aufruhrjagd? Keiner lacht, trotz der fröhlichen Musik. Ich versteh nicht, was da los ist. Nein, das kostet noch viel Zeit. Ah, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich checke es nicht. Ich glaube, ihr müsst das Röhrchen da unten freispielen. Ja, genau. Und sie haben das Level gefunden. Jetzt müssen wir noch Start drücken und weiter geht's. Wahrscheinlich. Mario hält sich wacker. Aber das ist ja auch wirklich, sobald du deine Windhose verloren hast, bist du da weg vom Fenster. Das ist richtig. Oh, da ist er auch verloren. Oh, da könnte man eventuell sogar noch mit dem zweiten Player was machen. Grüße gehen raus an Metroid Mike 64. Du machst dir hier gerade viele Freunde. Und Freundinnen, aber ich glaube, die meint's nicht so. Also wir sind jedenfalls begeistert. Auf jeden Fall. Zum Zuschauen, großes, großes Kino. Oh nein, Mario ist zurück durch die Röhre gegangen. Das bringt natürlich nichts. Da guck mal in die Röhre. Na, guck mal. Aber Team Hamster gerade ist sehr souverän dadurch gerannt. Mhm, da ist die Aufruhrjagd am. Vielleicht, ich meine, die kommen ja auch aus dem Raum in München. Und da liegt ja tendenziell mehr Schnee als in Hamburg. Also ist das vielleicht einfach deren Element, in dem sie sich hier langsam bewegen. Der hat das natürliche Habitat. Also ich bin da vollkommen bei dir. Das Ding ist nur, dass sie sich gerade auf Wolken bewegen. Das sind Wolken? Die Schneeleve sehen anders aus, lieber Anton. Aber das sind Wolken? Das sind Wolken. Da siehst du doch die Wellen. Das sind Wölkchen. Also das sind... Deswegen sind da über Regenbögen und die Bohnenstangen, die sind in der Wolkenwelt. Da war ich schon mal im Urlaub. Da bin ich mir ganz sicher. Da habe ich schon... Da war ich schon. Ich bin doch nicht noch mal drauf. Ich wette mit dir, es gibt bestimmt auch eine Eiswelt. Ob wir die heute sehen, ist eine andere Sache, aber sonst schicke ich dir ein Foto. Bitte, bitte. Oh, und da, guck mal, Team RWTV hat es durch die Sektion durchgeschafft und sie flogen den Beans-Talk-Level ab. Klar, Leistung. Mit den niedrigen Umständen zurecht. Talk. Wir machen ja auch einen Beans-Talk. Ja. Oh, what the f... Danke, Blank. Das sind die Ultimate Talkie Edition eigentlich fast schon, um Videospiel-Jargon noch einen draufzulegen. Und Team RWTV geht ins letzte Level in Welt 2. Das ist ein... Das ist ein unerheblicher... Langsam wird's deutlich. Hier finden wir also Lemmy. Oh, im SMB-Style. Ich glaube, wir haben bis jetzt noch kein 3D-World-Level-Level. Das ist ganz spannend. Also mehr so klassische Level. Ja, auch noch nix von dem Mario-Teil, mit dem ich aufgewachsen bin, muss man sagen. Welchen bist du denn aufgewachsen? Ja, ähm, also ich bin ja mit dem fantastischen Wii-Spiel groß geworden. Das sind bestimmt alle Lieder. Richtig oldschool. Ja, ja. Ich bin OG eigentlich. Lustigerweise das ein Spiel, was ich noch nicht gespielt habe. Ja, guck mal an. Nee, das war mein erstes. Also ich weiß, die Wii ist nicht die beliebteste Konsole. Die Regie spricht mir ja auch schon ins Ohr. Peinlich. Ich glaube, es war eher peinlich, dass ich es noch nicht gespielt habe. Aber beides wahrscheinlich. Wir haben beide einen abgekriegt gerade. Und diese Uhrzeit ist Zeit für Geständnisse. Kurz vor 5 Uhr kann man das auch mal droppen. Ja, bedauerlicherweise bleibt es ja nicht für ewig diese Zeit, bei der man sich das Statement abhören kann. Man kann es im VOD nachvollziehen. Jemand wird das morgen um, ähm, ich glaube um 18 Uhr, 19 Uhr, kommt das hier als VOD raus, was wir hier gerade live machen. Und dann wird der VOD um 20 Uhr, wird, äh, weiß ich nicht, der vegane Hotdog ins Bier fallen vor lauter Empörung. Da kommt die erste Hassnachricht. Was? Aber Gamestar geht da echt schön fix durch. Wer führt, äh, 10, 7, Volvo, es führt zurzeit Team RBTV, sowohl was den Spielefortschritt angeht, als auch was die insgesamte Punktzahl angeht, die insgesamte Punktzahl 30 zu 6. Und der Spielefortschritt beläuft sich gerade auf so knapp zweieinhalb, dreieinhalb Level Unterschied. Ja, ja. So ungefähr kann man das ausdrucken. Wir haben ja jetzt auch schon den Checkpoint am letzten Level, also weit kann es nicht mehr sein bis zum Bossfall. Großartig, wie beide von Team Gamestar gerade an die linke Ecke der Röhre gesprungen sind. Nur um sicher zu gehen, dass es da wirklich nicht durchgeht. Wie bitte? Nur um sicher zu gehen. Nur um sicher zu gehen, ja klar. Team Gamestar ist ein Level abgeschlossen. Jetzt schauen wir mal, für welches Level sie sich entscheiden. Ach so. Ist gut, dass du das gemacht hast. Ich dachte nicht, dass es so gut geht. Ich hab keine Angst. Oh, Luigi hier. Sehr mutig, sehr schnell. So, da sehen wir es. Durch die Röhre und dann eins der beiden Level. Dann wären sie wieder im selben Bereich. In der Tat dasselbe Level, was wir gerade schon gesehen haben. Ob sie mit der Flugsequenz besser klarkommen werden, werden wir gleich sehen. Ja. Du klingst skeptisch, Anson. Ich kling, ja, ich muss auch sagen, das Level hat mich nicht überzeugt. Das Ding ist, der P-Balloon ist sehr viel anders bei Mario Maker 2 als damals bei Super Mario World. Ist ein bisschen tricky, aber wenn man ihn einmal raus hat, macht es sehr viel Spaß mit ihm. Ja, du hast gerade mein Problem damit auf den Punkt gebracht, danke dir. Genau das hab ich auch gedacht. Wir dachten noch bei dem Escape früher, dass wir gut sind und vielleicht... Nee, jetzt gerade gar nicht genau. Team RBTV beim Bossfight. Aber gar kein Problem. Zack, zack. Was passiert denn jetzt? Ja, das... Währenddessen fängt Team Games da den P-Balloon. Kennen sich offenbar auch noch nicht mit der Vorbildung wie aufgeblähter Hose aus. Oh, aber es sieht, guck mal, es sieht auf jeden Fall souveräner aus, als beim ersten Team RBTV. Team RBTV derweil Transition in Welt 3. Jetzt in die Kanone. Oh, Team GameStar ist das stark. Das ist doch mal ein Aufholen. Oh, da hat es Mario erwischt und Luigi auch. Ah, Pech. Bis dahin war es nicht gut. Schade, sehr, sehr souverän, muss man sagen. Währenddessen sind Team RBTV in der Wasserwelt. Ah, alle lieben sie. Ja. Na ja, gut, es ist... Es ist das selbe Element, anderer Aggregatzustand. Chief Blue Sea. Das klingt nach einem schönen Level. Das klingt ehrlich gesagt nach einem Cocktail, der dir am nächsten Morgen, wo du bereust, dass du 4, 5 getrunken hast. Aber ich höre das erste Mal Team Games da ein bisschen lachen. Ich glaube, sie haben echt Spaß mit dem dicken Mario und Luigi rumzu. Oh, da ist die Stelle. Ja, aber Mario durch, Luigi hinterher. Ja, guck dir das an. Wow! Oh, 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 oh. Ah, Mario kann es schaffen, Mario schafft es. Ja, guck dir das an und raus. Das war jetzt wichtig. Da haben sie jetzt viel Zeit nicht gemacht. Das war auch so geil. Da kommen so lächelndes Schicksal. Aber natürlich das letzte Stückchen. Ja, jetzt gut, Mario hat die Wolke erwischt. Mach dich selbstständig. Die wird allerdings gleich verschwinden. Da muss man aufpassen. Ja, das stimmt natürlich, aber es reicht. Es reicht. Sehr gut. Und damit befinden wir uns bei einem Boss-Schloss-Unterschied. Team RBTV eine Welt weiter, ja, aber natürlich zur Hälfte, so sagen wir mal gerade im ersten Level dieser dritten Welt. Team GameStar jetzt im Schloss der zweiten. Das ist in 19 Minuten eine Hälfte aufzuholen. Das sollte ja wohl, also Welt 3 werden wir auch bei Team GameStar noch sehen. Die Welt 3 startet auch wieder mit einer Level-Auswahl. Also da könnte der Weg auch wieder ein anderer sein. Und wer weiß, vielleicht ist das andere Level ja ein bisschen kürzer, einfacher. Man weiß es nicht. Das wird den Unterschied machen, die Rocket Beans und Completionist. Marvin Weishaupt stellt einen Tony Maroney on the Rock. Ja, ich hab's schon gelesen. Aber der darf erst, also die Uhrzeit, in der der ausgeschenkt werden darf, ist noch zu früh tatsächlich. Das ist so ein After-Hour-Drink. After-Hour heißt Morgen-Arzt. Morgen. Das ist das Schlimmste aus beiden Welten. Sehr viel Koffein mit sehr viel... Was kann man ja noch Schlimmes trinken? Alkohol? Das war das, was ich gesucht hab. Oh ja, der Lava-Part hat auch gerade Team LBTV ein bisschen zu schaffen gemacht. Wir schauen mal. Aber Team GameStar ist jetzt sehr souverän. Jetzt nicht zu gierig werden! Nicht zu gierig werden! Oh, du schaffst es? Oh, wow! Das war klar. Weiter geht's. Ja, durchziehen. Und durch die Abteilung. Meinst du, Krogi ist schon eingeschlafen? Wir sehen seinen Kopf ja gerade nicht und wird taktisch verdeckt. Da ist ein Schlüssel da unten. Naja, also ehrlich gesagt, ich wünsche es ihm ein bisschen. Weil das sieht nach so einer Haltung aus. Also wenn er da jetzt nicht einschläft. Und er wird ja auch gerade nicht unbedingt gebraucht. Warum nicht dann jetzt auch wechseln? Oh, da bewegt er mich. Ah, er wechselt die Beine. Ich glaube, er ruht. Er ruht, okay. Wie Eichhörnchen halten ja auch keinen Winterschlaf. Die halten Winterruhe. Ja, stimmt. Und, äh, Moby, ein Freund der Eichhörnchen. Und die Ruhe selbst, wie wir ihn kennen. Wenn er an seinem Schlagzeug steht, ist er immer die... Ja, das war zu viel. Da war es jetzt gierig. Zu gierig. Und ich glaube, das Momentum, das gerade so ein bisschen pro GameStar kippte, das stagniert. Team RBTV wird das erste Level der dritten Welt bald abschließen. Ja, wenn sie es zur Schlüsseltür schaffen. Da können sie jetzt wieder ausnutzen, dass sie zu zweit sind. Ja. Ja, und sie machen es auch. Sehr galant. Aber Luigi tötet leider Mario aus Versehen. Was ist so ein Geier? Zweiter Versuch wird da bestimmt besser sitzen. Aber was ist denn da die Mechanik? Ah, ja, okay. Na, eigentlich müssen sie von links genau hochklettern. So. Das war, weißt du, aber über Kaizo-Techniken sich beschweren. Aber genau das versuchen wir hier. Aber so ein Spülkes machen. Gut, jetzt hat Team GameStar das besser gelöst. Hier das Rohr erklommen. Ich muss ja sagen, ich habe Wired auch schon ein paar Mal Kaizo-Training angeboten. Er war interessiert, aber bis jetzt haben wir es noch nicht hingekriegt. Au, das war natürlich jetzt bitter, Team GameStar. Was war das denn? Und da hat Team RBTV das erste Level der dritten Welt abgeschlossen. Und damit rückt das Einholen wieder weiter weg. Ah. Aber es ist ja wie gesagt, es reicht ja, wenn Team GameStar die Welt drei eine Minute für Schluss erreicht. Und wie lange sie sie dann auch wieder abschließen. Also es ist alles machbar. Das ist alles machbar. So, also, übrigens mal ganz kurz, wichtiges, wichtiges Start-ups-Update. Wir haben uns das alle gefragt. Wir haben gerade gemeinsam gerätselt. Und jetzt haben wir die Wahl in grafischer Form. Ja, Kogi schläft auch. Wir sehen es an den drei Zetteln über seinem Namen. Ich glaube, ich höre ihn aber reden. Aber Kogi ist so ein aktiver Typ, vielleicht redet der auf dem Schlaf. Der redet im Schlaf, ja. Der kann seine Lippen quasi nicht im Zaum halten. So ist es. Ja, das ist nur Münzen da unten. Das ist nur Münzen. Geht weiter. Ja, haben sie auch durchschaut. Sehr gut. Weiter geht's. Ja, echt viele Schildkröten. Es ist ja auch die Cooper Bridge. Aber den Lava-Part hat Team GameStar mittlerweile rauf. Das macht uns gut. Also springen sie hoffentlich nicht noch einmal in den Abgrund. Doch, doch, ja, doch. Noch einmal mindestens. Ei, ei, ei. Aber da haben sie den Checkpoint. Warte, warte, warte. Ja, genau. Luigi nimmt schnell das Power-Up mit. Wie heißt das, wenn eine Mario-Figur lustlos in den Abgrund fällt? Kein Block. Okay. Deswegen können sie uns auch nicht töten. I allow it. Der Boss-Fight läuft hier allerdings ganz gut. Insofern sollte dann auch die zweite Welt bei Team GameStar halt abgeschlossen sein. Sehr gut, sehr gut. Oh, 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 oh. Da ist zu. Brauchen wir. Hier unten kann man aufmachen. Wie kann man da unten durchtauchen? Geh du nach rechts. Oder ich geh. Warte, warte, ich geh. Am Ende heißt es. So, dann links in die Röhne rein. Am Ende heißt es. Okay, wir werden die meisten Menschen noch sein. Gut. Und selbe Welt, wiederhergestellt. Wichtig natürlich. Wenn der BTV gerade auf der Suche nach dem Schlüssel, da haben sie ihn. Also noch haben sie ihn nicht, sie sehen ihn nur. Wenn das Raiders of the Lost Ark gewesen wäre, wäre der Film ein ganz, ganz kurzer Film gewesen. Wirklich einen für eine Anna-Oscar-Kategorie nominiert. Bester Kurzfilm. Bester Kurzfilm. Ich weiß nicht, ob ich ihn gewonnen hätte. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Gut. Und Team Gamestar startet. Team Gamestar war gerade auf welches Level wählen. Wählen sie es oder wählen sie es nicht. Sie diskutieren noch. Der Fisch da unten, was stellt denn der da? Das ist das andere Level, das ist das, was die Arcan-Level. Weil ich kenne das natürlich aus den Mario Bros, Super Mario Bros Wii. Da gibt es so Zwischen-Level, in denen du tatsächlich nur so Zwischen-Bosse mehr oder minder um Items besiegen kannst und musst. Ich dachte kurz, das wäre sowas. Das geht viel schneller als ein reguläres Level. Das ist richtig. Mario Maker 2 gibt es solche Sachen eigentlich nicht. Die Bonus-Level sind diese Zielshäuser. Der Rest ist Design. Also da kann man einfach anderes Preis aussuchen und so weiter. Bei allen, die auch mit der Wii aufgewachsen sind, habt ihr jetzt vom Kaiso King die Bestätigung bekommen. Team Gamestar leidet, dass sie den Filz verpasst haben. Aber das Wasser-Level läuft auch so weit, schwimmen sie ganz gut durch. Wird das das erste angenehme Unterwasser-Level sein? Ah, da kommt es hin. Zu früh gefreut, Anton, zu früh gefreut. Oh, nicht zu nah an die Rücken. Sehr gut, sehr gut. Oh, ja. Oh, nicht in die Minesweeper-Gedächtnismonster. Oh, weee. Währenddessen hat Team Erwitte völlig Frösch-Anzüge entdeckt. Frösch-Anzüge, so heißen sie bei Mario, das ist ja offizielle Name. Ich habe das nicht ausgedacht und nicht versprochen. Immer Frösch gestylt, die Jungs. Frösch-Frösch-Frank und frei. Und wir sind auch dabei. Wir sind auch dabei. Alles klar. Oh, Team Gamestar. Er ist sehr, sehr souverän da durchgeschwommen. Und dann doch wieder auf den Tod besonnen. Und sie müssen es echt von Anfang an anfangen. Haben den Checkpoint noch nicht freigespiegelt gehabt. Aber jetzt können sie ihr Pilztrauma natürlich auflösen. Ah, hm. Ne, Mario will es alleine machen. Kommt nach Hamburg, kann man sagen. Mario braucht seinen Bruder nicht mehr. Hat gesagt, nee, geh weg. Verfolg mich nicht. Wir sollten mal kurz bei Team Gamestar reinhören. Ich habe das Gefühl, das ist gerade ein großer Frustmoment. Ich bin im Wasser zu Hause, Mann. Hört sich doch gut an. Ah, ich bin wieder runter. Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Da habe ich nur gerade aufgeschnappt. Komm nach Hamburg, haben sie gesagt. Naja. In Hamburg ist es ähnlich nass wie in diesen Leveln. Das stimmt, ja. Team der BTV scheitert daran, durch eine Röhre zu schwimmen. Und auf der richtigen Seite zu bleiben. Ja, da haben sie es. Erzähl mir das nicht, weißt du, meine Blase platzt gerade. In deiner Blase ab geht's nicht. Oh, die Notdurft ruft. Na, trauen sich gegen Gamestar doch. Trauen sich doch voran. Oh, da findet Guity noch Pilze. Die, die leider jetzt untergehen. Schade Schokolade. Oder schade Pilze. Ich schubsen. Ich schubs nicht. Ja, Mario schubs die Luigi in die Kreissäge rein. Nennt man dann wohl Geschwisterliebe. Ja, wirklich, ja. Ein Scherz unter Brüdern. Das ist ein Prank. Da ich kein Frosch war, konnte ich da nicht schnell genug weg. Ja, damit auch bewiesen wäre, Sarah ist kein Frosch. Ja, da liegen zu ihrem Pech, würde ich sagen, knappe drei Milliarden Jahre Evolution dazwischen. Oder eine bis drei Milliarden, ja, auf jeden Fall ein paar Milliarden, Millionen. Also nicht mal unser 24-Stunden-Event House-on-House geht so lange wie diese Evolution. Das ist, das ist korrekt. Man muss mit meinen, manchmal fühlt es sich vielleicht so an. Aber. Also, Quallen sind tatsächlich... Ja, gar nicht wie diese komischen Runden. Beziehungsweise, ich glaube, es fühlt sich nur für die acht Menschen, die sich da mit den Disziplinen auseinandersetzen. Ja, das meine ich natürlich. Also für Team GameStar vielleicht manchmal, wenn sie hier so ein Mario-Level schwimmen. Aber sie machen das gar nicht schlecht. Sie machen das gut, aber das Level ist wirklich lang. Bisschen voreilig, aber... Ja, genau. Einer hat noch Pionier gespielt, hat noch im Sterben vorbeigerufen. Ah, da nicht. So, da ist der... Währenddessen schließt Team RBTV ein weiteres Level ab. Hast du? Meinst du, sie schließen Welt 3 ab, bevor die Zeit um ist? Zwei sogar. Wow. Nice. Oh. Ich glaube nicht. Team GameStar schließt übrigens ebenfalls ein Level ab. Also der Abstand bleibt damit sehr gleich. Mario einfach auf. Aber es sind immerhin zwei Level, ne? Oder ein Level? Das sehen wir jetzt. Jetzt sind wir schön auf der Oberwelt. Nee, es sind zwei Level, in der Tat. Oh ja. Und ja, Team RBTV geht ins letzte Level der Welt 3. Ich glaube, wir werden noch innerhalb des Zeitlimits Weltkrieg sein. Ob das Team GameStar schafft, das ist jetzt allerdings... Drei Level ist natürlich... Den armen Jules scheint es wirklich komplett gebrauchen zu haben. Das war ja auch die Belustigung gerade, die Michael Obermeier verbreitet hat, weil Jules, nachdem Michael im Ziel war, wirklich gesagt hat, okay, komm. Ja, der Fairness ist aber... Wenn einer im Ziel ist, kann der andere nicht mehr steuern. Also da konnte er nichts machen. Aber es ist natürlich ein Stimmungsbild. Du hast natürlich völlig recht. Wobei, das ist in manchen Teilen ja auch nicht mehr ganz so. Da ist ja noch so eine kleine Sekunde Reaktionszeit, um ebenfalls noch ins Ziel zu kommen. Ja. Die gibt es hier vielleicht nicht, oder wenn, hat Jules hier auf jeden Fall nicht gelöst. Ich glaube, hier gibt es Ziele, das hat nicht dadurch, dass ich Koop-Spiel. Im Versus-Modus sähe das anders aus. Oh, da ist... Ah, Team RBTV verliert dann doch ein Leben. Du bist hier auf den Kopf geschüttet. Aber Team Gapster direkt zum Checkpoint durch. Ohne Probleme. Stark. Da ist noch alles drin. Das ist live, das ist Entertainment. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber, aber, aber... Aber die haben hier kein so lang gestern. Team Gapster wird wacher, wird lebhafter. Da wird wieder mehr getuschelt. Ja. Sie finden anscheinend langsam doch den Spaß an Mario. Ja, Mann! Leben auf Limit! Oh, das ist jetzt aber allerdings ein Rätsel, ob sie da so schnell drauf kommen, wie Team RBTV. Wow! Das Ding ist nämlich, sie müssen die Shell mit in die Röhre nehmen, aber erstmal müssen sie die Röhre freischalten. Das hat Team RBTV sehr schnell erkattet. Runter! Ja, klar. Ich wollte runter, aber... Und die Arschbromme gibt's hier nicht, ja? Nee, die gibt's, die gibt's in der Tat. Ja. Da wird er mit der Shell freigeschossen. Kann man die Arschbromme? Mein Kopf sagt nur noch Dinge, die man nicht gerne sieht. Ich bin noch heben. Oh, ja, da ist das Wasser. Vielleicht wirken sie auf. Das ist kein Insta-Death-Wasser, Leute. Man kann schon schwimmen. Mario hat das Seepferdchen. Hier bringt uns das nichts. Luigi läuft in die andere Richtung. Ich hoffe, ob er am Anfang was verpasst hat. Ah, das ist wieder ehrlich. Das könnte der Knockout sein, derweil Team RBTV im letzten Level dieser Welt 3 und sie machen das nicht schlecht. Das sind auch nur noch gute fünf Minuten. Ja, also selbst wenn das Zeitlimit ablaufen sollte, bevor Team RBTV diese Welt 3 beendet, und sie sind halt in der hervorragendsten Ausgangsposition. Ja, mach du jetzt mit dem. Ich wollte den nur wegmachen. Ah ja, das Schalterrätsel wurde gelöst. Ja, sehr gut. Jetzt müssen sie noch in die Röhre. Aber auch mit einer Shell. Und das, äh, da drauf kommen. Oh Gott im Himmel, ey. Videospiele sind so eine Scheiße. Videospiele sind so eine Scheiße. Hier hast du ja erst gehört. Dieses Event scheint Karrieren völlig zu hinterfragen. Man überdenkt sein Leben, glaube ich, einfach. Aber ich mein, 10 nach 5 ist auch ne gute Zeit. Ja, Tor. Es ist wahr. Tür! Also gehen schon wieder zurück? Also ich glaub, 10 nach 5, Hamburger Schanzenviertler hinterfragen viele ihr Leben. Äh, das ist nichts Ungewöhnliches. It's Bostorn! Team RBTV beim Boss. Ich glaube, das sollte dann schnell durch sein. Warte. Weil die Boss sind wirklich zu zweit. Ja, aber das machen sie gut. Hier hängen die noch. Hier hängen die natürlich. Ja, souverän wird der Boss gelegt. Sarah sitzt da gerade. Einfach schnell durch die Röhre. Ja, und da wird die Welt 3 schnell abgehakt. Aber auch Team Gamestar schließt noch schnell das Level ab. Sie sind aber schon, doch, sie sind recht demoralisiert. Also die Leistung von Sarah im letzten Spiel hat derart beeindruckt, dass sie auch hier denken. Sie haben jetzt auch wirklich die letzten 4 Spiele verloren. Ja, ja. Das zehrt irgendwann. Ja, absolut. Team RBTV zieht ins Wildlevel, in die Wildwelt ein. 3,49. Ja, sagen wir mal, 3,45 hat die Gamestar jetzt noch, um 2 Level abzuschließen. Und da ist das echt schwierig. Scheiße. Welche Oberwelt ist das? 3,4? 3. Nee, 4,4 tatsächlich. Nee, das ist kein Lachen. Warum ist das noch was Falsches? Ich hab keinen Bock von dem Vollgelaber. Arschloch. Ganz ehrlich. Ja, genau. Ganz ehrlich, ey. Wenn ihr, egal was es denn hier gibt, wenn ihr euch auch nur einen Satz von dem Gelaber anholen müsst, dann wäre es mir das schon nicht wert. Also, Toad, ich hab ihn vorhin beim Froschbein gespielt, das hat ihm scheiße gemacht. Oh, nee, wir brauchen was. Fuck. Liebe Häuser, könnt ihr uns hören? Ja. Die letzten 3 Minuten dieser Speedrun-Runde haben angebrochen. Jetzt hab ich wegen euch meinen Frosch verloren. Das tut mir sehr leid. Was? Das wollten wir natürlich nicht. Nein, die letzten 3 Minuten laufen, äh, gebt nochmal alles. Oh, warte mal, ist hier nicht die Shell drin? Es gibt überall Shells. Sicher? Ah, ne Quatsch. Da ist ein Shell. Ah! Das ist die portugiesische Überlehrung. Ja. Die Shell taktisch mitgenommen. Mhm. Das bringt nix. Warum bringt das nix? Wir verlieren uns vielleicht, weil wir einfach nicht wissen, wie das geht. Nein, ich war fast da. Ich war fast da. Das sind doch die letzten 2 Minuten, aber das sieht dann doch eindeutig aus für den Sieg für Team der BTV. Auch wenn sie jetzt gerade Probleme haben, den Manscha umzubringen, kommen da nicht weiter. Manscha kriegt man wirklich nur mit Paublöcken kaputt. Aber das weiß man natürlich. Manscha? Manscha, ja. Dieses schwarze Ding da, was da auf und zu manscht. Manscha. Mansch, mansch, weißt du? Kau, mansch. Ja, ja, natürlich. Ganz eindeutig. Wir waren schon lange nicht mehr zusammen. Manschen fällt mir da gerade auf. Das ist richtig. Da gibt's hier so viele leckere Gelegenheiten. Diese Drecks-Basic-Lowledge-of-Mario, was kein Mensch hat zu werden. Das Brustlevel steigt. Oh ja. Auf beiden Seiten. Nein, wir mögen Matthias. Wir brauchen da unten. Lass mich jetzt zurück. Wir mögen ihn und seine Hobbys, aber... Es freut mich. Ich schätze, wie du persönlich dafür jetzt verantwortlich gemacht wirst, was sich in den letzten 50 Minuten ereignet hat. Ich finde, wir sollten auch schnell die letzte Minute jetzt noch runterbringen, bevor sich das doch noch wandelt. Man weiß nicht. Ja. Oh Mann, ey. Also müssen wir irgendwo einen Powerblock finden, aber das wird wohl nichts mehr. Oh, checken. Ja, also wir können jetzt drei Minuten warten oder müssen wahrscheinlich da einfach rein. Die letzte halbe Minute. Ja, okay, dann gehen wir hoch. Und den musst du ihm um die Ohren anbauen. Aber die hängen ja noch dahin. Ja, genau. Ich brauch das, aber ich muss die Hoffnung spüren. Zerschlag sie am Ende von mir aus, ist mir egal. GameStar kommt noch ins Bosslevel, aber mit den letzten 10 Sekunden. Locker, easy hin in der Minute. Fratello! Ich hätte gern das Loll noch gehabt. Ich glaube, das war's. Ja. Schade, ich hätte richtig Bock auf Bendis. Und da ist es vorbei. Ich habe auch das Applaus-Jahr. Die Zeit ist abgelaufen, liebe Häuser. Es ist rum. 50 Minuten wurden gespielt. Der Endstand. Knapp. Knapp. Team GameStar in Welt 3. Team Air BTV in Welt 4. Damit geht auch diese Runde an Team Air BTV. Das heißt, wenn wir jetzt nicht geschafft haben, das Level, dann ... Spiel 9. ... hätten wir zumindest Sonn-Death gehabt. Ja, genau. Es war wirklich sehr, sehr knapp, liebes Team GameStar. Jetzt wirklich? Nein, war's nicht, oder? Doch. Ja, ihr wart ein Level hinterher. Hättet ihr jetzt dieses Boss-Level abgeschlossen? Ich hab mich die ganze Zeit vollgelabert, dass wir keine Chance mehr haben. Den haben euch keine Mühe gegeben. Also, hättet ihr das letzte Level, in das ihr gerade gekommen wärt, Team GameStar, noch abgeschlossen, wärt ihr auch in Welt 4 gewesen. Und dann hättet ihr jetzt noch Sudden-Death gegeben, wer zuerst Welt 4 abschließt. Da hätte natürlich Air BTV wieder ein bisschen Vorsprung gehabt, aber es wäre noch drin gewesen. Es war insofern knapp. Ab jetzt. Aber wir schauen uns trotzdem da jetzt einmal den Punktestand an, wie ihr nach Welt-Level ... Sagen, Spiel 9 aussieht. Und da sind wir bei 39 zu 6. 39 zu 6. Ja, ich glaub, ich werd Versicherungskaufmann als nächstes. Das ist ein sicherer Job, da verdient man gut. Ich hör bereits, es wird an Umschulung gedacht, Team GameStar. Es wurden Videospielkarrierenwechsel überdacht. Mario, nicht euer Ding, ja? Nee, wahrscheinlich. Naja, offensichtlich ja dort dann doch mehr, als wir gedacht hätten, wenn wir hier ... Also, ich glaub, wenn ... Also, dann haben sich beide Teams nicht mit Ruhm bekleckert jetzt bei der Aktion. Naja, also, an meiner Seite sitzt ja mit Matthias ein absoluter Kaizo-Krieger, der das am besten beurteilen kann. Wie haben sie sich denn geschlagen? Ich fand, das sah sehr souverän aus. Also, da seid ihr schnell reingekommen. Ihr hattet natürlich den Vorteil, dass ihr jeweils zu zweit in den Leveln wart. Team Air BTV halt dann doch mit ein bisschen Quäntchen hier und da, ein bisschen mehr Expertise. Aber ihr habt beide an Rätseln gehangen, ihr habt beide Rätsel sehr schnell gelöst. Also, ihr habt euch da nicht viel gegeben. Scheiße. Wie hat es sich denn für euch angefühlt, Team Air BTV? Ich muss seit 50 Minuten aufs Klo. Ich auch. Nein, also, es hat sich recht gut angefühlt. Wir sind nie beide ... Also, wir sind, glaub ich, insgesamt zweimal wirklich beide gestorben, was ja dann Zeit kostet. Das ging ganz gut. An manchen Rätseln sind wir gerade jetzt am Schluss fast verzweifelt und das zehrt schon sehr an den Nerven, wenn du einfach schon sehr lange wach bist und sehr dringend aus dem Klo muss. Ja, für die gezehrten Nerven habt ihr euch ja neue Portionen von Chibo Black & White erspielt. Also könnt ihr euch gleich wieder einen leckeren, leckeren Kaffee machen. Geil. Die Krücke ist da, Leute. Danke schön. Die Krücke kommt rein. Danke dafür. Die Krücke. Ach, der Kaffee. Ich dachte, was ist passiert? Ist mit deinem Bein eingeschlafen? Ja, das hier. Die Krücke, Leute. Geil. Ey, Team Gamester, seid ihr gebrochen? Können wir aufhören? Wir würden jetzt, nachdem wir an euch Kaffee verteilt haben, auch direkt mal fragen, ob es mit dem leiblichen Wohl noch weitergehen könnte. Möchtet ihr euch schon mal sagen, was für Frühstücke ihr gleich haben möchtet? Denn Froster spediert uns auch verschiedene Frühstücke. Ich möchte auch Pommes. Ich würde erst mal Team RBTV fragen. Ihr dürft aussuchen, möchtet ihr gerne den Froster-Beeren-Mix als Müsli oder einen Erdbeer-Smoothie? Ganz kleine Beeren. Grizzly-Beeren, ganz klein. Grizzly-Beeren, korrekt. Mit Fell. Ich glaube, ich will den Erdbeer-Smoothie. Ich nehme auch den Smoothie. Aber können wir den mit Pflanzenmilch haben, wenn es geht? Das wird sich hier bestimmt einrichten lassen, wenn er nicht bereits fertig ist. Können wir mixen? Kann ich den Beeren-Mix kriegen? Ein Beeren-Mix und zwei Smoothies ist eingetragen. Und können wir noch die Portion von Janina kriegen? Das klären wir natürlich nicht mit. Und die Pommes, die Natascha wollte, kann ich dir dann auch nehmen? Die Pommes wird wieder schwierig. Also ich glaube, zur Zeit wird es schwierig, eine Pommes-Bude zu finden, die auf hat. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Das könnte aber ein trockenes Müsli werden. Aber Team GameStar, sagt doch mal bitte eure Frühstücksbestellung durch. Ich auch. Kann ich, wenn die Pommes aufgesalzen, nehme ich die Tränen der GameStar. Das ist ein Beeren-Mix oder ein Beeren-Mix? Aber was ist denn ein Beeren-Mix? Keine Ahnung, wenn es Müsli ist. Das ist ein Beeren-Mix. Okay, wir haben einmal Müsli, dreimal Smoothie für Team GameStar. War euch auch Milchwünsche Team GameStar oder ist egal? Also welche Milchart? Kuhmilch oder? Ich möchte echte Milch. Also irgendwas fake. Milchart. Kuhmilch, könnte man sagen. Es ist schwierig, aber um diese Uhrzeit. Alles klar, dann haben wir die Frühstückswünsche notiert. Wir haben die Bestellung entgegengenommen. Einhellig haben wir Pommes vernommen, aber ich glaube, Pommes um die Uhrzeit. Wir gucken mal, aber seid nicht enttäuscht, wenn nachher oben auf eurem Smoothie doch keine Pommes drauf schwimmt. Das könnte passieren. Ihr werdet von meinem Anwalt hören. Ja gut, die schreiben wir dann zurück. Ist das dann dein Anwalt, Maurice, oder ist das die Karriere, die du jetzt anfängst? Du warst, er hattet ja gerade über das Umsatteln nachgedacht. Tatsächlich, mein Vater ist tatsächlich Anwalt. Oh, verdammt. Möchtet ihr auch Smoothie oder Musli? Also wir haben eure Frühstücksbestellung angenommen. Und was ihr außerdem im Shop bestellen könnt, ist unser wunderbarer BTV Adventskalender. Da ist sehr viel Liebe, sehr viel Arbeit und sehr viel Schweiß, Tränen, Blut reingeflossen. Also in dieses Exemplar. Eure sind dann sauber. Das ist genau das, was ich von einem Adventskalender erwarten würde. Der kommt dann erst raus, wenn ihr die entsprechenden Türchen öffnet. Oder Seiten in diesem Fall. Aber ich kann ihn sehr empfehlen. Besorgt ihn euch. Ist auch besser als Schokolade. Macht nicht so dick. Und hat man länger was von, kann man sich danach schön ins Regal stellen. Das sieht dann auch sehr schön aus. Adventskalender. Serviervorschlag. Für den kleinen Mann. Kann man sich auch so hinstellen. Ja, das ist der Serviervorschlag, würde ich sagen, an dieser Stelle. Würde ich auch sagen. Und nachdem wir jetzt die Frühstückswünsche der jeweiligen Teams aufgenommen haben, nachdem wir die Disziplin Mario Maker beendet haben, ist es ja eigentlich auch schon dann Zeit für uns, eventuell voranzugaloppieren. Die Frage ist natürlich so ein bisschen, was passiert eigentlich als nächstes? Beziehungsweise, was sind auch vielleicht Dinge, die wir jetzt gerade im Mario Maker erlebt haben, die wir geil fanden und die wir uns wünschen würden für die nächste Disziplin? Was war dein Highlight-Moment? Sag mal so. Mein Highlight-Moment war auf jeden Fall das Pi-Balloon-Level. Ja? Wo die da, ihr seid da, also Team GameStar ist da sehr souverän durchgeflogen. Im zweiten Versuch, während Team Ebitavroda echt Probleme hatte. Also das war so eins, wo wir echt dachten, Team GameStar holt noch auf. Aber ja, ich meine, wir machen gleich ein neues Spiel. Was würdet ihr euch denn wünschen? Wollt ihr noch mal so ein schönes Jump'n'Run? Ich meine, wir sind doch jetzt gerade so schön drin. Ey, Shooter wär geil. Ein Shooter. Wie wär's mal mit Diablo oder so? Ja. Diablo. Auch spannend. Oder Civilization, hätt ich auch richtig Bock drauf. Civilization Best of Seven haben wir uns für die Mittagszeit vorgenommen. Haben wir alle drei schon aufgezählt? Nee, irgendwie, weiß nicht. Wir Guitar Hero spielen. So was. Oh, Guitar Hero. Guitar Hero wär geil. Da wär's auch gut drin. Da wär's doch Parappa the Rapper, so was wär geil. Das ist ein Age of Empires. Bisschen Starcraft. Ja, so ein Musikspiel wär doch auch mal ganz spannend. SingStar. Ich als YouTube-Channel-Manager wähle mich natürlich gegen jedes Musikspiel. Fair enough. Das Dance ist traurig jetzt. Ich glaube, Musikspiele sind aber insofern gefährlich, weil da auch bestimmt der Hörsturz-Joker sehr schnell zum Eintritt käme. Oh, das stimmt. Also insofern, vielleicht spart man sich den noch ein bisschen auf. Was wir auf jeden Fall schon mal verraten können, es wird ein weiteres Speedrun-Spiel werden. Also ihr bleibt weiterhin in euren Räumchen. Damit ist Age of Empires noch drin, würd ich sagen. Das stimmt. Also wir bauen im Hintergrund bereits Maus, Tastatur und Sets auf, damit alle auch parallel ... Nein, es ist nicht Civilization. Ja, und leider auch noch nicht Age of Empires. Noch nicht. Noch nicht. Haben wir da was verraten? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, weil ich die Liste so gut da nicht im Kopf habe. Aber was wir euch verraten können. Ich wollte nur Maurice nicht hängen lassen, weißt du? Gebe ihm nicht zu viel auf noch. Ja, gut. Was wir euch allerdings verraten können, ist das nächste Spiel und das schauen wir uns jetzt an. Hotline Miami 2 Wrong Number. Hotline Miami 2 Wrong Number ist ein neonfarbenes Actionspektakel ohne Verschnaufpausen. Die rasanten Kämpfe mit rücksichtslosen Gegnern verlangen unseren Häusern höchste Konzentration ab. Zum Glück gibt's eine Menge Waffen, dafür werden die Feinde aber auch immer zahlreicher. Irgendwann ist man allerdings so ins Spiel eingetaucht, dass man sich auch vom 37. Fehlschlag in einer Mission nicht aufhalten lässt. Das Spiel ist in einzelne Level aufgeteilt. Wir überprüfen, wer nach dem Ablauf des Zeitlimits weiter im Spiel gekommen ist. Bei Gleichstand entscheidet der nächste Levelabschluss. Hotline Miami 2 ist das Spiel. Habt ihr da Bock drauf? Es wird also geballert. Krogi hat das doch sich gewünscht. Also pass auf, ich sag's mal so. Bock? Nein. Was mich jetzt motiviert ist, der Soundtrack, darauf freu ich mich, weil der peitscht uns. Also auch für die anderen, das wird uns richtig schön anpeitschen. Aber das Spiel ist halt bockschwer. Und um zu dieser Stunde dieses Spiel zu bringen, ist einfach eine maßlose, übertriebene Qual für alle. Ein richtiger Pein. Naja, aber es wird ja nicht mehr früher, Kobi. Nur weil die Saison erscheint, ist es ja jetzt nicht früher. Du wirst ja nicht wacher. Doch, ich hab die Frage mitbekommen, Team Gamester. Und ja, es spielt immer eine Person, aber ihr könnt durchwechseln. Genau, es ist ein anstrengendes Spiel. Wenn ihr das jetzt auf Dauer durchziehen würdet, ich glaube, dann könntet ihr euch danach auf jeden Fall schlafen legen. Deswegen, es gibt wieder ein Zeitlimit. Wir schauen einmal auf die Regeln. 50 Minuten Zeitlimit. Was war das mit schlafen legen? Du musst dich nicht schlafen legen. Ach so, okay. Da sehen wir's. 50 Minuten Zwischensequenzen dürfen geskippt werden. Wer in den 50 Minuten weiterkommt, ziemlich straightforward, hat gewonnen. Und genau an dieser Stelle begrüßen wir einmal. Hallo, wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr seid noch motiviert. Ich bin gerade aus den Federn. Und natürlich hab ich Bock, das Ganze zu kommentieren. Du hast also vorgeschlafen? Auf jeden Fall, hab ich. War auch mein Plan, aber es war echt zu spannend zuzuschauen. Deswegen hab ich's nicht geschafft, reinzuschlafen. Ich bin also schon ein bisschen länger wach. So, dann machen wir mal. Gucken wir jetzt hier. Mit dem rasanten Vitos an unserer Seite in Hotline Miami rein. Auf jeden Fall, es wird richtig rasant. Genau, jetzt beide Teams spielen. Je einer pro Team ist am Start, ist mit dem Pad ausgestattet, um sich hier durch die bockschwere Welt da durchzuschlagen, die das Spiel bereithält. 50 Minuten, du hattest es schon gesagt, ist die Zeit, die beide Teams haben, um eben möglichst viele Scenes, möglichst viele Level zu schaffen, wer am Ende da mehr auf seinem Konto verbuchen kann. Der nimmt die in diesem Spiel insgesamt mit 10, wenn ich mich nicht täusche, mit 10 bezifferten Punktzahl mit. Und wir sind in Spiel 10, das gibt 10 Punkte. Da hast du gut aufgepasst, Anton. Insofern wäre das eine gute Gelegenheit, für Team Gamestar mal wieder aufzuholen. Wie sieht's aus, Team Gamestar? Seid ihr motiviert? Chaka. Auf jeden Fall. Ich sag auch ehrlich, wir haben schon ein bisschen die Lektion gelernt, dass wir offenbar zu sehr gezweifelt haben, weil wir hatten Mario mittendrin. Ehrlich gesagt, nachdem der Chat ist besorgt wegen dem Münzeneinwurf, hatten wir, okay, wir sind offenbar schon drei Level hinten, das wird nix mehr. Ihr habt nen Chat? Nein, 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 nein. Nein, der, uns wurde gesagt, dass der Chat besorgt ist. Und dann haben wir gedacht, okay, das wird wohl bedeuten, dass Team ABTV gerade drei Level vor uns ist. Und dann haben wir ... Die Caster haben uns die Runde gekostet. Das kannst du ruhig noch sagen. Also, ich habe sehnsüchtig auf den Moment gewartet, wo uns die Verantwortung zugeschoben wird. Da möchte man den Leuten helfen. Aber stimmt, eigentlich ist der Chat schuld. Was wir nur gelernt haben, ist, dass wir natürlich jetzt wieder positiv sein werden. Und ich bin absolut überzeugt, dass wir das jetzt total rocken werden. Ich glaube, das nächste Community-Spiel hat die Nachricht mitbekommen, Maurice. Also, die neue ... Ja, also, das Community-Spiel, ne, beim letzten Mal, habt ihr auch nicht mehr gewonnen. Also, fang mit dem Spiel. Ihr könnt gegen uns stänkern. Ihr könnt gegen die Caster stänkern. Aber ihr könnt nicht gegen unsere Community stänkern. Aber gut, Maurice, das hat der Matador des Prinzips Peitsche und Peitsche. Da muss ich auch sagen, für Team GameStar, es kann ja wirklich gar nicht mehr viel schlimmer werden. Also, ihr könnt euch ja nicht mehr sagen. Also, Moment. Pass auf, es ist jetzt eh das letzte Spiel, was ich hier heute Abend casten werde. Danach mache ich mich auf und mache YouTube-Uploads. Und ich bin jetzt hier voll auf Team GameStar-Seite, muss ich mal sagen. Also, ich will die zehn Punkte auf dem Konto. Ja, ist mir doch egal jetzt. Ich bin eh gleich raus. Oder mache ich jetzt einfach mal hier. Ich weiß, wo dein Büro ist. Gefährlich. Sollst du jetzt die ganze Zeit irgendwelche verunsicherten Ansagen rein? Oh, Team GameStar hat das aber besser gemacht. Hat der Chat gerade geschrieben. Maurice, schreibe mir, was ich sagen soll. Ich gebe es dann weiter. Nicht die Hoffnung aufgeben, bis zum Ende durchziehen. Dafür sind wir hier. Das ist live. Das ist Entertainment. Sieg und Ruhm. So, und wir machen weiter mit Hotline Miami 2. Seid ihr soweit bereit, in dieses nächste Spiel zu starten? Ich streiche Anton von meiner Freundesliste. Ich kann nur probieren, Leute. Wir streichen ihn auch gleich von diesem Caster-Tisch. Insofern, tschüss Anton. Aber ich gebe einen Countdown fürs Spiel und sage, es geht los in fünf, vier, drei, zwei, eins und go. Den spielt Julius gerade. Ich muss mich jetzt wieder reinfinden, ist ja klar. Das ist ein bisschen lauter. Hotline Miami 2. Jetzt geht es los. Gespielt nicht. Ich habe es mir angeguckt. Es ist natürlich ein wahnsinnig schweres Spiel, wahnsinnig actiongeladen, viele coole Level, geile Musik. Geile Musik. Ich glaube, das wird ein Fest. Das wird ein Fest. Ich bin auch sehr gespannt, wie sie sich anstellen. Das ist schon richtig. Krugi sagt, es ist bockschwer. Aber man kommt dann auch so schön in den Flow irgendwann rein. Und das ist auch so ein schönes Trial and Error. Einfach draufballern. Zack, zack. Keine Rücksicht auf Verluste. So ein bisschen wie bei Call of Duty vorhin. Einfach immer drauf. Russian ist auf dem Hut. Wie geht's dir? Alter, geht das still. Oh ja, da sieht man schon einige Tote hinter sich, die Teams. Aber ist ja kein Problem. Nee, auf gar keinen Fall. Ich muss sagen, ich habe den zweiten Teil auch nicht gespielt, aber der unterscheidet sich glaube ich auch nicht groß vom ersten. Oh, das macht ja echt Blutlachen über Blutlachen her. Ich glaube tatsächlich, dass die Level teilweise im zweiten noch schwerer sind und noch variantenreichere Gegner und Level-Designs. Allerdings, der Unterschied ist dann wahrscheinlich trotzdem nicht allzu groß zum Beschein. Alter! Also bisher haben wir von diesen sehr, sehr schön gestalteten Leveln ungefähr dreieinhalb Mikrometer gesehen. Bin gespannt, ob sich das im Laufe der nächsten 50 Minuten oder jetzt noch 48,30 ausweiten wird. Doch, 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 doch. Die kommen da rein. Da habe ich gar keine Sorge. Ja, guck mal, da links tatsächlich Team RBTV beginnt ein Blutbad. Ja, da haben wir schon die ersten Kills. Team Gamestar beginnt ebenfalls ein Blutbad, besteht aber hauptsächlich aus Team Gamestar. Aus dem eigenen Blut. Das ist natürlich vielleicht nicht der strategischen Weisheit letzter Schuss, würde ich in dem Fall sagen. Oh, das um diese Uhrzeit ab. Oh, okay. Ich bin auch bestimmt müde, muss ich sagen. Ist ja tatsächlich so, sollten die Teams in diesem Level stecken bleiben, dann gewinnt natürlich das Team, welches als erstes diesen Level schafft. Ja, ich bin sehr, sehr optimistisch, weil wir das ja schon nach 47 Minuten, 40, also nachdem 2,20 gespielt sind, grob, sagen wir jetzt schon, dass es auch eine Lösung gibt, sollten sie nur ein Level schaffen. Das spricht dafür, wie einfach dieses Spiel ist. Team RBTV, den ersten Floor gecleart, auf die Dissetage. Die Führung. Das sieht doch schon mal gut aus. Aber auch da wird ihm direkt wieder ins Gesicht geschossen. Das ist dann quasi wie ein Checkpoint, kann man sagen. Also, da könnte auch jetzt Mario kommen, die Flagge hissen. In dem Fall haben sie sich die Flagge aber gespart. Richtig. Wichtig hier aber auch wieder, es zählt die Szene. Also, die ganze Szene muss abgeschlossen werden. Wenn jetzt die Zeit ablaufen würde, würde es trotzdem weitergehen, auch wenn Team RBTV eine Etage höher ist. Wir machen weiter, bis die Szene abgeschlossen wird. Ja, Team Gamester immer noch, im ersten Floor, kommen nicht wirklich weiter. Man muss halt irgendwann so ein bisschen die Bewegungen der Wachen lernen, wo sie langgehen, welche Reihenfolge, wie kriege ich sie platt, welche Waffen kriege ich wo. Und man muss sie halt auch ausschalten, wie wir jetzt gerade gesehen haben. Und wenn man sie nur K.O. schlägt, das reicht halt nicht, dann stehen die wieder auf. Und treffen wir auch noch. Aber es ist nur noch einer. Ah, aber ein Scheitert. Okay, jetzt weiß ich, was du meinst mit... Schade, schade. Schade Schokolade. Er hat eine Waffe. Oder schade Schokomell. Schokomell am Morgen. Vertreibt, kommen wir uns. Oh, das war nicht so schlecht von Kroli. Kroli macht eine gute Figur. Und dann den sterbenden Schwarm. Dann den Schwarm. Ja, das macht er geschickt, das macht er geschickt, die alle ins Treppenhaus zu locken und dann zu sagen, nee, das sah gekonnt aus. Das ist meine Treppe. Es ist eine Treppe, kann man sagen. Anton, wolltest du nicht gehen? Nicht, dass ich loswerden möchte. Ich fahre zu hoch vor. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, Anton. Zu hoch vor, von unten, würde ich mal sagen. Aber Kroli versucht, diesen Erfolg auch zu wiederholen. Ja, es waren ein bisschen Aiming-Probleme, die ihr beiden das Spiel ja ein bisschen besser kennen. Ja. Die Punktezahl, die sich da oben aufsigniert, welchen Nutzen kann die den beiden Teams im Laufe ihrer Scenes durch Spielerei bringen? Oder ist die nur Makulatur? In unserem Fall, ja, alles klar. Also die sind dann für Highscore-Jagden, für sonstige Sachen, man kann sich noch Masken besorgen, ich weiß gar nicht, ob man die sich mit gut besorgen kann in Teil 2, die gibt dann verschiedene Eigenschaften, aber das ist für uns alles in diesem Fall irrelevant, denke ich. Also es ist nicht so, dass ab 100.000 Punkten Krogi in den Super-Duper-Mega-Mode kommt. Er kriegt auch kein Extra-Leben, wenn er 100-Leben hat. Das macht er dann nur für Glanz und Glorie. Hier, genau. Der hat nur einen Nahkampf-Waffe, Krogi, den kannst du in sicherer Entfernung einfach ausschalten. Vorsichtig, versucht sich Krogi da vorzuarbeiten. Boah, jetzt wird da nur einer bei Team GameStar. Ich bedanke mich sehr für die ganzen Herzen im Chat übrigens, möchte gleichzeitig übrigens auf den Kommentar noch zurückkommen, jemand geht jetzt eben mal die Kühe melken. Also soweit sind wir schon in der Nacht fortgeschritten. Stimmt, stimmt, ja, 5.35 Uhr, das IQ stehen jetzt auf. Oh, Team GameStar wagt sich in den Raum und wird erschossen. Schade an dieser Stelle, das hätte es sein können. Dann wäre man mit RBTV... Es sieht schon recht blutig aus in dem selben flogeren Stockwerk. Ich frage mich... Level gecleared. Szede 1. Erledigt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Go to car und damit zieht RBTV dann wirklich ein gutes Stück weg. Oh, welchen Moment. Ja, ich habe den Eindruck, es könnte sich jetzt hier so ein bisschen rächen, dass die GameStar alle Spiele im kompletten Viererkollektiv gespielt hat. Und jetzt ist hier niemand so ein bisschen erfrischt. Also ich meine, wir sehen hier Krogi, der gerade bei Mario Maker ein wenig runterfahren konnte. Und jetzt zu Hotline Miami wieder hochfährt, was er sowieso auch schon kennt aus dem Hotline Miami vs. Beans, was wir vor ein paar Wochen hatten. Ich glaube, es war zwar der erste Teil, aber es war natürlich auch das Spielprinzip, was man kennt. Und das hat die GameStar hier nicht auf ihrer Seite. Haben jetzt aber auch den ersten Floor gecleared, ziehen also auch in den ersten Stock weiter, während Team RBTV die Second Scene startet. Das Beans vs. Hotline Miami hat Martin, glaube ich, ziemlich gerockt. Ja, ja, also da war Krogi eher dabei als entscheidend. Vielleicht hat er sich was abgeguckt. Das ist ja auch wichtig. Aber um das einmal zu sagen, also alle, wenn ich das richtig verstanden habe, sind mit dem Spiel auf jeden Fall vertraut gewesen. Das ist jetzt nicht, dass das für irgendwen hier ein komplettes Neuland gewesen ist. Also hatte ich zumindest den Eindruck aus den Kommentaren, die ich eben so in den Häusern vernommen habe. Vielleicht habe ich das auch falsch aufgefasst, aber da hatte ich jetzt von niemandem gehört, hey, was ist das denn? Also der Hotline Miami ist auf jeden Fall ein Begriff gewesen. Das ist nämlich ein Klassiker, worauf ich, was ich meinte. Nee, Moment, gerade hatten wir gnadenlose Selbstunterschätzung die ganze Zeit. Ja, und man sieht schon, Krogi kommt in den Flow. Du merkst, er geht direkt rein. Ja, bei Gamestar hakt es noch ein wenig. Allerdings hat der Krogi auch an der Treppe etwas länger gebraucht. Ja, das ist stark. Jetzt die Gamestar mit der Krogi-Taktik, da alle im Treppenhaus einfach wegzunehmen. Ich bin sehr gespannt, ob es einen Wechsel im Spiel geben wird, also von den Spielern. Krogi ist da jetzt gerade schon so ein Flow drin. Es wird anstrengend, aber so wie ich Krogi einschätze, behält er das Pad einfach fest in der Hand. Oh, na. Yes. Das war noch nicht all. Dann schaltet er ihn aus. Er fehlt noch da auf der Toilette, oder was auch immer das ist. Das wäre jetzt ärgerlich. Das ist schon ein sehr starker Versuch, den sie da gerade fahren. Und da schaltet er ihn aus. Sehr gut, Waffe gewechselt und sehr gut. Jawohl. Und Team Gamestar zieht in Serie 2 ein. Go2k. Hier und dessen Krogi bereits auf den zweiten Stockwerk. Und da wird jetzt gerade ein bisschen Zeit verschwendet von Team Gamestar, also ins Auto, rein da. Jawohl. Ja, schießkrogi. Ich lese gerade im Chat, gab es die Factories-Rakete schon. Ja, die wurde schon von Team Gamestar gezündet. Ja. Dementsprechend. Dafür gab es die Massagegeräte. Shit. Schön massieren. Würde ich jetzt nicht Nein sagen. Nee, würde ich auch nicht. Allerdings haben die ein bisschen Probleme beim Anlegen gehabt. Das war ein bisschen Schweinbruch. Also warte, ich habe noch eine Idee. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Wieder beide in derselben Szene. Go2k natürlich schon eine Ecke weiter. Ja, wobei Team Gamestar gerade noch Probleme hat, bis sie zu starten. Da ist doch ein Pfeil. Ihr müsst doch nur zu dem Pfeil. Noch ein Stückchen höher. Doch, da ist ein Pfeil. Da geht's los. Ja, es ist auch um 45, bitte schon. Ja, natürlich, natürlich. Hat doch dieselbe Farbe wie der Tresen. Bo2k. 10, 2, 1, 2. Natürlich erlaubt den Spielern alles zu skippen, was da an Dialogen aufploppt. Das Spielerlebnis zum Verständnis. Das Schöne ist bei Hotline Miami, selbst wenn man es nichts gibt, versteht man trotzdem nichts. Das ist eine sehr verworrene Geschichte, aber auch irgendwie ganz spannend, ja. Oh! Ja, das war... Teil 2 sind ja auch viele Charaktere spielen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel. Ich glaube, 11 oder so. Also wahnsinnig komplexe Story. Alter. Nicht nur Geballer. Wobei, sind es wirklich verschiedene Charaktere? Ich glaube, es sind verschiedene Charaktere. Bei dem ersten waren es ja alles nur verschiedene Masten. Das ist richtig. Ich glaube, es sind jetzt verschiedene Charaktere. Okay. Oh, das war sehr ärgerlich da gerade bei Team Gamestar. Kommt, Jungs! Und Mädels, ich glaube an euch! Sie haben da auch wieder Probleme mit dem Finishing. Also da wird der K.O. geschlagen, aber nicht umgebracht. Ja, wobei ist das im Wesentlichen ganz gut gemacht. Und jetzt den anderen da hinten. Nein, der hat es noch nicht mitbekommen. Okay, der kann man eben jetzt... Ja, dann die Tür ist laut geöffnet. Die haben wirklich... Quietschenschuhe angezogen. Sehr gefährlich. Sehr gefährlich. So kann man es natürlich auch machen. Sehr gut. So. Jetzt von dem Zimmerchen raus die Leute ranlocken und ab. Ein nach Mann. Wow! Durch die Tür. Alle drei. Das ist eine Frechheit. Gegen Krogi hängt er immer noch ein bisschen am selben Abschnitt. Das ist eine fiese Stelle, ne? Keine Deckung, wenig Möglichkeiten, die Krogi da zur Verfügung stehen. Ja. Das taktische Gefächtige. Jetzt sind wir der letzte Mann. Oder jetzt hier, veraimt, aber meistens war es jetzt... Nicht aus dem Level raus. Unglücklich, unglücklich. Aber kriege ich was anderes. Was anderes. Aber das ist nichts anderes als Kaiso, was wir dabei Krogi sehen. Rein, sterben, neu. Rein, sterben, neu. Und irgendwann hat man den Run, wo es durchläuft. Hoffentlich. Hoffentlich. Theoretisch. Ich glaube, sonst wird Krogi durchdrehen, wenn wir das jetzt 37 Minuten in dieser Stille haben. Ja, guck mal. Da. Und dann wird er da von der Seite gerückt. Und dann wird er da von der Seite geholt. Unglücklich. Hey, Alter, Krogi. Ich weiß noch wirklich nicht, ob das der cleverste Fahrt ist, den ihr euch da so ausgesucht habt. Na gut, mal gucken, mal gucken, ne? Ah, macht er gut. Ah, sehr gut. Krogi jetzt auch mit Fortschritten. Ja. Das geht zu lange zögert. Ich möchte das zu lange zögern. Ja, da stehen drei Leute, Krogi. Überlegst du gut. Das wird haarig. Ja. Jetzt gehen. Sehr gut. Der andere hat's noch nicht gehört. Schieß in den Rücken. Oh. Sehr gut. Sehr gut ausgewicht. Team GameStar macht das auch ziemlich gut gerade. Weile Progress. Spannende Runde. Progress ist gut. Lernen aus ihren Fehlern. Machen das gut. Oh. Gezögert. Da haben wir da um die Ecke umgebracht. Wie unglücklich. Wie unglücklich. Und wir bei Krogi jetzt wirklich. Da sind zwar noch ein, zwei Lappedoodle da links, aber das ist schon ein ganzes Stück in Rot gefärbt, was hier passiert ist in dem Treppenhaus, wo Team GameStar geht rein. Nein, ich glaube, Übermut wird in diesem Spiel selten belohnt. Und das ist ein Fehler, den sie ganz am Anfang schon immer gemacht haben, deswegen gehen sie die Route da durch die Mitte mittlerweile. Und sind jetzt immer wieder drauf reingefahren. Oh, wo noch einer? Oh, den hol der! Das Level ist geklärt. Wahnsinn. Stark. Es ist einfach... Hervorsprung hat sich mindestens gehalten, würde ich sagen. Aber es kann ganz schnell vorbei sein. Natürlich, natürlich. Wir sind noch bei 35, 30. Es ist nur ein gutes Stück zu gehen. Ja, genau. Nein, du musst jetzt wieder runter. Oder zu sterben. Ehrlich gesagt. Und zu schießen. Und der Floor ist clear. Und der Floor ist clear von der GameStar. Und der Floor ist clear von der GameStar. Hervor wird von der Polizei angehalten. Jetzt spannend zu sehen, wie schlägt sich Team GameStar. Ich weiß nicht, ob du übernehmen willst, oder ob der Start. Hervor hat hier extra unlänger gefahren. Und Team RWTV denkt über einen Wechseln. Habt ihr das gehört? Ja. Er wird ist auch dabei. Der sitzt direkt daneben. Aber guck mal, wie souverän hier Junius durch... Beachtlich, beachtlich. Ja, das war ein bisschen zu viel. Ui. Warum lebt der noch? Doppelsteuer. Also ich fand den zweiten Teil nicht so geil wie den ersten Mal. Weil der für mich einfach nur mal zu schwer war. Sag ich ganz ehrlich. Hä, was war das? Ähm. Dann Robi weiß jetzt gerade nicht genau, wo er hingeht. So, ja. Aber jetzt hat er es auch gefunden. Alter, der erste ist schon krass, aber der zweite ist ziel. Aber beim ersten kommst du auch noch klar, wenn du nicht... Und dann stirbt er wieder unglücklich mit dem letzten Mann. Ich glaube übrigens, das ist ein Spiel, wo es ein Segen ist, dass du nicht genau weißt, wie weit das andere Team ist. Weil das würde dich hektisch machen, das würde dich waghalsig machen. Natürlich, das kann in den letzten fünf Minuten ein Vorteil werden, dass du dich dann nochmal vielleicht mit einem gewagten Schritt doch noch in den Vordergrund bringen kannst. Aber jetzt hier gerade wäre das keine Hilfe, behaupte ich. Ja. Ja. Ich bin geneigt, dir zuzustimmen. Aber es ist halt... Man darf halt auch nicht zu schüchtern an die Sache ran. Jaaa! Gerade bei so was, bei Spielen mit Quick Restart, wo es direkt wieder reingeht, macht es mehr Sinn, mehr draufzupallern. Also, das hat nicht umsonst so einen treibenden Soundtrack. Es ist immer wieder drauf, immer wieder ran. Und versuchen, den Run zu optimieren, mehr zu treffen. Und dann kommt die Routine auch einfach rein. Auf jeden Fall. Da bin ich bei euch. Da ist auch so im Flow-Sein ein ganz großes Ding. Und ich glaube, das ist das, was Anton meinte. Ich glaube, wenn du weißt, ey, wir sind jetzt ein Level vor mir, vielleicht geht das auf Kosten des Flows. Das stimmt. Es geht, dieses, was du gerade gesagt hast, die Routine reinbekommen, ist ja nicht unwichtig. Und ich glaube, wenn du in so einer blinden Panik schon bist, fängst du schnell an zu hinterfragen, okay, ist das der richtige Weg oder probiere ich mal was ganz Neues. Und verlässt dich dann nicht auf einen Pfad, den du zur Meisterschaft gehst. Ja, ja. Jetzt kommt einer auf dich zu. Ja, wie genagt. Wie gesagt, ich bin geneigt, dir zuzustimmen. Aber nicht 100 Prozent. Ja, das ist schon, das reicht mir. Schon ein hohes Gut. So empfinde ich der Typ da in dieser kleinen Küchenzeile, der hat, glaube ich, gerade auf Soundtrack 180 sein Lieblingsalbum. Was man bei dem Spiel aber auch verstehen kann, denn der Soundtrack ballert. Ja, klar. Aber ballern ist so lange gut, bis es nicht in meinen Rücken geballert ist. Wer hier ballert? Nicht geschallert. Er wollte ballern. Wirklich? Hat er gekriegt. Ja. Einer nach der anderen wird hier niedergemäht. Schaut noch mal, ob in der Dusche jemand ist. Leider nein. Mal kurz frisch machen. So, jetzt haben wir nämlich die Situation, ein neuer Fahrt. Sehr gut, ein neuer Fahrt. Wartet da. Scheint doch gut zu funktionieren. Wartet in der Ecke. Jetzt aufpassen. Sehr gut. Der andere hat's nicht mitbekommen. Nee, hat er nicht mitbekommen. Der ist eigentlich klar. Und dann verähmt der. Oh. Riesenpech. 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 Aber schau mal, wie blutig das bei Team RBTV ist. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hab da schon länger nicht mehr rübergeguckt und ich sehe viele Leichen. Gut, das ist tatsächlich in Hotline Miami jetzt nicht so den News. Der hat nur einen Baseballschläger. Sehr gut. Der hat nur einen Baseballschläger. Baller ihm alles weg. Ja. Du musst nicht vor ihm weglaufen, weil... Gut. Echt ne geile Musik da gerade im Level vom Krogi. Wahnsinn. Wer jetzt gerade zuschaltet, wir spielen Hotline Miami 2 und der Soundtrack Baller durch die Krogi hier bei Rocket Beans FM. Guten Morgen. Ich fühl mich so ein bisschen wie ein Radiomotor. Ja, schon, ne? Ich mein, man sieht mich auch nicht. Geile Musik. Tanzt mit uns durch die Nacht. DJ Matthias. Ist doch langsam Zeit für die Morning Show, oder nicht? Die hat wie Primetime im Radio. Guten Morgen. Guten Morgen, ihr Lieben. Tröt, tröt, tröt. Aber Krogi hat derweil den Floor gecleart und zieht in die nächste Etage ein. Damit wird der Abstand größer. Ach, das ist fech. Das ist so ärgerlich. Ich glaube wirklich, was du gesagt hast. Es lohnt sich, dass sie ihre Kräfte eingeteilt haben. Krogi gerade die Pause bei Mario hatte, um jetzt sich da rein zu vertiefen. Bringt viel. Das ist natürlich auch echt ein Spiel mit drei Niederlagen im Rücken. Tut das richtig weh jetzt. Vier. Das ist das fünfte Spiel in Folge, wenn es so weitergeht. Ist das schon so viel? Ich will's mir schon schönreden, offenbar. Aber das Gute ist ja, durch unser Punktesystem kann sich das alles ziemlich schnell wieder drehen. Ja, natürlich, natürlich. Hier ist noch nix entschieden. Von 24 Spielen sind wir gerade erst mal bei Spiel 10. Wir haben noch nicht nur die Hälfte. Wenn dieses Event die Tafeln, während die Moses vom Berg Sinai runtergebracht hat, dann werden sie noch leer. Gleich ein, gleich ein, also einmal beschriftet? Also, ja. Es steht oben drauf, Ergebnis to be announced. Damit bin ich d'accord. Gebote kommen doch. Vielleicht haben die Games da gerade zu schüchtern. Langsam, vorsichtig vor das Rechtlich. Krogi derweil wirklich in Form. Letzte Patronen. Was für ein Geschlacht, ey. Aber geh doch jetzt oben lang. Schon mit dem Hinweis, geh doch oben lang. Beides, beides keine einfachen Wege. Aber ja, vielleicht erst oben und dann jetzt wieder zurück und unten lang geht. Weil dann passiert das nicht. So, Level Clear. Hier, jetzt wird es wirklich langsam deutlich. Krogi stark. Dass bei diesem Spiel, um diese Uhrzeit, nach so viel Schlaf, stark. Er sagt selbst, er kommt langsam rein. Man kommt rein. Und ich mein, wir haben jetzt schon fast die Hälfte rum. Und wenn Krogi jetzt in den Flow kommt, dann ist das natürlich total gefährlich. Also ich muss gestehen, ich mochte den Versprechen. Ja, ne Flowgri. Ja, ne Flowgri. Sehr gerne. Das ist halt dann einfach genau der richtige, ähm, Terminus. Dieser Freundschaft in der Sprecher. Ey, Krogi muss noch kurz durch die Talkshow durch. Hold, B to Skip steht oben links. Ich hab mir jetzt fast nichts genießen. Aber er tut es nicht. Er möchte sich das alles reinziehen. Immer verdrogen. Kann ich gar nicht verstehen. Wir werden was anderes sehen als Blut. Und Gedärm. So, jetzt. Komm, Julius. Jetzt ist unten. Jetzt noch oben. Wenn nicht jetzt, wann dann? Das wird nicht einfach. Das wird nicht einfach. Und go. Er lebt noch, er lebt noch. Sehr gut. Und jetzt der Mann in der Küche. Der da. Hat er den unten schon, haben wir das gesehen? Ja, stimmt. Sehr gut, ganz wichtig. Ganz wichtig. Und wenn er jetzt die Zwischensequenzen skippt, macht er auch wieder ein bisschen Zeitpunkt. Aber er findet den Ausweg nicht, ja. Jetzt hat er ihn gefunden. Jetzt geht es. Das stimmt. Ja, raus, raus, raus. Oh, da geht nicht durch. Wir haben mehr Fleisch. Hallo? Ah, holt Beetoskipp. Das sehen Sie alle nicht, habe ich den Eindruck. Die Geschichte ist, glaube ich, aus dem Fall. Also, wir sind nicht in England. Der sieht gar nicht so aus mit dem Wolkenlimmel da gerade. Rudele. Damit... GameStar kurz davor, Scene 3 zu starten. Krogi, aber wie gesagt, schon den Scene 4 Floor cleart. Das ging fix. Digi, was? Er bricht das im Gefängnis aus. Ja, jetzt. Nein. Rechts, Treppe. Ja. Auf. Da geht's. Da ist der Pfeil. Da ist der Pfeil. Und so gute Tatsche. Wir haben ja so ein Pistel da. Ah, ist doch gut. Krogi in der Schweinemaske. Krogi in der Schweinemaske. Krogi in der Schweinemaske. Krogi in der Schweinemaske. Krogi in der Schweinemaske ist, dass er tot gefunden. Aber das bleibt es. Wir haben das dann eben geschafft, doch mal. Das bleibt beeindruckend, was er jetzt auf dem Fall ist. Die Story hinter der Schweinemaske ist tatsächlich, dass es ein Schauspieler ist, der Realität von seinem Film, den er dreht, nicht mehr unterscheiden kann und deswegen durchdreht. Ach so. Mega geil. Sarah ist wieder weg. Ja. Macht doch nix. Oh, Team GameStar findet offenbar nicht heraus. Wir spielen eigentlich auch immer, dass du nur gut schläfst. Das ist ärgerlich. Ärgerlich. Quatsch, Mann. Na, das ist schwierig. Ja. Ja. Und dann wieder. Sehr gut. Sehr. Na. Krogi hat jetzt in der Zeit ein paar Polizisten getötet. Ein paar, ja. Aber noch nicht alle. Das ist ne miese Schweinesau dieses Spiel. Ja. Meine Güte, jetzt machen das aber auch spannend. Miese Schweinesau. Miese Schweinesau. Miese Schweinesau. Ja. Das ist die Motivation. Da hat sie Kapuze angezogen. Damit man sie nicht mehr erkennt. Holy Moly. Irgendwie geht's da nicht weiter bei Team GameStar. Jetzt fährt er mit dem Fahrstuhl wieder hoch. Ich mag unseren Boden mittlerweile. Da ist ein Pfeil. Er sieht ihn nicht. Er sieht ihn nicht. Ah, jetzt. Dann müssen wir nur ans Telefon. Oh Mann, ey. Da ist kein Glück und jetzt kommt auch noch Pech dazu, würde ich sagen. Was hast du denn keine Waffe? Du hast gar keine Waffe. Aber er liest sich das auch alles sehr aufmerksam durch. In der Hoffnung, nichts zu verpassen. Glaub ich. Ich freu mich ja auch, wenn ihm das Spiel einfach begeistert. Das stimmt, oder? Vielleicht ist das ja... Ist dann nur die falsche Disziplin, glaub ich, an diesem Abend. Das mag sein, ja. Vielleicht hat er den Gedanken, es kommt noch ein Quiz nachher. So, Team GameStar in Szene 3. Geil. Also nur eine Szene hinten dran. Aber eine Szene kann auch schon mal was länger dauern. Und Rogi hat eben den einen Floor auch schon gecleared. Ja gut, der erste Floor ist, glaub ich, nur die eine Wache vor der Zelle. Also das ist schon der eigentliche Start gerade. Aber der ist auch schon sehr blutig, würde ich sagen. Guck, der ist umgefallen. Jetzt ist er wieder auf. Nein, er wartet. Züge nicht. Nein, er hat ihn erwischt. Er hat ihn erwischt. Wo sieht man, wie viele noch fehlen? Das sieht man nicht. Gute Idee, aber auch nicht. Einen Kanz und Mauss spielen. 20 Minuten. Gute 20 Minuten gibt es noch für beide Teams. Ihre Aktivität ab verbessern. Jetzt baut er seinen Vorsprung aus. Ja, langsam wird es deutlich. Langsam wird es deutlich. Jetzt hat er die Shotgun mit 4 Schuss. Reicht ihm nicht, er nimmt die Shotgun mit 6 Schuss. Wir haben das eben schon einst einmal besprochen. Jetzt kommt aber noch ein anderer Aspekt davon zum Tragen, dass sie bisher alles in der 4er-Runde gemacht haben. Jetzt ist niemand mehr bei Julius. Also er ist da ganz mit seinem Mantra alleine, mit dem negativen Gedanken, die sich eventuell durch das immer wieder Sterben anhäufen können. Ich hör zwischendurch aber schon Tascha noch irgendwas reinmurmeln. Ich dachte, das ist Sarah. Das jetzt gerade ist Sarah, aber Tascha... Ich hab Tascha... Okay, dann sind deine Ohren und diese Frühzeit deutlich besser als meine Ohren. Deine sind besser und ich hab mich... Julius, du bist unser unabhängiger Richter. Ähm, schwierig. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Ich verkünde kein Urteil. Der Angeklagte... Ich ziehe mich zurück aus dieser Fahrt. Ich muss jetzt mehr warten, ob die Angeklagte... Aber der Soundtrack ballert weiter. Uuuuuh, Akimbo Johnny! Aber ich denke auch, dass da die aufmerksame Regie natürlich die Schlaf-Emojis auf die Spieler setzen würde, wenn diese jetzt nicht mehr aktiv daneben sitzen würden. Sie sind zumindest noch im Studio. Glaube ich auch. Wie ansprechbar und mitteilsam... Das ist natürlich die Frage, die uns aber auch eigentlich nicht zu interessieren hat, denn wir haben ja Hotline Miami. Aber jeder ist doch wirklich jemand anderes. Du hast recht, Matthias, jetzt habe ich sie aufgehört. Mit der Weisheit, jeder ist doch wirklich jemand anderes. Ich sehe auch gerade Maurice da am rechten Bildschirmrand. Der ist auch noch da. Ja, der Kaiser verlässt doch nicht der Imperator sein Team. Das ist aber auch ein Bild für die Götter, wie Krowi da sitzt mit seinem Stirnband. Ja, der fühlt das Spiel. Krowi ist eins mit dem Spür, würde ich sogar machen. An dieser Stelle. Ja, er ist im Flow. Man sieht's. Er ist sehr blutig. Er macht das sehr gut. Analysiert auch die Laufwege. Legt sich die Gegner da parat. Ja, das sind schon sehr große Level, wo Krowi mittlerweile ist. Da ist wirklich, wenn man da jetzt einen Fehler macht, bitte neu anzufangen. Da ist schon wirklich Vorsicht, ist geboten. Ist der ganze Kimbo da? Schau, da hat er auch schon den Laufweg auswendig gelernt. Da ist doch einiges zu erledigen. Im wahrsten Sinne. Jules ist derweil, glaube ich, das erste Mal hier in der großen, gekachelten Zettel-Cafeteria. Hat einen neuen Freund gefunden. Keine Waffe, kein Schuss mehr. Ah, shit. Der Schuss mehr kann's gehen. Seid ihr Fan von Cafeteria-Essen? Kommt auf die Cafeteria an. Kommt auf die Cafeteria an. Es gibt so einen Pack von Cafeteria. Klassiker, die sind schon in jeder Cafeteria. Gut, also eine schöne Currywurst-Pommes oder so. Bin ich gar nicht der Fan von, muss ich sagen, tatsächlich. Nee, bist du mehr für die gehobene Küche? Ja, tatsächlich, also dann schon das 6-Euro-Gericht in der Cafeteria. Das muss es sein für mich. Gut, ich glaube, die Currywurst-Pommes kann sie mittlerweile teils auch für 6 Euro kaufen. Also, wenn das das Kriterium ist, das sollte es wahrscheinlich sein. Boogie wurde leider kaputt getasert, du musst die Etage noch vorne anfangen. Aber TeamGames, da hängt ja auch immer noch ans Heben. Kommt da leider nicht weiter, ey. Kommt, Leute! 20 Minuten! Im Endeffekt in die Scene rüber retten. Und dann sind wir hier wieder in einem ganz anderen Schnack. Dann hat Team RBF immer noch den Vorsprung. Das ist wahr, das ist wahr, aber... Wir haben schon größere Aufholjagden in diesem Format. Es wäre ja auch gut für die Psyche, wenn man da jetzt einfach ein Erfolgserlebnis hat. Sehr. Warte um diese Uhrzeit. So schön ein Sieg zum Frühstück, das wäre was. Das würde gut schmecken. Zusammen mit einem Erdbeer-Smoothie. Jam, jam. Und vielleicht ein Schokomell? Oh, ein Schokomell. Mhh. Schokomell. Und einen Chibu-Kaffee. Ich habe mir heute Morgen um drei Uhr einen Kaffee gekocht. In der Tat. Und einen Chibu Black & White. Und der war fantastisch. Ich habe genau das richtige Verhältnis Kaffeepulver zu Wasser hingekriegt. Stark. Ich bin sehr stolz drauf. Ich wünschte, ich hätte im Gewerken vieles wahr. Gar nichts. Ich bin echt zu doof für Kaffee kochen. Und dann durftest du trotzdem hier anfangen. Ja, ich durfte trotzdem hier anfangen. Also ich würde tatsächlich sagen, so in der Redaktion, Johanna und Timo, die machen so den besten Kaffee. Und mich, also die Leute haben aufgehört mich zu fragen, ob ich Kaffee koche. Ich glaube, das sagt alles. Also, ähm. Das sagt wirklich einiges aus. Oh, Mist, der ganze Kippo. Der aktuelle Punktestand, lieber Marius, im YouTube-Chat ist 39. 39 zu 6. 39 zu 6. Für Team RBTV. Schon eine solide Führung, die aber noch nichts bedeutet. Da kann noch viel passieren. Das wirkt so, ja. So, Krogi jetzt wieder an alter Wirkungsstätte. Okay. Im Klo haben wir ihn vorhin schon mal gesehen. Juh, aber das war sehr mutig. Aber das macht er stark. Gut belohnt. Guck mal, wobei... Ich sag ja, der Mut belohnt, belohnt. Oh, jetzt wird's, jetzt wird's, jetzt, so. Das Übermut. Versteckt sich wieder. Der hat Team Gamester immer noch da in diesem Korridor gefangen. Jetzt schieß ihm doch mal in den Rücken. Wisst's doch, der läuft die ganze Zeit an ihm vorbei. Einfach hinterher, einmal in den Rücken geschossen. Ist das Problem aus der Welt. Ja, der ist so übertrieben. Ich hab da ein bisschen Lack abhängen. Oh, jetzt geht aber gefährlich Richtung... Ah, da, da, da. Oh, da, da, da. Oh, da, da. Schade. Aber Krogi bleibt gelassen. Ist ganz entspannt. Ja, der ist drin. Wahnsinn. Spult da sein Ding ab. Macht einen klasse Job. Der liegt nur am Boden. Ja, okay. Ich kann ihn töten. Der liegt nur am Boden. Ja. Ja. So, Jules sondiert die gitane Arbeit. Er überlegt, was er als nächstes tut. Worauf wartet er? Ja. Ja. Er hätte wahrscheinlich überlegt, ob die Waffe wechseln soll. Na, ich glaube tatsächlich, dass dieser Korridor ihn langsam bricht. Also am liebsten hätte er, glaube ich, diese kleine Ecke. Wird sich da so ein bisschen reinkuscheln. Die wird immer wärmer vom Blut der Feinde, die bereitwillig da hinlaufen und sich abknallen lassen. Das Leben könnte so einfach sein. Aber nicht hier bei uns. Nicht bei Haus an Haus. Nein, nicht bei Haus an Haus. Da muss man schon mehr auffahren, als ein bisschen in der Ecke im Blut waren. Ja, das ist Logan, ja. Das vorige Spiel Moletta-Lorf war Super Mario Maker 2. Souverän nach Hause geholt von Team LB. Eine ganze Welt vor... Ja, eigentlich zwei Level. Zwei Level. Ja, zwei Level. Zwei Level. Zwei Level. Aber die haben den Unterschied. Die haben den Unterschied. Boah, was ein widerwärtiges Geräusch. Yes, Sub-Zero. Gut, Kogi wieder an der Stelle. Ja, jetzt hängen wir beide Seiten hängen an den jeweiligen Etagen gerade schon ein bisschen länger fest. Ich sag mal, in den nächsten 15 Minuten, die das Ganze noch dauert, werden wir schon noch mal was anderes machen. Waghalsige Prognose meinerseits. Team RBTV macht gleich einen Spielerwechsel. Dann wird an der Stelle ein bisschen hängen. Jules setzt seine Kräfte frei und es wird hier noch mal spannend. Meine waghalsige Prognose. Ist das deine Prognose oder dein Wunschdenken? Ich glaube, das ist eher Wunschdenken, Anton, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Prognose, Wunschdenken, das sind bürgerliche Kategorien, würde ich sagen. Ah, okay. Aber ich dachte, wir hätten festgestellt, dass wir hier bei RBTV schon eher die bürgerliche Kategorie sind im Vergleich zu den hohen Röstern der GameStar. Naja, also Moment, wir haben hier gerade über das Cafeteria-Essen gesprochen. Einer hat sich hier glasklar davon distanzieren wollen. Der andere hat aber gedacht, die Currywurst-Pommes, das ist sein Metier. Ich würde sagen, man kann hier beide Perspektiven durchaus einbringen. Die Mischung macht's. Ich kann mich da einfach, ich kann mich da frei entscheiden. Ich brauch kein Prinzip. Kein Ideal. Also ihr könnt Anton sowohl in der Cafeteria als auch im kleiner Restaurant antreffen. Ja, genau. Und für beides hab ich nicht das nötige Geld. Dann eben als Tellerwäsche antreffen. Ja, vielleicht. Steht da Beobachter. Ah, so, okay. Das stimmt, das seh ich gerade im Chat. Boogie nutzt natürlich die Auto-Aim-Funktion, die das Spiel anbietet, die Julius anscheinend jetzt noch nicht entdeckt hat. Das macht natürlich das Spiel einiges schwieriger, wenn man die Auto-Aim-Funktion nicht nutzt. Aber ich hatte eigentlich voll den Eindruck, das bei Jules auch schon gesehen zu haben. Ja. Naja. Wenn natürlich Auto-Aim bei diesem Spiel ein glasklarer Vorteil von Julius den nicht nutzen würde, finde ich ein Nachteil für Julius dann. Ja, sehr. Großer Nachteil. Ist quasi die Extra-Challenge, die sich Julius damit aufgibt. Dafür gibt es aber leider keine Extra-Punkte. Nicht in diesem Spiel, nein. Ja, wobei gerade hat er ihn auch anvisiert. Du machst das jetzt schon mega gut. Wir sind mega stolz. Weil wir es für richtig halten. Das Team macht stolz. Ist doch bockschwer. Kann man sich nicht mehr vollwerfen. Nein, überhaupt nicht. Du machst das mega gut. Es ist 6 Uhr morgens, Alter. Ja, Sarah sagte schon, es ist 6 Uhr morgens. Danke an alle, die uns immer noch zugucken. Gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Und guten Morgen an alle, die jetzt eingeschaltet haben. Zu Haus an Haus. Spiel Nummer 10. Hotline Miami 2. Wrong Number. Es ist ein Fest. Ein blutiges Fest. Ein blutiges Fest. Hier bei Rocket Beans FM. Wieso kann man durch die Tür nicht durch? Jetzt 30 Minuten Musik am Stück. An dieser Stelle die aktuellen Verkehrsmeldungen von Vitus. Stopp, der A3 zwischen Hamburg und Bremen. Ich glaube, die A3 kenne ich nicht. Nach dem kleinen Quiz, wo mir die Autobahnen aberkannt wurden. War tatsächlich ein bisschen Backstage-Infos. Das war tatsächlich die Idee von mir, eine Autobahnfrage dran zu bringen. Ah. Ja. Sehr gut. Du hast hier natürlich jetzt zwei da neben dir sitzen, die die Punkte nicht bekommen haben. Das ist richtig, ja. Deswegen wollte ich da auch noch ein bisschen reinstecken. Wobei das bei mir ja nicht an der Frage lag, sondern an der Regelauslegung. Das wage ich zu bezweifeln, Matthias. Also. Beim Ansonsten lag es ein bisschen am Skill. Definitiv hast du dich aber übrigens mit der allgemeinen Meldung Stau zwischen Bremen und Hamburg nicht so weit aus dem Fenster gelingen. Ich glaube, das könnte gut zutreffen. Dieser Verkehrsinweis ist wahrscheinlich wahr gewesen. Und jetzt wisst ihr es hier. Ja. Wobei, ja, um die Uhrzeit. Ja, ich glaube jetzt. Es ist aber Samstag. Ja, es ist Samstag. Also, ich weiß nicht. Elbtunnel ist wahrscheinlich trotzdem dicht. Wenn wir hier am Dienstag sitzen, würden wir sagen, aber es ist Dienstag früh. Also nach uns war nichts. Da ist immer irgendwo Stau. So, jetzt hören wir uns einmal das mysteriöse Geräusch an, damit wir noch mitspielen. Auf der A3 ist wirklich Stau. Ich stehe da gerade. Oh, uncool Benz. Wir fühlen mit dir. Augen am Steuer. So, ich würde sagen, die letzten zehn Minuten sagen wir den Teams noch einmal an. Also, in den 20 Sekunden würden wir noch einmal beide Teams bescheiden sagen, dass wir noch mal zehn Minuten haben. Auf der Uhr. So, liebe beide Teams, könnt ihr euch hören? Ja. Ihr macht das ganz grandios und ihr müsst es nur noch weitere zehn Minuten machen. Die letzten zehn Minuten dieser Runde sind angebrochen. Alles klar. Viel Erfolg. Also gib doch mal alles, Jules, komm. Hey. Das war der emotionalen Runde. Machst dir nicht viele Freunde an, Top? Wow. Der Ding, der Ding, der Ding, der Ding, der Ding, der Ding. Der Ding, der Ding, der Ding, der Ding. Der Ding, 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 der Ding! Aber Julius hat gerade in den Floor gestartet. Da hat er sehr solide dabei. Wir waren nicht in biblischer Phase gerade. Amen. Aber gerade diesen Wechsel von Floor bei GameStar war, glaube ich, sehr wichtig. Wobei Krogi jetzt auch nur noch die Schlüssel holen muss. Das läuft gerade bei beiden Dingen ein bisschen Fortschritt. Das heißt, also Krogi sind auch keine Feinde mehr in den Weg gelegt an dieser Stelle? Ich meine, so ist es. Ich glaube, er hat den Problem gelegt, er muss jetzt nur die Schlüssel holen. Oder kommt vielleicht noch mal eine verteidigende Welle, dass er den Schlüssel aufgenommen hat? Nee, da sitzt noch ein Polizist und zwei andere Leute da drin. Er muss jetzt die Schlüssel für diesen Raum finden, um dann in diesen Raum reinzugehen. Ich weiß nicht, ob die noch mal auf ihn schießen werden. Das wäre natürlich ein Finale, aber dafür muss der gute Jules jetzt hier wirklich in den 8 Minuten 45 performen. Den Schlüssel hat er jetzt aufgehoben. Oh ja, jetzt get her. Muss er rein. Oh nein! Das ist Story, das ist Story. Es ist alles gut. Das gehört dazu. Was? Ich dachte gerade, ey. Das wäre jetzt natürlich... Ich bin nur müde. Ich dachte schon. Ich glaube, das hat uns alle ein bisschen geschockt, aber... Zwischenszenen darfst du über Skippen, hieß es. Ja, ich sehe die ganze Zeit schon wie ein Großer. Aber da ist die Scene 4 abgeschlossen. Und ich glaube, das wird schwierig für Team GameStar. Das sind weite Sterne. Er schafft es wirklich in den zweiten Akt. Donnerwetter, was wäre das für ein Momento gerade gewesen? Das wäre hart. Ich muss hart pissen, ey. Oh, die körperlichen Bedürfnisse könnten noch dazwischen kommen. Wenn man da gegen deine Theorie, dass der Spieler gewechselt wird, ich sage, ach, da wechselt er doch wirklich zu weird. Aber das ist einfach... Das ist natürlich für meine Prognose ein bisschen spät. Das ist richtig. Aber trotzdem. Teil davon ist immerhin eingetreten. Bei 7 Minuten 40, Jules. Ähm, ich... Es sind aber echt noch drei Etagen für Jules. Vier Etagen, um dahin zu kommen, wo... Dem wachsen jetzt gleich lange dunkle Locken, ein Stirnband, riesige Muskeln und der macht das Rambo-mäßig einfach alles weg. Kriegt der denn auch sehr muskulöse Daumen? Weil mehr bewegt er ja gerade gar nicht. Ähm, also Rambo hat mindestens auch muskuläre Daumen. Das ist in den Filmen auch immer hart unterrepräsentiert, finde ich. Denn eigentlich, muss man ja wissen über Silvester, hat er als Daumenmodel angefangen. Ach. Ja, das war ja seine erste... Der Italian Stallion hat also mit den Daumen... Das war sein erster tatsächlicher Beruf als Daumenmodel. Ähm, gemeinsam mit Christoph Daumen war das der Beginn seiner großen Karriere. Jetzt reitest du dich halt rein. Ei, 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 hu. So früh am Morgen, Anton. Ja, natürlich. Ich glaube, du musst ihn erschießen, der sieht aus wie die Gegend. Sehr gut. Dabei wurde der Hörsturz-Joker noch gar nicht eingesetzt. Der Mann mag übrigens auch, äh, sogenannte Dauminas. Ähm, das ist auch noch einer der Einstellungsgebiete. Boah, jetzt... Anton wolltest du nicht gehen. Du wolltest doch... Du wolltest doch einen YouTube-Uploads machen oder so. Gut, ich bemerke, hier gibt's einen Daumen nach unten für meine humoristischen Eingüsse. Ich sag mal, bevor du gleich hier noch trotzdem Team GameStar anfeuerst, obwohl sie die Punkte nicht bekommen. Ich glaube, das ist ein Hass, den du von Sarah nicht zur Zeit auf dich ziehen möchtest. Also, Sarah, sieht da auch wirklich ein bisschen aus wie Darth Vader. Ja, Imperator. Wie der Imperator. Kennt ihr dieses Meme von Kermit? Ja, genau. Dunkle Kermit? Ja. Ich glaube, den channellt sie gerade. Havi tut sich schwer, ist natürlich nicht im Flow. Scheitert da am K.O. schlagen. Vielleicht kannst du doch einfach Akku von den oben ziehen, dass sie halt... Jetzt die Waffe nehmen. Ja, er muss die Waffe nehmen. Ah, er verliert ja zu viel Zeit. Julius hat keine Munition mehr, weiß er das. Krogi kommt jetzt auch wieder. Gebt doch... Nee, mach weiter. Die letzten paar Minuten Krogi spielen. Oh, Knüppelmann. Hallo. Da kommt ein Knüppelmann mit dem Knüppel an. Und Krogi übernimmt wieder. Was? Krogi ist am Start. Er abmunitioniert. Er kämpft nur im Nahkampf. Ach so. Das ist schwierig. Ja. Du kannst ihn nur im Nahkampf versieren. Wenn ich den. Okay. Einer und andere. Rechts waren wir auch noch. Die letzten fünf Minuten. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, der ist zufrieden. Krogi ist es okay. Ich glaube... Ich schläge da auf ihn ein. Ich erinnere mich an das Ende von God of War 3. Als das jemand gespielt hat. Das Spieltief gesehen, ja. Ich bin ja noch ein bisschen von der jüngeren Generation. Das war mir damals nicht erlaubt, das zu spielen. Nachholen. Nachholen. Muss ich auch noch machen. Rechts und dann zurück. Und in den anderen. Ich frag da mal bei Andreas Lynch an, ob er mich ein bisschen freistellt. Für God of War 3. Würde ich befürworten. Es ist ein Sonderurlaubgrund, würde ich sagen. Okay. Bildungsurlaub. Bildungsurlaub. So. Mein kleiner Call to Fame. Ich hab God of War alle Spiele geplatiniert. Ui. Das neueste noch nicht. Da bin ich noch. Och. Das ist auch eine geile Reihe. Geile Reihe. Du darfst die Waffen nicht nehmen? Nee. Die letzten vier Minuten. Ich würde gerne sagen, hier ist noch alles drin. Aber deine Tasse ist leer. Meine Tasse, genau. Meine Tasse ist leer. Auf nichts anderes wäre diese Aussage natürlich jetzt zu beziehen. Aber auch das Spiel scheint recht entschieden. Ja, doch. Ich glaube auch. In den nächsten vier Minuten wird sich das, glaube ich, nicht mehr groß wenden. Das Blatt. Deswegen lasst uns noch mal schön diese wunderbare Musik genießen. Hier bei Rocket Beans FM. Ich würde erst mal rechts rum, glaube ich. Ja. Äh. Hier. L2 sozusagen. Schauen, ne? Das stelle ich vielleicht gar nicht so weit. Da wird wieder noch ein bisschen trainiert. Warm gespielt. Jetzt trainiert. Finger wieder warm gemacht. Unsere neue Rubrik hier im Rocket Beans Morgenmagazin. Alter, Granola. Granola macht den morgen schön. Da kommt anscheinend das Mischli ab. Ja. Granola. Dankeschön. Natürlich jetzt wichtig, ein bisschen Nervennahrung. Das ist in der Tat, glaube ich, wichtig. Aber die drei Minuten müssen jetzt auch durchgezogen werden. Ja. Die letzten drei Minuten. Boah, lecker. Dankeschön. Ne, überhaupt nicht. Supergut. Ach. Aber sie leidet sich ab. Wie ist das? Bier, das ist gut, was du machst. Das ist eine ganz starke Killer-Methode, die du an den Tag legst. Sojadrink. Schmeckt das? Ist das empfehlenswert? Ja. Ja? Warte, ich bin jetzt brach. Aber warte mal, wenn du... Fuck! Hast du da was? Das ist auch pflanzliche Milch. Die schmeckt aber fast wie Kuhmilch, was du das möchtest. Weitere nicht. Pflanz riecht. Das ist quasi not... Hafer. Hafer. Hafer und Soja. Wir machen Taste. Leute, es ist hier Löffel, Messer, Krögel. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Messer, Messer, Krögel. Ha, 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 ha. Löffel, Messer, Krögel. Ich glaube, es ist zu spät für Wortspiele. Eieiei. Das sehe ich natürlich ganz anders. Ha, 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 ha. Die Verbindung hier zu stellen, muss ich sagen. Die Verbindung hier zu stellen, muss ich sagen. Der Sinn des Lebens. Irgendwas dazwischen wahrscheinlich. In der Weile sind wir in den letzten zwei Minuten. Es ist 6.18 Uhr, 6.20 Uhr circa wird diese Disziplin ihr Ende finden. Die Punkte werden aller 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 auf das Konto von Team MBTV gehen. Die ihren Vorsprung auf 49 zu 6 ausbauen werden. Das ist korrekt. Alter Vater. So viel Mathe funktioniert auch um diese Uhrzeit. Das geht noch. Na ja, dank Dezimalsystem und da ist die 10. Das ist relativ gut. Einfache Addition. Einfache Addition. Aber wir lieben euch. 49 zu 6. Ein Highscoring-Game, würde man sagen, in meinen Sportlern. Da wird im Chat gefragt, warum man noch wach ist. Weil hier das geilste Gaming-Event des Jahres läuft. Haus an Haus, Leute. So nämlich. Wenn das nicht Grund genug ist, dann weiß ich auch nicht. Grüß doch mal irgendwie ein paar Leute. Grüß doch mal an die Mutti. Grüße gehen raus. Grüße an die Mutti. Grüß doch mal den Vater von Jules. Vielleicht. Die wachen Leute mal den Vater von Jules. Und wir schicken Grüße raus an die Mutter von Michael Krogmann. Sie scheint heute nicht Geburtstag zu haben. Aber trotzdem schöne Grüße hier von uns auf Rocket Beans FM. Das war's wieder von unserer beliebten Rubrik. Leute, die nicht Geburtstag haben und trotzdem geguckt. Sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich. Und jetzt die Nachrichten. Jetzt die Nachrichten. Weißt du, wenn du zu viel Granola am Leben hast, ja? Dann weißt du es nicht mehr zu schätzen. Ich hab nie Granola. Richtig. Das ist sehr schön. Bella hat uns Smoothies gemacht. Wir mögen Bella. Alter. Mega. Die letzten 30 Sekunden. Mhm. Bella, gut Job! Fuck you! Ich glaub, dann triggierst du dich voll mal. Das passiert mit dir. Ja, wir haben voll die Sack schaffen hier, ey. Die letzten 10 Sekunden. Oh! War das Zeit? Ja, Zeit. Tempus foodie. Zeit passiert. Zeit. Neuer Tag. Und? Stunden, Minuten. Vorbei! Fini. Es ist aus. Das Spiel ist aus! Das Spiel ist aus! Aus, aus! Stopp! Nein, nein. Verspar deine Energie! Spar deine Energie! Spar deine Energie! Spar deine Energie! Die Runde ist durch. Wie fühlt ihr euch? Matthias ist noch da. Ey, fantastisch. Matthias, danke der Nachfrage. Die Energie kommt so richtig wieder rein. Ausgezeichnet. Das wollten wir mit diesem Spiel erreichen. Aber ihr wollt bestimmt auch wissen, wer es denn weiter geschafft hat. Ja. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat Team GameStar die respektable Welt 3 erreicht, die aber kein Vergleich ist zu der Welt 5 von Team Rocket Beans. Ja. Das ist nämlich hilfreich. Robi ist in die Zone gekommen. Damit gehen auch diese Punkte von Spiel Nummer 10 an Team RBTV. Herzlichen Glückwunsch. Seid ihr endlich gebrochen? Set. Habt ihr es endlich verstanden? Jetzt bräuchten wir langsam mal das Comeback. Ich glaub, ich plan schon die Anwaltskanzlei Weber. Gaming war, glaub ich, eine Schnapsidee. Wir haben kein Frühstück. Ist auch keine Zukunftsbranche, finde ich. Jetzt, wo Twitter den Bach runter geht, ist, glaub ich, die ganze Gaming-Branche nicht lange hinterher. Ähm, deswegen, wenn ihr einen respektablen Anwalt wollt, der eure Immobilienmakler irgendwie Angelegenheiten verträgt... Ist das grad eine andere Sendung eigentlich? Ja. Habt ihr euer Frühstück eigentlich schon? Wir haben da irgend so ein... Ich glaub, hier stehen so ein paar Sachen. Ey, jetzt empfehlt ihr. Das ist mega lecker. Ja, die Smoothies sind geil. Ohne Scheiße. Gönnt euch doch das Frühstück. Schnabuliert mal rein, meine Lieben. Währenddessen schauen wir einmal auf die Punkte. Dann schauen wir das auch noch mal visuell an, wie denn der Punktestand steht. Denn wir haben jetzt die 49 zu 6 nach 6 gewonnenen Spielen in Folge. Team RBTV zieht voran. Wir haben aber immer noch nicht mal die Hälfte der Punkte ausgespielt. Das heißt, es ist noch alles drin. Hey, hey, Leute, können wir mit Bingo gewinnen? Eine komplette Reihe, meinst du? Ja. Das ist das falsche Format dafür, glaube ich. Ey, eine Frage hätte ich an die GameStar. Wann wollt ihr denn die 15 Minuten Bespaße von Nils haben? Habt ihr schon einen Wunschtermin dafür? Sind's 50 Minuten? Fünfzehn. Fünfzig wäre. Fünfzig wäre hart. Fünfzig. Weiß nicht. Während Team GameStar das überlegt bekommt, natürlich auch Team. Ich hab schon mehrere 6-8-Stunden-Event mit Nils ausgehalten. Ich halte jetzt auch mal fünf Minuten Bespaßung von ihm aus. Ihr seid mir noch ein bisschen zu frisch. Vor allen Dingen sind sie frisch, obwohl sie gar keinen Kaffee bekommen, so wie Team RBTV, die wieder eine Portion Chibo Black & White bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Sehr solide. Was macht ihr mit dem ganzen Kaffee? Könnt ihr den noch trinken? Schmeckt das einfach. Vielleicht könnt ihr jetzt so viel Kaffee sammeln, dass ihr euch draufsetzen könnt. Oh! Oh! Das hat gesessen, würde ich sagen. Der tat weh, ey. Ich konnte nichts hören. Der tat weh. Wir konnten allerdings den fantastischen Soundtrack vorhin hören, der sogar so geil war, dass Anton immer noch hier sitzt, der sich wundert. Was war ich mit Anton? Wollte er nicht ins Bett gehen? Das macht er jetzt auch. Der ist bei der nächsten Gelegenheit, würde er sich unauffällig aus diesem feindlichen Umfeld, was man hier geschaffen hat, erziehen. Was soll das denn jetzt? Ich bin hier feindlich. Ja, die ganzen blauen Flecken, die ich am Bein davongetragen habe, sieht man ja dank der Blende da vorne am Tisch nicht. Aber das ist richtig. So, aber während die beiden Teams ihr wohlverdientes Frühstück genießen können, machen wir weiter mit einer wunderbaren Möglichkeit für euch da draußen, hier dran teilzunehmen. Denn wir machen ein weiteres Community-Game. Die Communities Gamestar und Rocket Beans TV dürfen gegeneinander antreten. Wenn ihr da mitmachen wollt, geht doch einfach auf rbtv.to slash hah mitmachen. Und dann könnt ihr eine weitere Runde Schiffe versenken mitspielen. Schiffe versenken, sehr niedrig, niederschwelliges Spiel. Kommt rein. War ein geiles Spiel. Sehr geiles Spiel. Haben wir vorhin gesehen, war mega spannend. Also ich bin sehr gespannt, wie das diesmal läuft. Diesmal sind auch die Regeln klar. Kann sich keiner beschweren, dass man nicht wusste, wie die Schiffe versteckt werden können. Und wir können da direkt reingehen. Also Leute, geht da rein, spielt mit. Und wir schauen mal, welches Team mal wieder was bekommt. Ob's weitere Sitzgelegenheiten sind oder Joker oder sonst was. Es bleibt spannend. Es wird auf jeden Fall von Vorteil sein. Also dann kommt rein. Liebe Communities der GameStar und von Rocket Beans. Jetzt ist euer Moment. Eure Time to Shine. Eure Situation zum Nun zielen. Team RBTV mit dem ersten Treffer der Flotte von Team GameStar. Welches Schiff wird das wohl sein? Bereits nach zwei Schüssen ein Treffer. Das ist natürlich sehr motivierend für die Bohnen. Ein guter Start. Aber er kann noch nicht ausgebaut werden. Es sind natürlich auch vier Richtungen, in die dieses Schiff weitergehen könnte. In der Tat. Egal wie lang es ist. Wohin wird Schuss Nummer vier? Anton. Treffer auf beiden Seiten. Der Schuss geht nach E4. 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 Und C4? Ja. Bei Team RBTV, das ist ja. Mal schauen. Aber es ist zumindest nicht der Zweier gefunden. Der Zweier ist auch immer noch das schwerste Schiff. Ja, absolut. Oh, klar schon wieder ein Treffer. Den Schuss von Team GameStar habe ich jetzt aber nicht verstanden. Warum die von C4-Treffer zu H5 wechseln. Ja. Bisschen ins Blaue. Im wahrsten Sinne. Die suchen halt am Anfang den Zweier einfach schon. So. Weiter nach rechts geht das Schiff nicht. Was wird das sein? Der Vierer oder der Fünfer? Anton. Es ist der Vierer. Ich sage, es ist der Vierer. Valide Technik. Es war ... Es ist der Vierer. Es ist der ... Nein. Oh. Nein. Nein. In der Tat haben sie den Dreier versenkt. Und daneben ... Ach. Aber das heißt, das rechte war ein anderes Schiff. Eieieiei. Eieieiei. Eieiei. 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 Aber dann ist da noch einer daneben. Das sind ... Es sind ... Es sind zwei Dreier. Drei Schiffe getroffen. Also die Knubbeltaktik ... Es klingt verwirrend, aber Team GameStar hat da viel versteckt. Während Team RBTV anscheinend bis jetzt nur den Fünfer getroffen hat. Oder auch wieder mehrere Schiffe. Es ist sehr spannend. Man weiß nicht, bis es versenkt ist, was man da eigentlich getroffen hat. Seht ihr? Da geht's nämlich runter. Der Fünfer ist versenkt. Team RBTV also immer noch mit vier schadensfreien Schiffen am Start. Während GameStar schon einige Verluste eingefahren hat. Es ist wahnsinnig spannend. Ein Dreier weg. Da ist noch ein Vierer oder Fünfer getroffen. Und noch ein Schiff getroffen. Das ist ... Gut. Für Team RBTV. Dabei ist da nämlich die Knubbeltaktik in den Allerwertesten. In den Bug, sozusagen. Sehr schön. Props. Danke. Den hab ich ganz alleine ausgehackt. Oh. So, der Vierer ist auch im Wasser. Jetzt aber dran denken. Ist da noch was versteckt? Und schon wieder ein Treffer auf der Seite von RBTV. Wahnsinn. Das war sehr glücklich getroffen. Währenddessen Flotte von Team RBTV immer noch ... Also wenn ich doch weiß, dass da von oben was runterfliegen würde, dann stell ich doch nicht alles nebeneinander. Dann ist ja die ... Also ich weiß nicht. Und dann haben sie da anscheinend den Fünfer entdeckt. Das ist alles jetzt angeknabbert hier. Ja, der Zweier und der Dreier sind noch verschollen. Aber die haben bestimmt die Kreuzworträtsel-Taktik gemacht. Uh, da ist ein Treffer von Team GameStar. Irgendwo. Wen haben sie denn da getroffen? Irgendwo. Aber jetzt vielleicht ... Das war quasi der G7-Zipfel, den sie da erwischt haben. Ich hab das Gefühl, hier ist irgendetwas rausgebrochen und rübergegangen. Das gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Mensch. So. Drei Schiffe dauern, zwei fehlen noch. Ja, keine Sorge, Anton lässt sich anscheinend auch nicht allein. Nein, nein, Anton geht aber ... Also, Anton ist gleich weg. Das ist langsam ... Oh, der Zweier ist allerdings weg. Das war wichtig. Das könnte das entscheidende, wendende Blatt sein. Dass der Zweier von Team RBTV bereits weg ist. Und ein weiteres Schiff angeknabbert. Oh ja, nein. Es ... Crazy. ... ist noch alles drin. Es ist richtig spannend jetzt. Das ist wirklich eng. Platsch, platsch. Sag die Ente. Dein maritimer Wortschatz begeistert mich. Wahnsinn. Langsam, die Schüsse von Team RBTV war unpräziser. Also, die Zweier und der Dreier, die sind da jetzt ganz ... Das kann jetzt natürlich auch wieder dauern. Also, deswegen. Das Spiel ist, äh ... Und wichtig natürlich für Team GameStar, dass sie den Zweier schon versenkt haben. Aber Team GameStar sieht auch nicht die Zeichen, die ihre Treffer ihnen gezeigt haben. Und ein Treffer auf der Seite von RBTV. Das war doch ... Das ist wichtig. Man weiß auch nicht, in welche Richtung, wer es ist. Aber ... Der wird verwandelt. Währenddessen noch ein Treffer. Ich glaube, das ist jetzt das Ding, weil eigentlich ... hat Team GameStar jetzt alle Schiffe bereits entdeckt. Mhm. Obwohl ... Nein, eins fehlt noch. Eins fehlt noch. Sorry, meiner. Ich nehm's auf meine Karte. Aber wie gesagt, der Zweier ist schon aus dem Rennen. Das ist wichtig, genau. Wir wissen auch immer noch nicht bei Team GameStar, was da getroffen wurde, weil's noch nicht weiter verletzt wurde. Meine Güte, das ist aber auch ein Pech. Ja. Also, einmal ringsrum. Wahnsinn. Ich prophezeie ein G9. Mhm. G9, Treffer auf beiden Seiten. Oh, der Zweier ist weg. Es fehlt also nur noch ein Dreier vom Team GameStar. Und noch ein paar andere von Team RBTV. Aber die sind schon angeknuspert. Also ... Ziemlich ausglücklich. Da wird's wohl der Vierer sein. Ich tue mal auf E10. Alles andere wäre ... Spannende, steile These. Steile These, ja. Da ist der Vierer down. Ich hatte recht. Okay, auf. So. Welch seltene Gelegenheit. Team GameStar hat noch ein Schiff. Team RBTV noch zwei. Es ist wahnsinnig spannend. Ein Dreier, zwei Dreier. Ja. Oh. Und ... Oh, oh, oh. Der Treffer. Jetzt ist es ein Rennen gegen die Zeit. Kopf an Kopf. Die Schiffe sind getroffen. Sind das alle Schiffe, die getroffen sind? Oder ist es noch ... Es wird knapp. Es wird knapp. Aber schon entscheidender Vorteil für Team RBTV. Wieder zwei. Aber natürlich jeder Schuss, der jetzt hier ins Wasser plutschert und plumpst, ist eigentlich gut für Team RBTV. Also ... Das stimmt. Da müsste die GameStar jetzt schon eigentlich mal was setzen. Oh, da ist ein Doppeltreffer. Der letzte Dreier. Beide nur noch ein Dreier. Aber Team RBTV mit dem entscheidenden Vorteil. Sie wissen wo. Mhm. Sind eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Der war's nicht. Aber Team GameStar trifft auch noch den letzten Dreier. Aber der wird nicht verwandelt werden, glaube ich. Denn, wenn jetzt nicht die 6J kommt, wäre ich sehen. Mhm. Und da geht der Daumen. Und ... Wahnsinn. Sehr, sehr gut gemacht. Vielen Dank. RBTV. RBTV Community. Vielen Dank für's Mitspielen an alle. Dann meldet sich zurück. Und aber auch Glückwunsch an Team RBTV, die sich hier, beziehungsweise die Community von RBTV, die Team RBTV hier den nächsten Vorteil herausgespielt haben. Ja. Und ich hab auch noch einen kleinen Vorteil, den ich euch kurz mitgeben will, den ich euch kurz mitteilen möchte. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich lasse euch noch eine kurze Entspannungspause da. Ein bisschen durchschnaufen könnt ihr. Und dann seid ihr hier endgültig auch befreit. Und dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß. Euch allen da draußen im Chat einen tollen Morgen mit dem besten Morningshow, die man sich wünschen kann von Vitus und Matthias. Es hat großen Spaß gemacht. Viel Spaß bei Haus an Haus. Ein bisschen geht's ja noch. Ich glaub, da bleiben wir dran, oder? Moin, hi, wir sind die Rocket Beans. Wir machen so Medienquatsch im Internet. Ich zeig's euch mal. Ich gehe da. Ich gehe da. ário- Ich gehe jetzt vielen 안녕하세요. Ich falte auf Got aus diesem Weg. GemeinTONredict pflanzen, in einem messenhof zu leben. Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Wir sind immer noch hier, Haus an Haus, Staffel 3, um 6.41 Uhr. Und wir sind alle frisch, frankfrei. Ja, sicherlich. Es war ein schöner Morgen. Ich hab gut geschlafen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hatte ein fantastisches Frühstück. Und jetzt darf ich hier sitzen und für euch ein bisschen weiter kommentieren. Ich freu mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Schön, dass ihr auch noch hier seid. Auf jeden Fall. Ja, noch. Hallo. Hallo. Ja, die beiden Teams haben sich mittlerweile auch wieder zu uns gesellt. Denn das nächste Spiel ist kein Speedrun-Spiel, sondern ein Versus-Spiel. Aber bevor wir dahin überleiten, wollt ihr natürlich sicherlich auch noch wissen, was ihr gewonnen habt. Oder die Community für euch gewonnen hat. Hoffentlich doch so ein Joker, auf dem man gut sitzen kann. Oder noch mal Kaffee. Ihr könnt euch darauf freuen, wenn ihr zurück in euer Studio zukommt, auch vernünftig zu sitzen. Denn ihr habt zwei Sitzsäcke bekommen. Ja, auch ihr könnt gemütlich sitzen. Danke. Danke, Community. Danke. Ihr seid sehr glücklich. Danke. Ist das so hart wirklich? Wir benutzen das aber nicht, weil wir hart bleiben. Das wollte ich hören. Er spielt uns Tickets der Schande fürs gegnerische Team. Ich hab mich mittlerweile an den Boden gewöhnt. Dann kannst du ja teilen. Das sind ja Gott sei Dank nur zwei Sitzsäcke. Also bleibt es dir frei, auf dem Boden sitzen zu bleiben. Das ist eine schöne Deko. Man kann sie doch einfach nur im Haus stehen lassen, ohne sie zu benutzen. Das ist kein Problem. Geht alles. Auf den Boden der Tatsachen bringe ich euch jetzt auch noch mal kurz, weil ich werde mich an dieser Stelle auch gleich verabschieden. Für mich ist es das auch schon wieder gewesen, auch wenn es sehr viel Spaß gemacht hat. Vielen Dank, vielen Dank. Aber bevor ich euch verlasse und wieder in die Zuschauerposition wechsle, sagen wir euch noch, was denn das wunderbare Versus-Spiel sein wird, in dem ihr jetzt antretet. Und zwar ist es Folgendes. Speedrunners. Jetzt erwartet uns ein Wettrennen im wahrsten Sinne des Wortes. Bei Speedrunners laufen, schwingen und springen Zweierteams unserer Häuser über vertrackte Hinderniskurse. Diese sind gespickt mit Stolperfallen, aber auch mit hilfreichen Items. Wer die Gegner weit genug abhängt, fährt einen Punkt für das eigene Team ein. Oder sogar zwei Punkte, wenn der eigene Teammate Zweiter wird. Ein Match endet, wenn ein Team vier Punkte erreicht hat. Zum Gesamtsieg sind vier Matches zu gewinnen. Da sind wir auch schon wieder. Und wir spielen einen absoluten Klassiker, würde ich sagen. In der absoluten Brieftradition hier bei Rocket Beans. Speedrunners wird gespielt in Teams. Ah, zwei Personen werden unsere Spielerinnen jetzt gegeneinander antreten. Und um die Wette laufen und versuchen, das gegnerische Team an den Rand des Abgrunds zu bringen und damit Punkte zu erspielen. Es wird wahnsinnig spannend. Es ist ein super cooles Spiel. Ich freue mich sehr. Liebe Teams, was ist eure Stimmung? Seid ihr gehypt für Speedrunners? Ja. Yes. Oh ja. Ja. Da sind mir freudestrahlende Gesichter. Wahnsinn, die Euphorie. Sie ist greifbar. Habt ihr die Steuerung vor Ort? Der Kaffee zieht mich aus dem Tief gleich wieder raus. Ja, geht mal die Steuerung. Guckt mal rein. 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 Gibt's eine Testrunde eben. Warte mal eine kleine Testrunde eben. Nein, wir machen keine Testrunde, liebe Leute. Wo sind wir denn hier? Das ist Haus an Haus. Hier gibt's keine Testrunde. Hier guckt man sich nicht die Steuerung an. Hier legt man einfach los und gewinnt, will ich hoffen. Wie ich sehe, sind die Teams schon versammelt. Das bedeutet, auf Seite von Team Rocket Games Wirt und Sabi. Ich ja. Und auf Seite von Team GameStar Michael Obermeier und Jules. Sehr schön. Schön, dass ihr da seid. Wichtig, wichtig, liebe Leute. Hört nochmal ganz genau zu. Also, ein Match endet bei vier Punkten. Wenn ihr es schafft, beide Teammitglieder des gegnerischen Teams an den Rand des Abgrunds zu bringen und selbst beide Teammitglieder zu überleben, bekommt ihr zwei Punkte. Und wir enden das Ganze mit einem Best of Seven. Das bedeutet, wer als erstes vier Matches gewonnen hat, ist der Sieger von Speedrunners. Vollkommen klar? Ja? Wenn die mehr überleben, das mehr Punkte. Genau. In einem Match habt ihr quasi die Möglichkeit, wenn ihr beide überlebt, mehr Punkte einzulassen für das Match. Verstanden? Aber jetzt keine Testrunde, oder was? Es gibt keine Testrunde, genau. Und es gibt auch ein Sudden Death. Das bedeutet, wenn ihr zu lange Gleichstand habt und es nicht schafft, den Gegner an den Rand zu drängen, dann gibt es ein Sudden Death. Und dann kann es sein, dass das Ganze schnell, schnell vorbei ist. Ich weiß, dass die obere Aktionstaste... Habt ihr genug getrunken, Leute? Seid ihr soweit? Wie sieht's aus? Seid ihr hydriert? Gebt mir nochmal ein bisschen Wasser. Da wird noch ein bisschen Wasser ausgeteilt. Das ist, glaube ich, ganz okay. Darauf können wir noch ganz kurz warten. Ansonsten macht euch bitte bereit. Ich meine, da hinten steht meins, glaube ich. Sollen wir auf bereit drücken oder sollen wir bereit machen? Sollte ich erstmal nur bereit machen? Dürfen wir drücken? Ihr seid bereit? Dann, Vitos, willst du loslegen? Ja, ich hätte gesagt... Anzählen. Was? Ich hätte gesagt, wir machen einen kleinen Countdown. Seid ihr bereit, liebe Teams? Ne, gib uns eine Minute. Okay. X ist ducken. Ja. Das ist rennen, logisch. Wasser? B ist springen. Und Y ist der Enterhaken. Okay. Ich hätte gesagt, den Rest werdet ihr noch herausfinden. Das denke ich auch. Das Spiel startet in 5, 4, 3, 2, 1 und go. Wir nehmen alle einmal A. So, da wird die Stage ausgewählt. Ja, mach richtig Bock. Wir spielen auf der Map. U-Bahn. Wir feiern es richtig. So, jetzt versuchen wir gleich mal herauszufinden, wer überhaupt wer ist. Ich glaube, Rot ist RBTV. Das ist korrekt. Genau, die schwarze Person dort unten in dem schwarzen Anzug und in dem pinken Anzug. Und dann haben wir Team GameStar mit dem orangenen Helden und dem roten Helden, der jetzt gerade hinten ein bisschen schon an dir rankommt. Oha, Pink. Oha, und da ist der erste Ausfall bei Team Rocket Beans. Wahnsinn. Wahnsinn. So schnell geht's. Das war schnell. Ein Punkt für Team Rocket Beans. Und es geht auch direkt weiter. Es gibt keine Sekunde Zeit, um sich mal auszuhuhen. Speedrunners ist ein Spiel der Hektik des Schnellseins. Da muss man schnell reagieren und darf sich keine Sekunde lang abdenken lassen. Man muss die ganze Zeit konzentriert sein. Jeder Fehler wird sehr hart bestraft. Gibt's friendly fire? Diesmal jetzt orange. Weiter vorne ist ja eben in der Runde ziemlich früh ausgeschieden. Macht das gut? Oh, und jetzt bleibt er hinten stehen. Ich kann nicht mehr rennen. Warum? Da war anscheinend ein Taunt oder so etwas ähnliches, wo irgendeine Emotion, die da gezeigt worden ist von der Figur. Das bedeutet, wird es hängen geblieben. Und jetzt also ein knappes Duell zwischen Team Rocket Beans und Team GameStar. Vorsicht gegen den Rand. Aber das sieht gut aus. Das sieht gut aus wie von beiden. Und da bleibt die orange Person hinten hängen. Und ein weiterer Punkt für Team Rocket Beans. Sehr, sehr stark. Damit 2 zu 0. Und weiter. Und jetzt. Start verpasst. Alle drei da gleich auf. Nur orange hinkt ein wenig hinterher. Kann aber auch etwas... Oh, schöner Einsatz vom Hinterhaken. Das vorne von Team Rocket Beans. Sehr schön. Genau, es gibt auch Items, wie man hier schon an einigen Stellen sieht. Wie jetzt zum Beispiel diese Rakete. Es ist ein bisschen wie 2D Mario Kart, kann man sagen. Vielleicht etwas hektischer. Ein bisschen hektischer. Noch hektischer. Ich glaube, noch ein wenig hektischer. Und ich glaube, auch hier können Freundschaften wirklich nachhaltig beschädigt werden. Ich wäre enttäuscht, wenn es nicht so wäre. Ja. Das gilt aber auch für ganz Haus an Haus. Das gilt. Also wenn alle hier hinterher mit guter Laune rausgehen. Das gilt generell auch in der Redaktion bei Rocket Beans. Genau. Das gilt generell. Das gilt generell. Aber da auch nur Flüge. Oh, scheiße. Oh, 3 Personen bleiben in der Redaktion. Also Wahnsinn. Pink. Pink ist Wahnsinn. Wahnsinnig. Gute Performance. Sehr gut. Wirklich, sehr gut gemacht von Pink, von dem Held im Einhornkostüm. Ich glaube, das ist Sarah. Ich glaube auch. Also ich glaube, Sarah ist da absolut am Rasieren. Jetzt hier schon der Turbo Boost. Und dann einmal den Hinterhaken geschnappt und schön sich an den Rieken herangehangen. Pakete Fleaks. Zwei ausgenockt. Sehr gut. Team Rocket Beans braucht nur noch einen Punkt, um dieses erste Match zu gewinnen. Nein, ich teute schon wieder. Er teute aber richtig lange. Insgesamt sind ja dann vier Matches zu gewinnen. Also es ist auf jeden Fall noch alles drin. Es bleibt spannend, aber es wäre natürlich auch gut für Team Rocket Beans da in Führung zu gehen. Aber Team Gamestar ist hier leicht im Vorteil. Könnte sich, wenn beide überleben, zwei Punkte einheimsen. Das wäre natürlich wichtig, um nochmal ranzukommen. Aber Sarah lässt da nichts anbrennen. Gar kein Problem. Sehr, sehr stark gemacht. Ja. Wir haben ja auch eben in Hotline Miami 2 die Musik gelobt. Die Musik hier bei Speedrun, das ist natürlich genauso hektisch, genauso spaßmachend. Dann seht ihr übrigens, dass der Rand wird immer größer, das heißt, es wird auch immer weniger. Sehr gut. Ein Punkt für Team Gamestar. Mein Vater freut sich so sehr. Immer weniger Fehler machen. Ich glaube, Julius war das, der da den Punkt für Team Gamestar eingeheimst hat. Und da Wirt gleich nach vorne gelaufen. Gar kein Problem. Er hat Wirt am schnellsten geschaltet und das wird natürlich belohnt auch bei diesem Spiel. Oh, aber ein guter Interhaken von Team Gamestar. Sehr, sehr gute Aktion von Julius. Das war Michi. Nee, ich glaube, es ist Michi. Ich bin der Taucher mit dem roten Held. Das war Michi. Kann man eindeutig erkennen. Oh, schön vorne. Gutes Teamwork. Und damit geht das erste Match an Team Rocket Beans. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben ein Punkt für Team Rocket Beans Best of Seven gespielt. Drei weitere und sind es geschafft. Jetzt sind die Leute natürlich auch so ein bisschen in der Steuerung drin, ne? Also ab jetzt kann's auch richtig losgehen. Es gibt auch keine Ausreden mehr. Es gibt auch keine Ausreden mehr, ganz genau. Die Bombe ist einmal Bombe legen und wenn das zweite Mal die gleiche. Ja, willst du Kopfhörer nehmen? Und es wird nochmal die gleiche Map gespielt, wie's aussieht. Und es geht weiter. Map bleibt ja gleich. Schauen wir mal. Sarah wieder vorne. Dicht gefolgt von. Jetzt wird. Und da werden Kisten gelegt. Kisten verlangsamen natürlich die Gegner. Sehr hilfreich. Und da bleibt Sarah ein bisschen hängen. Hätte gut werden können, aber es hat alles noch und alles gut. Alles drin. Wirt hat da vorne die Führung. Wirt. Wahnsinnig. Guckt euch das an. Das sind zwei Punkte für Team Rocket Beans. Zwei Punkte. Nice. Sehr gut. Oh, da werden strategisch günstig Kisten gelegt, um die Gegner so ein bisschen ins Hintertreffen geraten zu lassen. Nicht schlecht von Team Rocket Beans. Wirt ist jetzt auch drin. Sieht man? Ja, absolut. Guckt euch das an. Gut am Performer wird. Macht das exzellent. Kämmt sich da seinen Weg durch die U-Bahn. Dicht gefolgt von Sarah. Und auch Michi am Leben. Oh, aber Michi. Michi hat das aus mit dem Enterhaken. Der hat das aus. Eieieiei. Und da wird überholt. Stark gemacht. Aber das hilft natürlich nur so weit, wenn der Gegner auch wirklich am Rande des Bildschirms dann irgendwann verschwindet. Und da gibt's einen Speedboost. Und da ist Wirt wieder vorne. Hat jetzt auch ein Item. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Jetzt... Ah, Rakete geht drinnen. Auch wieder hinterhaken. Wahnsinn. Wahnsinn. Geil. Knappe Runde. Knappe Runde. Uuuui. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das ist richtig spannend. Uuuuuhhhh. Ja, da haben wir die Menge. Schön. Cool. Knappe Runde. Knappe Runde 3. Genau. Im Match 2. Stark. Ja, wieder... dichtes Gerangel. Da muss ich erstmal einen kleinen Vorteil erarbeiten, natürlich. Aber jetzt wird ein bisschen hinterher. Ebenso gut. Und jetzt ein bisschen hängen geblieben, leider. Aber alles noch im grünen Bereich. Sarah weiter vorne. Ja, Sarah macht das exzellent. Sehr konstante Performances. Immer mindestens so unter den letzten drei, letzten zwei gewesen. Oh, da kommt der Bora. Guckt euch an. Oh! Meine Güte. Da hat Sarah schnell reagiert. Sich schnell drangehangen an den Bora. Hat doch so ein bisschen was von Spider-Man. Wie sich da die Leute an den Wänden hangeln. Oh, da. Absolut, absolut. Und hier Sarah wieder ganz vorne. Da hat sie den ersten ausgeschaltet. Ja, Julius ist draußen. Michi holt grad gut auf. Macht das gut. Hat jetzt so Kisten bekommen. Die helfen natürlich jetzt hier hinten nicht so richtig. Hätte er wieder eine Rakete vielleicht bekommen sollen. Aber da, ja. Gar kein Problem. Die beiden setzen sich durch, holen wieder zwei Punkte. Und damit ist auch Match 2 an Rocket Beans gegangen. Damit 2 zu 0 gegen Team GameStar. Jetzt kennen sie glaube ich auch so ein bisschen die Map. Wir haben es eben bei Wirt gesehen. Der da schnell reagiert hat und gut die Map-Kennis ausgenutzt hat, um die Kurven abzukürzen. Das ist eigentlich das Richtige. Die Kurven abkürzen und schnell über die Hünder sind rüber. Fuck ey. Und das hat sowohl Sarah als auch jetzt sehr, sehr gut gemacht. Muss man so sagen. Ist natürlich auch ein Spiel mit wahnsinnig hohem Frustfaktor. Genauso wie Hotline Miami 2, wenn man dann nicht in den Flow kommt. Aber, ich denke unsere Kontrahenten machen das schon ziemlich gut. Ja. Und man muss auch sagen, Team GameStar hat ja noch alle Möglichkeiten. Ist ja noch lange nichts entschieden. Auch die werden sich jetzt eingespielt haben. Ja. Man sieht das auch hier ganz gut. Ausgeglichenes Feld, Sarah wieder vorne. Ach, shit. Rennt da aber in ein paar Hindernisse rein. Ja, jetzt mal. Ach, shit. Gut gemacht von Julius. Oh, und da kommt der Gugel. Schöne Hinterhaken. Oh, fuck. Oh, und der läuft kurz in die falsche Richtung. Hat kurz den Weg nicht richtig gesehen. Macht da noch ein paar Stretches. Und das wird natürlich sofort bestraft. Aber... Stretchen ist wichtig. Stretchen ist wichtig. Das macht man normalerweise vor dem Lauf, oder? Und nicht während des Laufes. Das ist natürlich... Das ist natürlich die Krux an der Sache. Aber jetzt hier wieder ein 1 gegen 1. Michi gegen Sarah. Und es schaut gut aus für Sarah. Aber da geht der Hinterhaken gegen die Wand. Ja, Sarah bleibt ein bisschen hängen. Michi kann rankommen. Michi hat gerade kein Item. Sarah hat noch den Hinterhaken zur Not. Wer macht den ersten Fehler, ist jetzt die Frage. Es gibt einen Speedboost. Oh, beide Hinterhaken. Jetzt wird's spannend. Da wird er erst eingesetzt. Und stark gemacht von Michi. Das ist meiner nicht funktioniert. Warum hat der... Mann. Mach's gut, mach's gut. Ich hatte doch einen Konterhaken. Der Platz wird immer enger. Weniger Möglichkeiten für Fehler. Oh, schön gemacht von Sarah. Und Sarah setzt sich durch. Wahnsinn. Eieieiei. Ein gezielter. Behält da die Ruhe. Behält die Nerven. Ein gezielter Einsatz von dem Kletterhaken. Aber ohne Probleme. Ohne Probleme. Jetzt ein kleiner Fehlstart von Tim Harabins. Aber alles noch im Rahmen. Jetzt mal Team Games da vorne. Aber werden auch schon wieder direkt überholt nach einer Zeit von Sarah und Beat. Das geht auch einfach schnell hier bei diesem Spiel. Man muss das hier wirklich keine Fehler erlauben, weil das erlaubt dem Gegner dann wirklich sofort zurückzuschlagen. Und dann guter Einsatz vom Kletterhaken. Aber direkt die Kontrolle. Das ist Wahnsinn. Chat, wir können euch lesen. Mach mal ein bisschen Motivation hier. Ja, Michi ist da jetzt schon... Hier können wir euch lesen, ja. Hier können wir euch lesen, ja. Hier können wir euch lesen. Vorne gerade. Aber es reicht nicht ganz. Aber es reicht nicht. Er verliert eine Geschwindigkeit. Und Sarah kämpft sich wieder nach vorne. Wahnsinn. Ja, Sarah hat's jetzt raus. Das merkt man einfach, ne? Benutzt hier noch oben die Kletterhaken-Fähigkeit, um hier schneller über die Kurve zu kommen. Das war einfach eine starke Performance. Oh, das ist jetzt fett. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Aber Michi gibt sich nicht geschlagen. So muss das sein, er muss kämpfen. Kämpfen, Junge. Oh, aber ein ganz brutaler Interhaken von dir. Ein ganz brutaler. Und damit zwei Punkte auf das Konto für Team Rocket Beats. Das heißt, auch dieses Match könnte jetzt zu einem Matchpoint kommen oder ist bei einem Matchpoint. Das heißt, wir sind hier mit dem dritten Matchfeld auch gleich durch. Aber da wird Wirt direkt eliminiert. Das ging schnell. Das ist eine 2 gegen 1-Situation. Ist natürlich die Frage. Könnte Team Gamestar da jetzt mal zwei Punkte einem halben sind, indem man Sarah da etwas raus an den Rand drängt? Das wäre natürlich super viel wert. Da würden sie einfach direkt wieder mit aufschließen. Und das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus wie von der Team Gamestar. Aber Sarah lässt sich nicht runterkriegen. Sarah bleibt dran, kämpft sich da. Wieder auf Augenhöhe. Jetzt hier den Walljumps. Ordentlich gemacht. Oh, ein brutaler Interhaken von Team Gamestar. Versiehnte zwei Punkte. Absolut. Es ist spannend. Die sind alle hellwach. Da geben auch Tipps. Wird hier auch angefeuert von der Seitenlinie. Rennen. Das sind natürlich die Bankspieler, die man auch braucht. Die dann einen anfeuern, die nicht wütend sind, dass sie nicht an der Reihe sind, sondern Tipps geben. Uiuiui. Der Interhaken ist auf jeden Fall ein beliebtes Item, wie wir hier sehen, aber auch ein extrem gutes. Man kann damit einfach den Gegner sehr schnell aus... Und das war's auch schon. Das war's. Runde drei ist durch. Das bedeutet, Runde vier, das könnte jetzt ein Matchpoint für Team Rocket Beans werden. Aber noch ist alles drin. Noch? Ist alles drin. Wir haben auch gerade gesagt, Team Gamestar kam jetzt langsam ein bisschen rein, hat es die ersten guten Punkte gekriegt. Also... Ist natürlich die Frage, können sie dieses Momentum aufhalten? Und da wieder ein paar Punkte einhalten. Das wäre natürlich wichtig. Im Chat. Muss ich mal sagen. So, jetzt. Da geht der das. Viel Motivation, Gamestar. Go! So, jetzt kommen wir vielleicht in die finale Runde. Scheiße, da ist eine Wand. Die hat sich ein bisschen verkalkuliert mit der Wand. Die ist neu. Die war da vorher nicht. Die ist neu, wird hier gesagt. Oh, schöner Hinterhaken. Auch neu sind ja übrigens auch die Couchen. Von Adobe gesponsort. Vielen lieben Dank. Da nochmal. Und die könnt ihr auch gewinnen, wenn ihr wollt. rbdv.to slash Sofa. Könnt ihr mal raufkicken und reingucken. Wenn ihr Bock habt auf neue Sofas im 1 Grad Design. Die sind nicht nur wunderschön, sondern die sind auch richtig bequem. Ich hab mich da eben schon mal ein bisschen reingelegt. Oh, schöne Rakete hier. Team Rocket Beans leicht im Vorteil. Nein! Aber Gamestar ist noch dran. Ist die Frage. Kommen sie da nochmal ran? Ja, das könnten wir die nächsten 2.000. Und Julius ist auch 2.000. Zwei Punkte für rbdv. Und damit natürlich einen großen Schritt näher dem Siege hier im Spiel 11. Was natürlich auch 11 Punkte gibt. Und das sind wichtige Punkte. Wichtige Punkte, die die GameStar auch noch gebrauchen können. So ist es nicht. Aber ich glaube, was die Spieler hier noch nicht richtig gemerkt haben, ist, dass Kisten nicht zum Einsammeln da sind, sondern ein bisschen Speed rausnehmen. Ja, ist auch schon spät. Boah, früh. Ja. Sowohl als auch wahrscheinlich. Sowohl als auch früh. Für uns früh. Für die Spieler spät. Aber hier wird. Der legt ordentlich vor. Legt da ein paar Items in den Weg. Jetzt die Rakete. Oh, schöne Rakete. Oh, ein fantastischer Hinterhaken. Meine Güte. Richtig gut gemacht von Julius. Verliert da aber Zeit an der Ecke. Ja, diese Ecke haben wir noch nicht so richtig raus, während Team Rocket Beans da ganz entspannt rumschwingt. Nein. Oh, an der Ecke hängen geblieben. Achtung, Glied. Alles gut. Ja, Sarah. Wieder souverän in der Führung. Stolper da. Und dann kommt die Kisten. Aber es ist alles, alles gut. Du musst dich gar nicht hetzen. Wir machen das Ganze so. Michi muss jetzt natürlich dranbleiben. Weil wenn Michi jetzt ausscheidet, dann gibt's zwei Punkte für RBTV. Und damit hätten sie das Spiel gewonnen. Das ist natürlich jetzt ganz wichtig, dass man das ... Oh! Und da kommt der Enterhaken. Ist aus der Luft gefischt. Und damit haben wir einen Sieg für Team Rocket Beans. Herzlichen Glückwunsch, Sarah und Wirt. Mann, 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 das war auf jeden Fall interessant und auf jeden Fall sehr hektisch. Sehr, sehr hektisch. Team GameStar, seid ihr am Ende langsam reingekommen oder wie war es für euch? Was? Wie es für uns war. Ich verstehe die Frage nicht. Also seid ihr reingekommen am Ende oder wie lief's so? Ähm, ja. Also, es war am Anfang mit der Steuerung ein bisschen irritierend, weil ich die ... Weil eigentlich ... Man kennt's ja schon. Ja, ich dachte die ganze Zeit, wir sind die Blauen. Mega Performance. Bis wir gemerkt haben, dass wir das andere Team sind. Was wir gar nicht so richtig gemacht haben, ist, ihr habt ja da schon so teammäßig zusammengearbeitet und hab ich auch mal abgesprochen. Ich glaub, wir haben uns dauernd gegenseitig abgeschossen. Ja, ich wusste gar nicht, dass du mitspielst. Oh, 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 oh. Das ist natürlich hart. Bei Team Rocket Beans sah's auf jeden Fall ganz gut aus. Aber weird. Was ist denn da los? Warum stretchst du dich denn einfach so mitten im Rennen? Das macht man doch nicht. Doch. Doch, ich mach das. Ich hab keine Ahnung. Ich hab mir auszusehen irgendwie mal den Bumper reingedrückt und dann kam's zum Stretchen. Ich weiß auch nicht, was da los war. Ist ja alles so schlimm. Ja, offensichtlich hat's nicht geschadet, weil Rocket Beans hat ja das Spiel gewonnen und es ist natürlich jetzt spannend, auf den Punktestand zu blicken. Und damit haben wir 60 Punkte für Team RBTV und sechs Punkte für Team GameStar. Da ist tatsächlich noch alles drin und es fehlt nur eine Null. Nämlich hinten für Team GameStar. Das stimmt. Das sieht schlimmer aus als... Wow. Wow. Aber wenn man mal aufs Punktetableau guckt, das letzte Spiel bringt 24 Punkte und dann wärt ihr schon wieder auf dem Gleichstand. Also, es ist noch alles drin, liebe Leute. Es ist noch alles drin. Es bleibt spannend. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt noch eine ganz kleine Werbung und sind dann gleich wieder hier bei Haus & Haus. Ausgabe 3. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo, Vitus. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wunderschönen guten Morgen, Steffen. Wie geht's dir? Ach, ich bin gut, gelaunt, ausgeschlafen. Mir geht's fantastisch. Ich hoffe, unseren Spielerinnen geht's auch fantastisch, denn die werden jetzt gleich sich wieder zusammenraufen müssen und müssen gleich wieder im nächsten Spiel antreten. Spiel Nummer 12 steht auf dem Tableau und sie bringt zwölf Punkte, wie der Name schon sagt. Ja, es wird spannend. Kann Team GameStar aufholen, ist die Frage. Ähm, wir können schon mal so viel verraten. Es wird wieder ein Versus-Spiel. Aber welches Spiel denn jetzt gespielt wird, das sehen wir jetzt mal ab. Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2. Ab auf die Bretter, die die Welt berollen. Unsere Teams stürzen sich in den Multiplayer-Modus des neu aufgelegten Klassiker-Duos Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2. In einem Best of Nine werden je drei Runden in Drei-Spiel-Modi gespielt. Beim Trick-Turnier geht es darum, den höchsten Score einzufahren. Beim Fangen tippt man den Gegner an und fährt davon. Es verliert die Person, deren Timer zuerst auf Null fällt. Bei Graffiti wiederum werden Objekte auf dem Kurs durch Tricks eingefärbt. Es gewinnt das Haus-an-Haus-Team, das zuerst fünf Matches für sich entscheidet. Auch ein absoluter Klassiker. Und ich glaube, mindestens eine Person in Team Rocket Beans leckt sich jetzt schon die Finger. Hallo, das bin ich. Das ist nämlich Michael Kuckmann. Der absolute Skate-Pro und Tony Hawk's Pro Skater-Pro. Kann man auf jeden Fall sagen, Kobi, oder? Ey, ich find das vermessen, das so zu sagen. Vor allen Dingen, wenn die Gamester mithört. Aber ich hab mal ein Event ausgetragen dazu. Und... War... War geil so. Also, wir sagen mal Folgendes. Ihr spielt hier eins gegen eins. Ja. Und da wäre es doch eigentlich ganz gut, wenn man zwischendurch auch mal ein bisschen durchrotiert, oder? Nööö. Doch, ey, find ich auch. Sarah, fang mal an. Nee, komm, ich fang mal an. Ich rotier gleich. Also wir spielen ja insgesamt neun Runden, bzw. ein Best of Nine. Drei Runden Trick-Turnier, Drei Runden Fangen und Drei Runden Graffiti. Ey, fangen, wirklich fangen? Fangen. Und wer die fünf Matches gewinnt, der bekommt die zwölf Punkte für dieses Spiel. Ihr bekommt beide ähnlich gute Charaktere. Und wir spielen Trickturnier auf der Map Lagerhalle, fangen auf Skatepark und Graffiti auf der Map Burnside. Jeweils fünf Minuten pro Runde. Okay. Ja, soweit verstanden. Ist das Blitzkreen? Weiß ich nicht. Nee, warum? Welches Jahr haben wir? Also jeder für sich vergleicht die Scores wahrscheinlich, schätze ich. Das ist 2022. Also Trickturnier ist einfach, wer am Schluss mehr Punkte hat? Ganz genau. Holt so viele Punkte wie möglich. Das Trickturnier fangen. Da geht's natürlich darum, wie es schon der Name sagt, den Gegner einzuholen. Und wer am Ende sozusagen der Fänger ist und der Timer geht auf null, hat verloren. Und zum Schluss bei Graffiti ist es so, dass ihr mit Tricks Objekte in eurer Farbe einfärbt. Und je besser die Tricks sind, desto besser ist es sozusagen gefärbt, das Objekt. Und der Gegner muss dann versuchen, mit besseren Tricks die Farbe zu klauen. Genau, zu klauen, kann man sagen. Bisschen wie Splatoon, nur mit Skateboards. So. Habt ihr das soweit verstanden? Ja. Dann mach ich Graffiti. Seid ihr bereit? Ey, alles cool. Aber das ist jetzt schon das Splitscreen jetzt, oder? Da gibt's noch bessere Tricks. Wie weit ich mich vorbeuge? Ich weiß, ich weiß auch nicht. Möchtest du dich hier vielleicht mit uns auf die Couch setzen? Willst du auf unsere Couch? Nee, passt schon. Alles gut. Stink ein bisschen. Also, seid ihr bereit, liebe Contra-Henten? That's do we all. Ja, klar. Sehr gut. Dann würde ich sagen, Vitus, willst du wieder runterzählen? Kann ich sehr, sehr gerne machen. Dann zählen wir runter. Es geht los in fünf, vier, drei, zwei, drei, zwei. Ah, sind wir nicht so weit? Ich drück mal auf annehmen. Ja. Muss ich? Ich weiß nicht, wer hier die Macht hat, ehrlich gesagt. Achso, warte mal. Du bist eins. Ich glaub, du darfst einmal starten. So, nehmt bitte folgende Charaktere. RBTV bitte Elissa Steamer und Gamestar bitte Steve Caballero. Oh, müssen wir nochmal starten. Nee, das sind sie. Ist so, kann losgehen. Ja? Ja? Okay, gut. Passt. Wer ist denn jetzt? Kann es losgehen? Ich bin die Dame. Ich glaube, die spielen schon. Also, das tut uns jetzt natürlich leid. Kannst du mal reinkommen? Da sind wir auch drin. Ja, müssen wir ein bisschen reingucken werden. Bis jetzt wurde nur Skateboard gefahren. Ja, ja. Zum Glück haben wir nichts verpasst. Das ist doch gut. Genau, wir sehen hier auf der linken Seite Team Rockfeans und sind auf der rechten Seite Team Gamestar. Natürlich würde dieses fantastische Spiel noch begleitet werden von einem fantastischen Soundtrack, den wir natürlich aus rechtlichen Gründen hier nicht hören dürfen. Aber stellt ihn euch einfach vor. Stellt euch geile 90s Rockmusik vor. Du bist so gut. Ansonsten macht den Musikplayer an bei euch. Spielt ein bisschen Musik. Nee, lasst mich einfach machen. Lasst natürlich den Stream laufen. Das ist wichtig. Ich hab früher immer, wenn ich solche Spiele gespielt habe, Winham. Winham. Ich hab 30.000. Und hab darüber dann meine Musik gehört. Oben sieht man übrigens auch den Score. Oh shit. Oh, das war ein gute Trick-Kombo hier von Team Gamestar. Nicht ganz gestanden leider. Sonst hätte das auch nicht Punkte gegeben. Ja, aber man sieht schon, Krogi ist schon ein Stückchen weit vorne, würde ich sagen. Ja, aber man sieht hier auch ganz gut. Der Obermeier, der hat hier auf jeden Fall die Trick-Kombos am Start. Muss die aber halt am Ende auch stehen. Und da hat er es geschafft. Da sind mal locker 371.000 Punkte auf seinem Konto. So schnell geht das. Gut? Nee. Ist natürlich auch... Ist es falschrum. Wir sind die Frau. Achso, es ist falschrum. Falschrum. Wenn er blau ist, auf der rechten Seite ist also Team Rocket Beans. Leichte Verwirrung. Leichte Verwirrung. Das passen wir bestimmt gleich nochmal an. Entschuldigt bitte da, äh, das. Keine Ahnung, wie er das macht. Aber er macht das gut. Das heißt, wir haben rechts Team Rocket Beans, links Team GameStar, Michi am Controller. Aber ja, Krogi sieht man hier schon, der kennt seine Spots, ne? Ein bisschen grinden, ein paar Walljumps und dann ist das Ganze hier auch schon gemacht. Und dann gibt's einfach mal ein paar... Oh, eine Millepunkte. Wahnsinn. Der meinte ist der easy way to win. Ey, aber wie viele Klicks hat das Video? Damit schon zehnfacher, äh... Vorsprung für Team RBTV. Haben noch drei Minuten auf die Uhr. Ja, und so, ey, komm, es geht nochmal. Also einfach Punkte, 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 Punkte. Schlagzeugspiel und Skateboard fahren. Und Eichhörnchen, das mag ich einfach. Ach, ihr seid auf einer mehr. Ich lese es gerade auch schon im Chat, das ist natürlich von uns angedacht, dass wir die Screens vertauscht haben, einfach um zu gucken, wer ist noch wach von den Zuschauern, wer ist gerade aufgestanden, hat das sofort gecheckt. Das ist natürlich nur ein Test. Richtig. Und wer es geschafft hat und verstanden hat, der bekommt einen fantastischen Preis. Könnt ihr euch dann abholen bei mir zu Hause. Wo das ist, werde ich euch nicht verraten. So. Ich finde, das war ein guter Trick. Ich finde auch, der war... Aber ja, die Trick-Kombo hier unten funktioniert auf jeden Fall gut, die Grinds und die, ähm, Hops. Macht aber noch einen guten Job, die Erre. Auch Rolljumps. Ist zwar super, super souverän, was Krogi da abliefert, aber man muss auch sagen, Team Gamestar macht das nicht schlecht. Also Michi, weißt du auch, was er tut? Ich glaube, ich hätte nicht so viele Punkte jetzt nach diesen drei Minuten. Und man muss auch einfach sagen, Team Gamestar liefert hier auch ein bisschen was fürs Auge, ne? Die liefern hier mal unterschiedliche Trick-Kombos, spannende Jumps, schöne Tricks. Auch wenn die nicht immer gestanden werden. Aber ja, Krogi, der geht da einfach auf die Nummer sicher, sag ich mal, ne? Ja, der spurt da seine auswendig gelernte Sache ab und... Ich bin bald hat hier in 20 Stunden Riff. Und es geht immer weiter. Ja, wir wurden auch gerade nochmal darauf hingewiesen von der Regie, dass rechts Team Rocket Beans ist und links Team Gamestar. Wie gesagt, nur ein Test. Nur ein Test, genau. Es wird gleich getauscht. Es wird gleich ausgetauscht. Der Test ist vorbei, es wird gleich ausgetauscht. Die Leute, ihr müsst es nicht weiter in den Chat schreiben. Alles gut. Wir haben es verstanden. Wir haben es gleich. Da wird jetzt schon im Chat spekuliert, wo ich wohne. Ich werde es nicht verraten. Ob es Deutschland ist, wer weiß. Wer es ein bisschen wissen möchte, einfach 500 Euro an meinen Paypal. Strategiespiele und Formen. Finde ich es deutscherweise. Ihr könnt auch einfach mir Paypollen, vielleicht sah ich es euch. Wenn da die Summe stimmt. Paypollt uns einfach beide am besten. Das funktioniert eigentlich immer. Dann soll ich auch nochmal Sicherheit machen. Was gibt es für wertvolle Dinge bei dir zu Hause? Puh. Vielleicht mein Rocket Beans Merch. Das kann man sich ja auch einfach kaufen. Shop. Ja. Erbegt dir. Ging das noch. UTO. Slash. Shop. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch die falsche Adresse. Ich weiß es nicht. Ich glaube es für sie. Ich glaube es für sie nicht. Ihr werdet es finden, wenn ihr es sucht. Ich kann noch was anderes Cooles. Wie bei allen Rocket Beans Mitarbeitern sind das wertvollste in unserem Besitz unsere Merch. So, noch 10 Sekunden auf der Uhr knapp. Und ich glaube, das ist relativ safe. Fünf, vier, drei, zwei, eins, vorbei. Und damit geht Runde eins an Team Rocket Beans. Ja, da wird noch ein bisschen alles ausgeschöpft. Ja, da wird es dran. Wir machen alle drei Modi, jeder einmal, oder was? Ja, ich bin raus jetzt. Nein, du machst schon die beiden auch noch einmal. Ja, ich will doch mal hier sitzen. Genau, ihr wechselt schön immer durch, bitte. Wir wollen es ja auch fair halten. Ähm, und wir spielen eine weitere Runde Trickturnieren natürlich und, ähm, auf der gleichen Map. Fünf Minuten, wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Ja, ihr könnt einfach direkt weitermachen, würde ich sagen. Wir sehen so ein ganz kleines, kleinen Ausschnitt Fenster. Es wird langsam wieder hell. Oh, es wird heller. Es wird hell draußen? Stimmt. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal die Sonne gesehen habe. Bisschen her. Gleich erwachen wir aus diesem bösen Traum. Das ist nur eine Simulation. Wie gesagt, die Hälfte habt ihr fast geschafft. Das Haus geht gleich los. Macht euch keine Sorgen. Es wird von hier aus nur besser. Ich bin Freddy Krueger. Team Rocket Beans ist Elissa Steamer, bitte. Und Team GameStar Steve Caballero. Damit wir hier ausgeglichene Charaktere haben. Ja, so. Okay, und wie spielt man schon? Nur, weil die Pips falsch rum waren, sonst. Genau. Wir spielen nicht fangen, wir spielen weiter Trickturnier. Ja. Dreimal Trickturnier, dreimal fangen, dreimal fangen. So. Sarah hat es gecheckt. Sarah hat es genau verstanden. Und deswegen meinte ich... Wann Gerstensaft? Wann? Wann ist der Blüschung? Da steht doch einer. Wir warten hier, bis das Spiel noch einmal ready ist. Ja, wir hatten... Wir haben bei mir gechillt. Das war cool. Jetzt drücke ich mich von der Wand ab beim Sprung. Ich habe meine Freunde zu mir nach Hause eingelassen. Das war sehr schön. Ja, denn wir haben Freunde und keine Kollegen. Wieder Ansagen hier. Ich habe einen Unterschied hier. Von RBTV in Richtung GameStar. Ich glaube, wir sind jetzt dann auch gleich soweit. Darf er? Darf er? Darf er, das ist ja nicht gespielt. Ja, schaut gut aus. Wir dürfen machen, was wir wollen. Ich mache es noch mal eine Runde und dann weg. Ja, genau. Also, wir machen es entspannt heute. Ich habe das mal vor... Seid ihr so... Wir haben Trickturnier, wir haben 5 Minuten, wir haben die Lagerhalle. Seid ihr bereit, liebe Leute? Ja. Dann legt bitte los mit Runde 2. Trickturnier, Tony of Spro Skater. Wir gehen rein. Auf geht's. Wir gehen rein jetzt. Auf geht's. Motivation. Jetzt, okay. So, und... Ich bin links oder ich bin rechts. Los geht's. Wir haben etwas verbessert, können wir sagen. Ich bin links. Ich bin nicht frei. Links ist in diesem Fall... Hier kann ich nicht. Hier, genau. Und rechts ist Michael Obermeier. Das war schon mal ganz geil. Nose ist tall. Ja. So, und jetzt wird es auf jeden Fall ein bisschen interessanter. Ach, come on. Unmatch. Ja. Wir haben jetzt den eingespielten Michi. Denk mal an Entertainment. gegen Wirt, der jetzt quasi gerade vom Skateboard fällt, aber natürlich auch, wenn wir im Team Games dann nächste Runde einmal durchwechseln, damit wir hier auch Chancengleichheit haben. Das versteht. Das muss ja hier alles seine Ordnung haben. Ich wusste, wer hätte mich gewinnen. Mögt ihr eigentlich frische Bolognese gerne? Man muss aber jetzt sagen, also bei Wirt, ich glaube, da sind blutige Knie und Ellbogen schon am Start, so ob der jetzt gerade hingefallen ist. Ja, aber auch Kleinvieh macht Mist, kann man auf jeden Fall sagen, ne? Man kann auch mit kleineren Tickspunkte sammeln und hier zum Beispiel ein schöner kleiner 360er Kickflip hinterher oder ein 450 Melon. Ich lese das einfach nur ab, ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet. Einen Heelflip habe ich gerade gesehen, einen Kickflip, also das schaut doch gut aus. Ich bin auch nicht gekickt hier. Jetzt sehen wir auf jeden Fall mal ein paar ordentliche Tricks hier, ne? Nicht immer nur rumgrinden und gegen die Wand springen. Das ist so ein langweiliges, gelevelte Track, so. Nee, wir wollen ja Action sehen, wir wollen ja realistisches Skaten sehen. Richtig, das ist ja ein Simulator hier, das ist ja kein Funspielen. Das ist ja alles wie in echt. Ist das von euch, oder? Also dann macht mich der Oma ja auf jeden Fall, ähm, macht's auf jeden Fall ganz gut, kann man auf jeden Fall sagen. Liegt da in Führung. Liegt da in Führung. Auch Wirt sammelt jetzt ganz entspannt ein paar Punkte an. Muss man auch einfach mal so sagen, ungewohnter Anblick, GameStar, deutlich in Führung. Aber geiles Kickflip bei Wirt. Das hätte jetzt nicht sein, nicht in Wirt. Ey, die Kickflip, du kannst auch mal bei Wirt, da kannst nix sagen. Man muss auf jeden Fall sagen, Wirt spielt sich jetzt langsam ein, ähm, hat eben gesagt, hat es vorher nicht so richtig gut gespielt, aber der Hospital-Flip hat leider nicht ganz so richtig funktioniert. Fast. Ja, aber das schaut souverän aus bei Michi, wie er da durch den Skate-Parcours seine Tricks performt. Hat auch ein Spezial, ich weiß jetzt nicht wirklich, was das bedeutet. Äh, es gibt so Spezial-Tricks, die man ausführen kann, aber ich weiß nicht, ob... Ja, das tut's aber lehren. Also, wie man jetzt ausschreibt ist. Und alle haben andere Spezial-Tricks. Und gibt, der gibt wahrscheinlich auch extra Punkte, wenn man weiß, wie man den ausführt. Natürlich, natürlich. Eigentlich ist das der Trick. Erst Spezial-Trick, dann grinden bis zum Kotzen und dann richtig abkassieren. Genau, und hinten gibt, äh, Kogi auf jeden Fall auch gute Tipps. Ich hab nur den von Tony auch gelernt. Ja. Spezial-Tricks, grinden und richtig abkassieren, würde ich sagen. Wo ist es? Immer abkassieren. Also, wenn, wenn ihr zuhause auch Turing als Prost mit der Prost werden sollt, dann einfach abkassieren. So einfach ist es. Geht in meine Masterclass, Leute. Ich erkläre euch das Abkassieren. Geht in die Gruppe. Geht in die Gruppe. 56k im Monat, Leute. Also Punkte. Könnt ihr auch die 40 Prozent kriegen. Ah. So, die Hälfte der Spielzeit ist hier vorbei. Und das sieht ganz gut aus für Team Games dann gerade. Aber wie gesagt... Er ruft sich da gerade noch so ein bisschen ein. Fällt auch öfters noch ein bisschen hin. Aber hat schon ein bisschen mehr Sicherheit. Ja, muss ich auch, wie gesagt, erstmal einspielen. Und wie gesagt, wir wechseln auch gleich nochmal durch. Das bedeutet, auch andere Leute müssen hier mal beweisen, wie gut sie denn skaten können. Oder eben nicht skaten können. Au! Das wär ein schöner Trick gewesen von Michi hier. Hat zwar nicht ganz gestanden am Ende. Sah sehr vielversprechend aus, aber ist dann auch die Knie gestürzt. Boah! Da ist er speziell wieder aufgeladen. Und da schiebt er einfach mal die Barrikade aus dem Weg. Steht ja vorne. Das ist jetzt hart vom Skaten. Noch eine Minute 10 auf der Uhr. Immer noch den GameStar innen führen. Hier läuft im Kopf super, man. Wirklich. Hammer. Hör mal. Ah, da muss man auch einfach sagen. Da hat sich ja Obermeier jetzt hinter die Oberhand und den Sie zuerst. Ich glaub, das dürfen wir nicht. Haben wir das gleichzeitlich angefangen zu sehen? Nein, ich bin schon bei denen mit rein. Aber die erste. Obwohl wir noch 50 Sekunden auf der Uhr haben, schon auf die Sekunde mit dem Sonnen. Aber wir haben es ja auch im vorigen Match gesehen. Ich mein, 300.000, das kann man mit einem guten Trick auch einfach mal machen. Aber wir sind so gut. Ja, also das ist, glaub ich, wenn man das im Repertoire hat, ziemlich leicht spielbar. Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass es jetzt da nicht so weit kommen wird bei Wiel. Ja, und was wir ja auch noch haben im Turnier hier, ist natürlich neben dem Trickfilter Modus und auch der Fangen Modus und da sind natürlich dann ganz andere Skills gefragt. Das heißt, man muss sich hier auch so ein bisschen einstellen und vielleicht gibt es hier so ein paar Leute. Und jetzt hat Wiel hier nämlich den Trick raus. Das ist der Trick, den Krugi eben gezeigt hat. Und da gibt es ordentlich Punkte. 35.000, aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Knappes Ding. Gegenende. Wiel hat es noch mal spannend gemacht. Ja, wenigstens. Aber hat nicht ganz gereicht. Es hat nicht ganz gereicht, genau. Ey, du hast eine gute Score. Das bedeutet, 1 zu 1. Das ist geil, das habe ich den anderen gestern erzählt. Ich habe so ein Trauma. Ich habe vor 15 Jahren oder so in Schulzeiten so einen Austauschspieler. Und dann hatte der uns mal zu sich eingeladen. Und keiner kannte den halt so. Und dann dachte ich, hey, der hat ein Playstation Spiel, Tony Hawk. Ich sage, ich spiele auch Tony Hawk. Und dann mal der hat das Spiel halt mal so los. Und ich spiele halt mal so los. Und mache halt ungefähr so wie da. So 200.000, 300.000 Punkte. Und dann fängt der halt an. Und der hört einfach nicht mehr auf. Also die Combo hört einfach nicht mehr auf. Und dann hat es ungefähr 16 Millionen Punkte. Und dann habe ich gesagt, okay, brauche ich nicht mehr spielen. Ich glaube, diese Freunde hatte jeder von uns irgendwie mal. Wichtig jetzt bitte, liebe Teams, einmal durchtauschen. Das heißt, Sarah bitte bei Team Rocket Beans und bei Team GameStar auch jemand anderes bitte. Wir wollen hier Chancengleichheit wahren. Wir bleiben beim Trick-Turnier-Modus. Ein letztes Mal. Spiel den Tony Hawk? Ein letztes Mal. Trick-Turnier. Was du vielleicht der Trick? Ja, Coach Matascha. Ja. Und jetzt haben wir hier Natascha gegen Sarah. Wir machen die Einstellungen fertig. Ich hab einfach alles mit dem Trick da verstanden. Hätte ich wahrscheinlich auch mehr Punkte machen können. Wie fahren wir? Was sollen wir? Ihr könnt, wenn ihr wollt. Mit Gedrücktheiten, dann fährt er auch. Wir werden nochmal ein paar letzte Tipps ausgetauscht. Ausgetauscht. Und Grinds machst du hier oben. Jetzt wird es natürlich interessant, ne? Ich glaube, beide müssen nicht so richtig erfahren, was Team Rocket angeht. Aber, wir haben es über die eben auch gesehen, man kommt eigentlich auch ganz gut rein, wie ich finde. Wenn man erstmal die grundlegenden Techniken heraus hat, dann geht es eigentlich. Also eigentlich, ich hab eine Frage. Wechseln muss ja eigentlich nicht. Doch. Doch. Wir haben gerade nochmal entschieden, dass ihr bitte alle immer durchwechselt. Dann habt ihr das schnell geändert. Dann habt ihr das eben schnell geändert. Dann habt ihr das schnell geändert. Dann habt ihr das schnell geändert. Weil eigentlich hieß es, eigentlich versuchen wir zu zocken. Und ich hab Handschuhe. Egal. Ihr macht das schon. Weil ansonsten... Wir sind auch nur die Lakaien der Regie. Genau. Und wir setzen hier das um, was wir auf... Uns wird hier auch nur ins Ohr gebrüllt, Krogi. Okay? Michi wär ein guter Gast gewesen, sag ich mal. Aber ja gut. Naja. So, liebe Leute. Seid ihr... Wie sieht's aus? Mhm. Ja. Habt ihr Bock? Mhm. Okay, gut. Die Motivation ist zum Greifen nahe. Ich hätte gesagt, wir gucken, dass wir jetzt ins Match 3 starten. Einfach start. Einfach start. Einfach los. Einfach rein. 3-Turnier, 5 Minuten. Go. Natascha, wachs über dich hinaus. Denk dran, es geht hier um 12 Punkte. 12 wichtige Punkte im Gesamtklassement. Ich weiß. Das hier ist nicht zum Spaß. So. Ist nicht zum Spaß. Spaß bei BTV Fremdwort. Wird klein geschrieben. Aha. Wie überall. So, jetzt schauen wir mal. Die ersten Punkte hier für Sarah. Das könnte reichen. Aber hier... Natascha, alter Schwede, 5000 Punkte. Schlecht. Ein guter Trick. Hat sich dann aber auch ordentlich aufs Maul gelegt tatsächlich. Wie gesagt, es reichen auch vielleicht ein paar kleine Tricks, wenn man dafür einfach genug macht. Wer soll mal hier was machen? Mach mal, Oa. Ja Michi, jetzt hilf mir doch mal. Wie fährt der denn schneller? Wenn du x gedrückt hast, fährt der automatisch schneller. Was? Der fährt schneller? Hier werden Erfahrungen noch ausgetauscht. Und dann muss er im richtigen Moment loslassen, dass der dann... kann das Spiel auch jetzt nicht sofort einfach können, ne? Ja. Das muss man üben, muss man lernen. Da muss man die Tricks und Tipps des großen Krogmeiers auch annehmen. Genau. Und umsetzen. Eincashen ist wichtig. Aber man muss auch fairerweise wirklich sagen, wenn man jetzt wirklich das erste Mal Tony Yorks Pro Skater spielt und sonst normalerweise mit den ganzen anderen nichts zu tun hat, dann ist es auch einfach wahnsinnig schwer, da reinzukommen. Das muss man fairerweise einfach sagen. Alle Leute, die zu Hause jetzt sitzen und sich denken, oh, das ist doch einfach... Überlegt euch mal, als ihr angefangen habt, wie das aussah. Und dafür machen es für mich beide jetzt gerade schon ziemlich gut. Und wenn ihr sagt, ey, ihr wollt das Spiel mal ausprobieren, dann geht doch auf unseren RBTV-Affiliate-Link und kauft das Spiel über Amazon, da freuen wir uns, da könnt ihr uns unterstützen und dann könnt ihr das mal selber zu Hause ausprobieren. Und es wurde hier... Na toll, jetzt bin ich hingefahren. Eindeutiges Schiebungsversuch von Team Rocket Beats. Entschuldigung, soll ich... Aber es ist relativ knapp, muss man sagen. Ja, wir haben 14.000 und 9.000. Es ist spannend, also die Punktzahlen sind nah beieinander. Es ist auf jeden Fall nicht so eindeutig wie das erste Match. Jetzt 15.000 zu 10.000. Da ist natürlich Krogi auch so eine absichere Bank. Also wenn Krogi dran ist, dann kann man eigentlich erwarten, dass Krogi das Ding nach Hause holt. Michi war auch konstant immer in seinem 100.000er-Bereich. Aber wir spielen jetzt ja gleich einen anderen Spielmodus. Da kann sich das Blatt natürlich noch mal drehen. Weil natürlich Fangen, wie gesagt, da muss man nicht so gut tricksen können. Man muss einfach nur schnell sein. Das wird spannend zu sehen. Aber da ist natürlich auch, wenn man nicht weiß, dass man mit X schnell das gelten kann, dann hat man natürlich beim Fangen den Nachteil. Einen winzigen Nachteil, ja. Aber nur ganz klein. Wir sehen jetzt hier gerade 40.000 bei Team Rocket Beats. 12.000 Punkte bei Team GameStar. Das bringt einfach nicht mal Ansatzweise so viel wie das hier. Und jetzt hat auch Sarah den Grindspot herausgefunden, den Krogi auch vorhin genutzt hat. Das hat sich jetzt glaube ich schon zweimal angewendet und das erfolgreich. Das schlägt sich natürlich auch im Punktestand nieder. Ähm, RBTV da mit 46.000 Punkten. Das ist doch einfach ein sehr guter Spot, muss man einfach sagen. Grinden plus Wallops, ähm, das funktioniert ziemlich gut. Mann, ich fahre hier einfach. Ach komm, ich drücke mich schon. Wenn man es dann stimmt. Wenn man sich nicht hinlegt, ja. Das ist enttäuschend. Da haben wir noch 1,40 auf die Uhr. Kann da Natascha nochmal ranklotzen und vielleicht an Sarahs Punkte herankommen? Das ist die Frage. Ja, das stimmt. Ich will doch nur da hin. Wir haben es ja auch vorhin gesehen, wie gesagt, 40.000 und 30.000 Punkte, das ist nicht viel. Das kann man aufholen mit einer Kombo. Wenn man sich denn schafft. Ja. Und es wäre natürlich wichtig, gerade jetzt beim Spielstand 16 zu 6 für RBTV im Gesamtpunktestand, dass GameStar da mal ein bisschen rankommt. Dass sie ein bisschen Frischluft schnuppern. Seit 20 Jahren. Aber wir haben natürlich auch noch jede Menge Spiele auflagert. Ich glaube, es ist gerade Halbzeit. Ja, ich glaube, jetzt ist Halbzeit in den Spielen. Wir sind bei Spiel 12. Das ist einfach zu spät. Das bedeutet aber auch, dass wir nämlich mal die Hälfte der Punkte ausgespielt haben. Also es ist wahnsinnig spannend, es kann auch alles passieren. So auch jetzt noch in den letzten 35 Sekunden, die auf der Uhr sind. Und hier 47.000. Man muss endlich aufhören. Ja, los, Leute, 30 Sekunden noch. Das ist das erste Mal, dass es sich wirklich richtig doll anstrengt anfühlt. Ja, das stimmt nicht, wenn man das spürt, wenn man das spürt. Wir haben jetzt noch ... Ja, für 30 Sekunden, das wird eng. Ja, schnell heißen. Aber Natascha hat sich gut geschlagen. Muss man wirklich sagen. Sarah ebenfalls. 50.000 sind 22.000. Ja, es wird dabei bleiben. Und damit geht ein weiterer Punkt auf das Konto von RBTV. Und damit steht 2 zu 1 im Gesamtpunktgestand jetzt hier im Spiel 12. Und, liebe Leute, wir wechseln jetzt einmal den Spielmodus zum Spielmodus Fangen. Das heißt, es wird jetzt gefangen und es spielen jetzt bitte Jules und Krogi gegeneinander. Und bei Fangen geht es darum, wenn der Timer auf Null läuft und man der Fänger ist oder die Fängerin, dann verliert man automatisch und der Punkt geht an die Gegnerseite. Das heißt, man muss den Gegner fangen und dann schnellstmöglich davon. Das heißt, es geht jetzt hier nicht um Tricks, sondern es geht darum, einfach den Gegner umzuholen. Nicht um Tricks, hast du gehört? Es geht nicht um Tricks. Es geht nur um Berührung. Ich würde jetzt mich als Laien da so ein bisschen interessieren. Ich würde fair wärst, wenn du jetzt einen Raum verlässt. Das könnte man vielleicht auch Tricks antäuschen. Und Jules versteckt sich irgendwo. Kann man da vielleicht geile Kombos machen und so den Gegner abhängen? Das werden wir jetzt gleich erfahren. Es wird sehr, sehr spannend. Gute Spieler können das bestimmt. Ich muss aber sagen, Krogi kann jetzt natürlich seine gute Kombination mit den Grinds und den Hops nicht so gut einsetzen. Wir spielen jetzt übrigens die Map Skate Park, liebe Leute. Map Skate Park wird jetzt gespielt. Und wir bleiben bei fünf Minuten. Seid ihr soweit? Ihr seht so bereit aus. Ihr müsst uns fünf Minuten jagen, ja? Ihr müsst euch fünf Minuten gegenseitig jagen, genau. Einfach umfahren. Ja, okay. Vier Minuten stehen bleiben und die letzten zwei Minuten. Dann leg gerne los. Das hört sich wirklich richtig lang an. Bin ich rechts, ja? Du kannst ja trotzdem mal so ein paar Tricks machen. Okay, wo bist du? Okay, wer ist der Fänger? So, aktuell... Ja, wenn du gedrückt hast. Weißt du gerade nicht, wer der Fänger ist? Speziell nicht. Ich guck ihn ja. Wegen Aerodynamik. Ah ja, Krogi muss jetzt fangen. Ja, Krogi muss jetzt fangen. Krogi muss jetzt fangen. Ja, Krogi muss jetzt fangen. Der zeigt in die Richtung von Jules. Der ist in der Frau. Hey, im Pool ist ja gar kein Wasser drin. Damit ist jetzt Jules der Fänger. Wasted. Wasted. Kannst du stimmen? Ja. Der fährt doch nicht. Ja, der... Das... Da... Der muss gedrückt werden. Krogi macht natürlich schlau und lässt den da einfach ein bisschen rumskaten. Das ist aber auch fair so, ne? Da wollte er zu viel. Da wollte er cool sein. Einfach über Jules rüberspringen. Das war schon fast überheblich. Das war schon fast überheblich. Wahnsinn. Aber wurde auch direkt bestraft. Direkt bestraft. Direkt bestraft. Also gar keine Chance, da irgendwas zu tun. Oh! Das ist stark aus der Luft haut er ihn da um. Ja, aber... In schöner Wrestling-Manier. Wahnsinn. Das ist so schön random, das gefällt mir. Ja. Man kann aber auch sagen, die können sich jetzt hier so viel gegenseitig taggen und fangen, wie sie wollen. Am Ende zählt, wer am Ende der Fänger ist. Ja. Die haben wenige verliert? Ja. Da wird mal ein bisschen die Map ausgekundschaftet erstmal. Mal ein bisschen gucken. Das ist aber schon so... Hier sieht man auch die fantastische Physik-Engine von Tonya aus Großgater. Wie in echt? Wie in echt? Kann man einfach losrollen, ne? Also, da muss man auch nicht mal anschieben, das funktioniert einfach so. Jetzt weg. So, Jules wieder an der Reihe zu fangen. Da ist jetzt wieder die Chance für Julius, da irgendwie... Was willst du denn? ...zu holen, aber schafft es nicht, haut sich wieder hin. Ja, ja, darf er hier stehen. Bleib hier in der Ecke. Man kann sich ja auch ein bisschen am grünen Pfeil orientieren. Ich weiß nicht, ob das die Spieler so wirklich nutzen oder ob da die Kamera mehr verwirrt als hilft. Wenn man in diesem Swing Pool erstmal drin ist, ist das natürlich schwer rauszukommen. Oh, na voll das Wort ins Gesicht von Julius gegen Kogi. Ich weiß mal jetzt nicht, ob das auch im echten Skaten ein Spielmodus ist. Doch, das ist eine Disziplin. Man muss nicht da das Skateboard ins Gesicht rammen. Das ist auch olympisch. Ja, das ist olympisch. Oh Gott, das waren erst anderthalb Minuten. 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 Und, ähm, ja. Dann würde man aber auch Stühlen skaten. Ratte auf Rädern! Das gibt's auch dann. Das ist doch die andere Disziplin dann. Ah ja, okay. Verstehe. Die ist aber nicht olympisch tatsächlich. Die ist aber Wettmeisterschaft. Ah ja, klar. Ja, den Streit haben wir letztes Jahr gehört. Ja. Jeder hat's noch im Ohr, was da abgelaufen ist. Und wir wollen uns jetzt an diese Gerüchte jetzt angekommen. Aber wir sehen hier, Kogi ist daran zu fangen. Muss fangen. Man sieht auch tatsächlich, dass man da individuell die Restzeit runterläuft. Das heißt, man sollte nicht zu lange der Finger sein, weil man sonst, ähm, ins Hinterkirchen gerät. Und deswegen ist das Spiel natürlich trotzdem spannend. Das ändert alles. Obwohl... Das ändert das ganze Game! Entschuldigt bitte, lieber Spieler. Wir haben's tatsächlich auch nicht auf dem Schirm gehabt. Äh, die Spielzeit zählt individuell tatsächlich. Okay, alles klar. Das ist ein individueller Teil. Ich mein, es steht natürlich auf unseren Moderationskarten, aber wir wären nicht weh, wenn wir die Moderationskarten nicht einfach außer Acht lachen würden und, ähm, die ignorieren würden. Ich hab das Wort eigener einfach überlesen. Okay, gut. Alles klar. Nein! Aber ihr macht das schon. Wuhu! 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 Besser denn! Hinter dir! Jetzt wissen wir, wie's funktioniert. Und Krogi. Krogi hat da mit der Übersicht zu kämpfen. Aber wie ein Hai riecht er das Blut, was von Jules hinterlassen wurde beim letzten Sturz. Er versucht zumindest. Oh! Und da jetzt die Chance eigentlich. Ich kann nicht alle Tricks machen! Gott, Krogi! Aber verliert sich Krogi in Tricks und Kombos, die aber gar nichts bringen. Aber jetzt schafft er es! Da hat er ihn! Jetzt schafft er es. Und jetzt läuft natürlich der Timer für Julius runter. Der hat aber noch natürlich ordentlich auf der Uhr. Das heißt, da muss jetzt Krogi schauen, dass er da nicht eingeholt wird, weil er hat eben nur noch 1.50 Uhr auf der Uhr. Ich hoffe, dass es einfach anderthalb Minuten dauert. Aber Krogi hier souverän macht noch ein paar Tricks hinterher. Nicht, dass sich das Recht an da reinhalten. Hey, man kann nicht in der Steckhalle sein. Bist du da umgelandet? Okay, das ist auf jeden Fall. Und jetzt hat Krogi den Teamsport entdeckt. Aber ein absoluter Sportsmann bleibt natürlich nicht da oben, sondern geht. Versteckt! Aber du musst ihn fangen! Lass uns mal sagen, Fair Play wird hier großen Stimmen aus an Haus. Jetzt komm Honig! Ich weiß es doch! Honig doch! Außer, dass natürlich manchmal hier etwas makabre Äußerungen der Teams gegenüber von den Caster losgelassen werden, aber das muss ja auch sein. Ja, man muss auch ein bisschen stänkern. Das stimmt. Und Krogi ist hier aber auch ein bisschen überheblich. Er ist ein bisschen überheblich, hat sich gerade hier einfach fangen lassen. Und lässt jetzt seinen Timer ganz einfach runterlaufen. Also, der verschwürt auch gar keine Eile. Der skatet da ein bisschen rum, macht da ein paar Kompos hier und da. Zeig doch mal einen coolen Trick, Krogi! Mach mal einen Kickflip! Mach mal einen Kickflip! Mach mal einen Kickflip! Jetzt macht er mal einen Kickflip! Sehr gut! Sehr gut! Kickflip! Sehr gut! Wir dürfen auch mal ein paar Wünsche äußern. Aber wie gesagt, 1,15 noch bei Krogi auf dem Uhr, es tickt runter. Drei Minuten noch bei Team GameStar. Ja, Krogi schafft es nicht, Julius. Da... Hat er ihn fast abgefangen, aber... Ja, Julius macht er aber auch souverän. Ja, cruist hier so ein bisschen außen einfach rum, macht hier keine Fehler, sondern nutzt einfach so ein bisschen den Speed aus, um sich einfach ein bisschen durch die Map tragen zu lassen. Und Krogi ist einfach gleich schnell. Also, der muss ihm so ein bisschen den Blick abschneiden. Er muss ein bisschen antizipieren. Und da hat er ihn. Da hat er ihn. Das ist geklappt. Das wäre jetzt auch schon eng geworden mit dem Timer, 46 Sekunden. Also, das ist gar nicht so viel. Ich kann ihn nicht aufhören zu schneiden. Einfach nur nach vorne. Und jetzt ist Julius wieder in dem Pool. Der Pool, aus dem man nicht so einfach rauskommt. Er es geschafft. Sehr gut. Der Pool der Hölle. Einmal kurz gegen die Wand geditscht. Tut nicht weh. Schienbeine aus Stahl. Und der Krogi steht da einfach oben auf der Halfpipe drauf. Wartet ab. Guckt, was Julius macht. Hat vielleicht das Skateboard zur Seite gelegt. Packt sich sein Butterbrot aus. Hallo, ich bin hier am Skateboard. Ist das so? Also, auf dem Skateplatz gibt's da die Butterbrote? Ja. Da gibt's die Butterbrote. Damit kann man ja auch gleichzeitig die Rollen spielen. Ah. Damit das halt ein bisschen besser flutscht so. Also, Profis machen das mit Butterbroten. Es gibt auch Margarine-Leute. Aber Streitgespräche, die seit Jahren andauern. Ja! Oh, da hätte er Julius fast! Krogi erwischt aber nur fast. Da läuft jetzt die Zeit runter. Zwei Minuten. Da war quasi eine Handbreit nur noch dazwischen. Vielleicht sollten da die Spieler auch mal zum Butterbrot-Feature greifen, um da ein bisschen die Rollen einzufetten. Wer weiß. So, jetzt ist die Frage. Kann Jules hier... Oh, Krogi... Ja, da hat er ihn! Da hat er ihn! Da hat sich Krogi wieder so ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Da läuft jetzt die Uhr runter. Nur noch 40 Sekunden. Juhu! Aber er ist direkt hinter ihm. Er spürt quasi den Atem im Nacken bereits. Und da verliert er die Orientierung im Pool. 29 Sekunden. Nicht in den Pool! Nicht in den Pool! Nicht in den Pool! Fünf Sekunden! Drei! Letzte Möglichkeit! Zwei! Nein! Das gibt es doch nicht! Das gibt es nicht! Ein Punkt für Team GameStar! Damit... Ausgleich! Zwei-zu-zwei-Ausgleich! Wahnsinn! Wie hättet's Spiel das? Und wir haben's doch gesagt! Fangen! Es ist das Fangen, Leute! Es ist das Fangen! Es ist das Fangen! Überhaupt nix! Das ist so dumm! Ich bin gleich wieder da! So! Ich kann mich nicht freuen! Damit werden die Controller wieder gewechselt! Meine Güte! Huiuiuiui! War das spannend! Jetzt wissen wir ja auch, wie die Regeln wirklich funktionieren, liebe Leute! Jetzt haben wir es auch mal verstanden! Genau! Jetzt haben auch wir es verstanden! Und wir haben für Team Rocket Beans Wirt und für Team GameStar Michael Ohrmeyer haben PET! Und damit würde ich sagen, könnt ihr direkt weitermachen, wenn ihr wollt! Machen wir fünf Minuten! Fünf Minuten, genau! Ich weiß es dir alle! Jeder von euch hat fünf Minuten! Es ist nicht so, dass es einen Gesamtpool von fünf Minuten gibt! Das wäre vollkommener Quatsch! Jeder von euch hat fünf Minuten! Und es geht ums Fangen! Also dem Gegner das Skateboard ins Gesicht! Nagel! Man muss quasi hier einfach nur ein bisschen rumdüsen! Machen wir ein bisschen! Und Rocket Beans fängt zuerst! Und Rocket Beans fängt zuerst! Und Rocket Beans fängt zuerst! Wer trägt aber runter für Mut, genau! Rocket Beans fängt zuerst! Da kam gerade noch der Tipp von Krogi! Wenn der Special-Bike voll ist, ist man schneller! Das heißt, es macht doch Sinn, auch Tricks zu machen! Das ist natürlich die Gefahr, dass wenn man Tricks macht und man fällt hin, dass man schnell eingefangen wird! Also da muss man die Balance finden, die Ruhe bewahren und nicht überheblich werden! Das ist richtig! Vollkommen richtig! Zum Beispiel hier! Also wird den Haut hin und da tickt natürlich die Uhr runter, ganz klar! Das ist natürlich auch einfach schwierig! Es geht glaube ich jetzt hier auch so ein bisschen bei dem Spiel darum, den jeweils besten anderen im gegnerischen Team zu schlagen! Wir haben Michael Kuppmann hier bei Team Rocket Beans und Michael Obermaier bei der GameStar! Das bedeutet, wenn man es schafft, die zu besiegen in einem One-on-One-Duell, dann ist man auf jeden Fall im Vorteil! Das heißt, Team GameStar ist jetzt auch wirklich ein Stück im Vorteil! Ähm, denn Wirt kommt hier gerade nicht so richtig hinterher! Aber es ist noch nichts vorbei! Also da... Sobald der Wirt den Eimer gefangen hat, glaube ich, und sich da eine gute Tacke überlegt, dann hat er da auch die Chance, dieses Match für sich zu entscheiden! Ja, aber Michael macht das hier ganz entspannt, nutzt die Half-Pipes und nutzt den Pool, um so ein bisschen Distanz zwischen sich und Wirt zu bringen! Und macht das hier ganz im Gehen! Drei Minuten und zwanzig mit Wirt aufhören! Oh, da hat er sich hingelegt! Und da kommt Wirt dran, aber schafft es nicht! Ich hab mich nur berührt mit meiner Nase! Wie überall beim Skateboard zählt natürlich nicht, wenn man auf dem Boden liegt und der Gegner über einen rüberfährt! Und da ist der Specialized voll von... Scheitert Wirt wieder! Aber jetzt hat er ihn im Visier, kann er antizipieren! Aber mit einem schönen Delight hat er sich da nach vorne katapultiert! Und da fällt er wieder vom Rand! Ja, Wirt ist auch gerade ein bisschen lost! Oh, da hat er ihn erwischt! Da hat er ihn! Da hat er ihn! Und jetzt ist natürlich... Michi gefragt! Kann er Wirt reinholen? Ja, da muss jetzt natürlich Wirt auch einfach die Ruhe bewahren! Die Übersicht wahren und gucken, was da so geht! Ah, knapp! Knapp! Den Fass erwischt! Wirt schafft es ihm zu entkommen! Gut gemacht da, an dieser Stelle! Und für mich immer noch ein paar Tricks, die er nicht stehen kann, aber gut! Ist okay! Okay! Auch das ist wichtig! Wir haben ja eben bei Kogi auch gesehen, man muss sich konzentrieren! Man muss konzentrieren! Man hat er ihn! Da checkt er ihn weg von hinten! Hat er ihn! Und damit ist Wirt wieder am Zug! Das macht natürlich der Michi auch super souverän! Skate da! Fühlt sich da wohl! Ja! Und da hat er auch wieder so eine Specialiste voll! Wird also wahrscheinlich einen kleinen Pool bekommen! Und währenddessen versucht Wirt aus dem Pool rauszukommen! Der Pool ist tatsächlich für viele Kontrahenten ein Hindernis! Aber auch verständlich! Das ist nicht so einfach, aber wieder auskommt! Nicht jeder kann schwimmen! Richtig! Ja, der Timer tickt da runter für Team Rocket Beans 1,50 noch! Kann Wirt da jetzt noch mal zurückschlagen und... Michi taggen! Michi macht das gut! Der ist auch geschickt! Manövriert sich da immer an Wirt vorbei, wenn der sich annähert! Und das war knapp! Das war sehr knapp! Das war sehr knapp! Gerüchteweise hört man ja auch, Michael Obermeier wurde tatsächlich in der Halfpipe geboren! Haben wir in unserer Recherche herausgefunden! Schwere Geburt! Aber man muss auf jeden Fall sagen, für dieses Spiel ist es natürlich perfekt! Für dieses... Also... Da hätt's mich jetzt aber auch sehr interessiert, wie hätte sich... Oh ja, das stimmt! Das Duell der Giganten... Ja eben! Hat nichts mit Tony Hawk zu tun! Genau, deswegen hätt's mich interessiert! Oh, das war auch wieder knapp! Ganz knapp aneinander vorbeigeschlittert sind sie da! Da konnte Wirt fast, äh... Wirt hat jetzt auch den Special, also er müsste diesen Speed... Oh! Schnell reagiert vor mich, Herr Obermeier! Schnell reagiert! Noch 38 Sekunden bei Team Rocket League auf der Uhr, nicht mehr viel Zeit! Die Uhr tickt! Und natürlich gegen Team RBTV! Was ist da jetzt noch möglich? Ist natürlich noch alles drin! Ein guter Tag und dann war's das! 20 Sekunden! Und da wäre die Chance gewesen, aber... Oh, der hat sie geschafft! Der hat ihn! Nein! Jetzt! Tinkt es runter! Okay, alles klar! So! Ein kurzes Vergnügen! Direkt wieder! Umgedreht von mir! Zehn Sekunden noch auf der Uhr! Das wird hängen! Das wird sehr, sehr hängen! Aber da hat er ihn nochmal! Kann er ihn nochmal kriegen? Nein! Und... Das... Was? Es reicht nicht! Es reicht nicht! Es reicht nicht! Das bedeutet... Drei zu zwei! Hier bei Toni aus Broskater! Für Team GameStar! Wir machen weiter! Mit einer letzten Runde! Fangen, liebe Leute! Und wenn mich hier alles täuscht, ist jetzt Sarah gegen Natascha! Ich wusste gar nicht, dass es den Modus gibt! Jetzt weißt du es, Kroki! Du merkst, er ist fantastisch! Er ist absolut fantastisch! Es ist das Highlight! Die ist später! Absolut! Seid ihr bereit? Dann legt gerne los! Letzte Runde fangen! Gleiche Map! Weiterhin fünf Minuten auf der Uhr für jede... Wer ist denn dran? Du bist dran! Ich? Es wird, glaube ich, immer am Anfang kurz gezeigt, wer dran ist! Am Anfang könnt ihr noch ein bisschen skaten, genau! Und Team Rocketdeans fängt an zu fangen! Sahra soll zu! Sie ist im Endgegen! Ah! Im Kurs! Hast du geschafft! Mach da einen coolen Trick! Ah, ich verstehe die Kamera hier auch nicht! Was macht die denn? Hau bis Sarah voll hin! Das macht dich unberechenbar! Das ist auch ein guter Trick! Ich komm nicht aus der scheiß Haarpap-Dat-Dingsrums-Pool-Chackle aus! Es ist natürlich wichtig, dass der Timer da nicht so runter tickt für Team Rocketdeans! Ja, man muss hier schnell handeln und im Pool liegt Natascha und jetzt hat die Führung gewechselt. Natascha jetzt im Pool gefangen und muss Sarah erst mal finden und dann auch noch einfangen. Ja, da wird auch ordentlich gestöhnt vom In-Game-Charakter, also da war ein heftiger Sturz dabei gerade von Seiten Nataschas. Lass mich drücken nicht, mein Lieb! Wenn wir hier drüber fahren! Da wird jetzt natürlich auch verzweifelt die Sarah gesucht, die da einfach steht und wartet und abwartet und sich das Geschehen anguckt. Es ist natürlich eine Frage, ob das eine gute Taktik ist. Wir haben es vorhin bei Krogi auch gesehen, einfach stehen zu bleiben und zu gucken, was passiert. An sich sicherlich schon, aber wenn man herumfährt, hat man natürlich noch ein bisschen die Chance, die es verwirren. Und das fehlt natürlich, wenn man aber stehen bleibt. Da kannst du dich immer viel besser orientieren. Es wird spannend zu sehen jetzt, ob Natascha da noch mal rankommen kann. Der Timer ist jetzt halbwegs ausgeglichen, etwas der BTV-Umführung. Der Bär ist es natürlich gut, wenn Natascha es da schafft, Sarah zu tagen. Ich hab noch sowas wie Reflex. Ja, vollkommen richtig. Das verspricht auf jeden Fall eine sehr spannende Disziplin hier zu werden. Wir spielen Best of Nine. Noch mal kurz zur Erinnerung. Das heißt, wer zuerst sieben Matches gewonnen hat, entscheidet Spiel zwölf für sich und bekommt dementsprechend auch zwölf Punkte auf das Konto stand. Und das wäre natürlich wichtig für Team GameStar, die dann noch mal einen gehörigen Sprung nach vorne machen würden und dann wäre das Ganze auch wieder sehr, sehr spannend. Das leidet das ganze Team mit. Es ist aber auch wirklich knapp gewesen, gerade wieder ganz eng aneinander vorbeigefahren. Da ist jetzt die Chance für in der Tasche, aber sie ver...passt. Sarah macht dort Bekanntschaft mit einem Klappstuhl Nelke. Ich habe auch gehört, Klappstühle sind gute Bekanntschaften. Also du, da will man auch mal Bekanntschaft machen. Ui! Gerade empfangen bei Toni Kork. Und da, ah, da ist der Endgibner, der Pool, ist da wieder am Start. Aber Natascha kommt da auch immer souverän raus, muss man eh lassen. Das ist nicht schlecht. Oh Alter! Souverän genug, sagen wir so. Ja. Und, ähm, ja, die Uhr tickt. Die Uhr tickt, da Sarah auch mal wieder Bekanntschaft mit dem Boden gemacht. Fährt jetzt einfach mal ein bisschen draußen rum. Sind eng beieinander, aber es ist auch einfach nicht so leicht, aus diesem Pool herauszukommen. Das muss man fairerweise auch einfach sagen. Ähm, gerade wenn man vorher keine große Tony Hawk-Erfahrung hat, ist es nicht so einfach, den, äh, trockenen Tiefen des Pools zu entkommen. Jetzt der Spielstand. Wir sind zur Hälfte geschrumpft bei der GameStar. Oh, das war eigentlich risikoweich hier. Schatz ist da Natascha jetzt noch ... Oh, und sie verpasst sie wieder knapp. Es ist aber auch nicht einfach. Wenn, äh, Sarah macht es geschickt, macht hier flinke Manöver, dreht sich schnell um, wechselt schnell in die Richtung. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war, aber sie hat auf jeden Fall Natascha ganz gut verweckt. Wir haben jetzt noch 90 Sekunden auf der Uhr für Natascha. Die jetzt natürlich ranklotzen muss. Sie hat nicht mehr so viel Zeit. Und die Uhr tickt gegen sie. Währenddessen geht draußen die Sonne auf am Hamburger Himmel. Das bedeutet wahrscheinlich Regen oder Schnee draußen. Es ist relativ kalt. Es ist superkalt. Ich musste tatsächlich auf dem Weg hier hin. Mein Auto bestimmt gefühlt 15 Minuten enteisen. Es war fürchterlich. Meine Hände sind abgefroren. Davon kriegen die Spiegeln hier natürlich wenig mit. Die sind voll in Fokus drin. Können sich gar nicht freuen über die Sonne, die draußen aufgeht. Sind hier komplett nur auf den Gegner fokussiert. Und das ist auch gut so. Der Siegeswillen muss im Vordergrund stehen bei House on House. Da ist es egal, wie viel Uhr es ist, ob es hell ist, ob es schneit, ob die Sonne scheint. Hier muss rangeklotzt werden. Hier geht es um den Sieg, hier geht es um alles. Hier geht es um die Ehre von Rocket Beans TV und der GameStar. Noch 30 Sekunden jetzt hier bei Team GameStar auf der Uhr. Es ist natürlich spannend, ob vielleicht die beiden Schlafenden von der Sonne geweckt werden. Und dann vielleicht bei Peter zu entstoßen. Aber aktuell mussten sich hier beide Teams mit einer Person weniger. Und da wurde sie geschnappt. Sarah, 20 Sekunden vor Schluss, hat Natascha es einmal geschafft, Sarah zu taggen. Und das macht es jetzt mal spannend. Sehr spannend. Und da bleibt sie hängen, aber sie schafft es nicht, Natascha da einzuholen. Das macht sich stark. Das macht sich stark. Natascha bleibt da dran. Ach, come on! Holy! Yeah! Und das ist auch die letzte Runde fangen. Das heißt, hier nach geht es dann Richtung Graffiti. Das heißt, da braucht man wieder ein bisschen Skills. Und da hat sie sie geschnappt. Und da schafft sie es, Natascha umzuhauen. 15 Sekunden jetzt noch auf der Uhr. Das gab einen Wumms. Das ging auf die Bandscheibe, glaube ich. 10 Sekunden noch. Sarah fällt hin, jetzt wäre die Chance nochmal da. Sarah zu taggen. Sie rauscht dann vorbei. Und das war's. Das war's. 3 zu 3. Rocket Beans Games. Ein spannendes Duell hier bei Tony Hawk's Pro Skater. Kann man auf jeden Fall warten. Gib her. Skate fangen, das ist eine richtig gute Sache. Ich will mir wieder ein richtiges Spiel. Geht es an Graffiti. Graffiti, genau. Tricks und Kombos. Werbenobjekte ein. Genau das. Die kann man aber auch wieder klauen. Aber, glaube ich, nur mit besseren Kombos. So ist es genau. Aber ich war die Idee nicht schlecht. Ich glaube, wir werden jetzt gleich wieder Krogi am Pad sehen gegen Jules. Es steht gerade 3 zu 3, liebe Leute. Das heißt, ihr braucht noch zwei Matches, um zu gewinnen. Wir spielen ja Best of Nine. Das heißt, fünf Matches bringen euch zwölf Punkte auf dem Gesamttableau. Und wir haben jetzt Graffiti. Fünf Minuten auf der Map Burnside, liebe Leute. Das ist das erste Mal, dass ich das Spiel spiele. Tatsächlich ist es so, man kann hier auch relativ schnell mit einfachen Tricks sich viele Objekte sichern. Das heißt, man muss nicht die fetten Trick-Kombos machen, um sich Objekte einzufärmen. Man kann das auch mit kleinen Tricks machen. Problem ist, dann können die halt schnell wieder vom Gegner gecashed werden. Da muss man also ein bisschen schauen, wie man es am besten macht. Man muss die richtige Balance finden. Und vielleicht ist es auch einfach sinnig, da erstmal viel für sich zu beanspruchen und dann aber die Kombos auf den jeweiligen Objekten wieder hochzutreiben. Wir werden sehen, welche Strategie da aufgeht. Das ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr spannend. Und alles ist noch drin. Und an dieser Stelle auch ein Lob aus dem Chat an Natascha und an Sarah, die ja beide nicht super viel Erfahrung haben. In Turniers Bloßgräte haben sich aber sehr gut geschlagen. Die das sehr gut gemacht haben. Auf jeden Fall. An dieser Stelle erwähnen, das ist wichtig. Es ist auch wirklich nicht einfach. Es ist ein Spiel, wo man nicht so schnell reinkommt, wo man erstmal ein bisschen anfangen muss. Wir haben das alle gehabt und deswegen ist es vollkommen in Ordnung. Deswegen wechseln wir ja auch durch. Hätten wir das früher gespielt, hätte das noch ein bisschen anders ausprobiert. Was soll schief gehen? Also bist du ready? Wir haben ja noch so ein paar andere Sachen für euch da draußen, liebe Leute. Wenn ihr Bock habt auf Minecraft und euch ein bisschen prügeln wollt im King of the Hill, dann geht vielleicht jetzt schon mal so langsam in Richtung Server. Bewegt euch da mal ein bisschen rein. Schnuppert ein bisschen Minecraft-Luft. Dann könnt ihr fantastische Preise für unsere Teams hier gewinnen. Also geht rüber. Und dann könnt ihr mitspielen. Währenddessen gucken wir mal, ob unsere Teams hier bereit sind. Krogi, Jules, seid ihr bereit? Are you ready, guys? Dann let's go, würde ich sagen. Ja, Graffiti, ja? Graffiti, bitte. Graffiti. Auf geht's. Die Teilnehmer sehen größtenteils müde aus. Das fasst ganz gut zusammen. Nein, nein. Das ist der Sinn von Haus an Haus. Ja, richtig? Das ist korrekt. So, und hier sehen wir auch direkt auf der... Krogi direkt hier mit dem Burial irgendwas. Ich hab den Namen gar nicht lesen können, so schnell wäre die Kombo vorbei. Färbt hier einige Sachen rot. Wichtig, die Farbe von Rocket Beans ist rot an dieser Stelle. Und die Farbe von Team GameStar ist blau. Damit ihr euch ein bisschen orientieren könnt. Das ist schon relativ rot hier, ne? Ja, also es ist sehr, sehr rot. Schon zehn Objekte getaggt von Krogi. Hat auch schon den Spezial. Wenn da natürlich eine Kombo auf dem Objekt landet, dann ist das quasi schon sicher seins. Absolut. Und der hat auch einfach schnell, ist außen rumgefahren, hat sich sämtliche Pipes einmal geschnappt. Und damit die Welt rot angemalt. Ja, das sieht sehr vielversprechend aus für Team RBTV. Und jetzt aber hier die erste blaue Pool von Team GameStar. Aber Krogi ist direkt zur Stelle. Schnappt sich das Ding direkt. 14 zu 0 gerade. Das macht er auf jeden Fall souverän. Sehr souverän. Boah, nichts anderes erwartet, ne? Also, Krogmann geht auch hier als Favorit in dieses Game. Aber das Wichtigste werden dann die anderen beiden Runden sein. Wir haben dann noch ein Deal, nämlich der Obermeier, was immer spannend wird. Und dann kommt es vielleicht wieder bei Sarah gegen Natascha raus. Und dann ist natürlich alles drin für beide Seiten. Wahnsinnig gespannt. Aber klar, Krogi muss sich auch seine Ehre verteidigen als Tony Hawk's Coastgater-Profi. Und lässt sich auch nichts anbrennen. Die Scham vom Fangen muss er wieder gut machen und macht das wirklich sehr gut. Ja, aber die Uhr tickt drunter. Ich sehe rot für die GameStar. Ja, absolut. Aber man muss auch sagen, Jules kommt langsam rein, macht hier ein paar Nose-Grinds und versucht hier einige der Elemente blau einzufärben. Es ist aber nicht so einfach, die von Krogi abzunehmen. Ich lese es gerade auch im Chat, Red Redding. Ja, es hat ein bisschen was davon. Von Zerstörungsgrad, würde man sagen. Aber noch hat Jules natürlich die Chance, sich da wieder ein paar Objekte zu mobs. Das hat die Frage, ob er das denn schafft. Ich denke nicht, dass jedes Objekt schon super hoch geskillt wurde von Krogi. Das heißt, da müsste noch was drin sein. Das ist aber nicht die Freude. Das ist so, als wenn du jemanden, der jeden Tag den Shooter spielt. Krogi hat auch noch Zeit zu diskutieren. Finde ich gut. Ja, das sieht eindeutig aus. Kann man sagen. Ja. Das ist ein eindeutiges Match-Up. Mit einem 200-Punkte-Transfer kann man leider nicht viel reißen gegen einen Michael Krogman. Unantastbar. 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 Aber da lädt sich gerade der Special auf für Jules. Vielleicht kann er daraus kapitulieren. Das wäre doch was. Und es gibt, wie man hier gerade gesehen hat, noch ein paar Elemente, die noch keine Farbe haben. Und da hat sich Jules tatsächlich mal eins geschafft. Da hat er sich eins gemobbt. Und Krogi weiß nicht, wo dieses Objekt ist. Ob du alles rot kriegst. Oben auf der Kack. Ah, jetzt will Krogi natürlich auch suchen. Jetzt will er ihm das Blaue wieder abnehmen und will da auch mal Dominanz zeigen. Legt sich dabei allerdings aufs Gesicht. Ah, da hat Krogi das Objekt auch entdeckt. And it's red again. Er hat es geklaut. Alles, was Jules hatte, hat Krogi damit geklaut. Und es war nicht viel, was Jules hatte. Es war nicht viel. Alle Geräte hier. Das natürlich bitte in echt nicht nachmachen, liebe Leute da draußen. Die Decke ist rot. Einfärben dürft ihr nur mit Genehmigung. Richtig. Und wenn ihr vorher euren genauen Score aufschreibt und mit auf das Objekt taggt, damit Leute wissen, wenn sie es nur nehmen können. Ich mach alles rum. Das ist Abzug, siehst du? Der Chat hat als Red Wedding gerade ganz gut zusammengefasst. Ja, also das ... Ich leh mich ein bisschen weit aus dem Fenster und sage, ja, das ist, glaube ich, ein Punkt für Team Rocket Begins. Aber wie gesagt, das ist noch nicht alles drin. Wage Behauptung. Gibt noch alles, alle Möglichkeiten. 14 Sekunden. Da geht noch was. Oder auch nicht. Theoretisch könnte Jules jetzt noch über sämtliche Elemente eine große Kombo-Aktion machen. Aber ich glaube, das schafft er nicht. Ich wage zu behaupten, jetzt ist die Zeit abgelaufen. Er hat es nicht geschafft. 19 zu 0. Gut. Alles klar. Das ist ein Punkt für Team Rocket Beans. War zu erwarten. War zu erwarten. Aber jetzt wird es spannend. Wir spielen noch mal Graffiti. Wieder fünf Minuten. Und diesmal spielen wir gegen Michi. Ja, wir gegen Michi. Genau. Jetzt wird es interessant, wenn dieser Punkt dann an Team GameStar gehen sollte. Dann wären wir beim 4 zu 4. Was bedeutet das Match zwischen Sarah und Natascha? Aber wir gucken mal, wie sich Wirt schlägt gegen Michi. Gleiche Map? Gleiche Map, genau. Wieder fünf Minuten. Wir haben natürlich dieselbe Charaktere. Ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr loslegen. Wir sind bereit, wenn ihr es seid. Ich bin links oder rechts? Du müsstest links sein. Ja. Also bei uns bist du links. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Und jetzt könnte es sein, dass wir ein bisschen mehr blau sehen hier auf der Map. Wenigstens sehen wir blau. Aber... Wirt hat schon mal drei Sachen hier eingefärbt. Warum soll er noch raus? Das sind da so, der legt vor. Aber Michi holt sich da die Objekte ziemlich schnell wieder zurück. Aber es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen gerade. Es hat natürlich auch seine Vorteile, die gegnerischen Spots wieder zu übernehmen, weil man natürlich einen Punkt dazu bekommt und den Gegner auch noch einen Punkt klaut. Das heißt, der Abstand wird um zwei Punkte erhöht statt von nur einem. Das müsste die Strategie sein, die man hier fahren sollte. Außer man ist natürlich so dominant wie Krogi. Dann muss man sich darüber überhaupt gar keine Gedanken machen. Das stimmt, ja. Aber auch hier, ja, wir sehen Michi in Führung als Favoriten, aber Wirt macht das gut. Wirt macht das gut, kommt da wieder ran. Dann, es wäre natürlich jetzt ein Ding, auch ein Objekt zu klauen von Michi, um da wieder für einen ausgeglichenen Punktestand zu sorgen. Ist natürlich die Frage, schafft er das? Ja, man sieht natürlich auch nicht, wie viele Punkte tatsächlich auf den einzelnen Elementen drauf sind sozusagen. Ich weiß nicht, wie schwer es ist. Wie in echt auch. Ja, wie in echt. Also wenn man das wie in echt macht, dann stehen wir hier auch nicht von der Zahn drauf. Sondern das macht dann die Spielwelt von selbst. Es steht 2 zu 10. Komm, Wirt. Wir können gut. Also langsam erarbeitet sich hier Michi auf jeden Fall die Oberhand, macht das gut. Aber macht dann ein paar Tricks bei seinen eigenen Spots, was natürlich jetzt nicht super viel bringt. Naja, also dadurch, dass er ja die Tricks an seinem eigenen Spot macht, ist es natürlich auch schwieriger für Wirt, diese zu klauen. Solange er seinen eigenen Highscore sozusagen knackt. Genau, so meint er. Aber jetzt haben wir gesehen, Wirt hat jetzt was geklaut gerade, deswegen 3 zu 9. Alles noch drin, alles variabel. Was man natürlich auch machen kann, was Michi auch ganz gut vormacht. Man kann natürlich auch anfangen, die Punkte an seinem eigenen Spot zu machen und dann zum nächsten Spot rüberspringen und dann dort die Combo fortzuführen. Dann gilt das der Highscore quasi für beide Objekte und was natürlich sehr, sehr hilfreich ist und schnell für Punkte sorgen. Das wäre wahrscheinlich eine Superstrategie, die Wirt jetzt fahren könnte, um da nochmal ranzukommen. Es steht 2 zu 11. Wir haben jetzt die Hälfte der Zeit runter vom Timer. Und es ist spannend. Es steht 4 zu 3 für RBTV. Insgesamt der Punktestand an diesem Haus. An Haus 3 steht 60 zu 6. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass die Gamestar da nochmal probiert ranzukommen. Und das sieht jetzt auch gar nicht so schlecht aus. Wie gesagt, am Ende wird es dann wahrscheinlich gleich auf das Duell zwischen Sarah und Natascha ankommen. Und dann werden wir sehen, wer sich jetzt 12 Punkte für den Gesamtpunktestand sichern kann. Bei Turmlaufs-Ruske. Es ist auf jeden Fall spannend. Es wird auch weiterhin spannend bleiben. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Wohnt euch einen Kaffee. Gleich von Chibu Black and White. Und dann gönnt euch das. Es ist ein Fest. Es steht 2 zu 13. Also es ist jetzt schon doch ein klarer Vorsprung für Michi an dieser Stelle. Also nochmal der Hinweis an alle Zuschauer. Es spielen gar nicht Krogi und Julius zu spielen. Wirth und Michi. Wirth auf der linken Seite, Michi auf der rechten Seite. Aber Wirth macht das gut. Also der versucht wirklich, sich hier die einzelnen Spots von Michi zu greifen. Aber der hat natürlich vorgelegt einfach. Der hat vorgelegt. Macht das natürlich auch souverän. Baut da den Vorsprung auch auf diesen Objekten aus. Mit guten Kombos. Aber Weth gibt sich nicht geschlagen. Eine Minute haben wir noch. Das ist natürlich immer so ein bisschen, Ai, 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 Ai. Wer ist denn da auf die Taste gekommen? Ist da passiert. Wie hast du denn das Spiel mit einer Taste geschlagen? Warte, es kommt gleich wieder zurück. Wir gucken mal, ob wir wieder ins Spiel mit. Nein. Das hat die Playstation zu mir noch nie gesagt. Jetzt kommt diese Nachricht von Tony Hawk. Wir haben jemanden eingeladen, ein Überraschungsgast, der gleich eine Runde für euch spielen wird. Hast du den Konami-Code eingegeben? Also ich hätte den Punkt auch nicht gegeben. Ich würde den Punkt auch nicht gegeben. War ganz knapp, aber... Mit dem enttäuschten Blick könnte ich nicht... Er wird nur reinkommen mit dem Punkt. Wir sind wieder drinnen. Wir sind wieder drinnen. Wir sind wieder drinnen. Hä? Ansonsten hätten wir tatsächlich auch einfach den jetzigen Stand zählen lassen, weil es war relativ eindeutig. Aber jetzt hat Wirt doch mal alle Möglichkeiten. 40 Sekunden, Ticken runter Wirt. Hat sich ein Objekt geschnappt. Es steht nur noch 3 zu 13. Nur noch 10 Objekte. Das ist möglich. Das ist möglich. Das ist alles möglich. So ist es nicht, genau. Aber jetzt hat Michi da auch wieder ein Objekt sich so geklaut. Also es ist wahnsinnig dominant, was Michi hier abfährt. Danke. Ja, wie gesagt, absolut. Absolut. Aber du hörst noch gut. Deswegen wird es gleich dann zu einem Finale kommen. Und es gibt da schon wieder Probleme. Das gibt es doch nicht. Wenn ihr beide den gleichen Trick gleichzeitig macht. Ich bin ja wirklich nicht gegengekommen. Verrückt. Versuch mal wieder ins Spiel reinzukommen. Ist ein dritter Controller drin? Da ist nämlich irgendein Gast oder so. Liegt da irgendwo noch ein Controller? Sitzt da irgendjemand auf einem Controller drauf? Das passiert mir zu Hause häufiger. Nein? Ne, hier ist nichts. Okay. Wir gucken gleich sonst mal. Wir bleiben ganz entspannt. Genau. Wir schauen, was wird. Gucken wir gleich mal. Das überspielen wir souverän mit unseren Moderationsfähigkeiten. Das ist gar kein Problem. Das ist Maurice. Und dann würden wir auf jeden Fall schauen. Wenn es jetzt nicht weiter geht, dann würden wir dieses Match für die GameStar zählen. Das heißt, wir würden bei einem 4 zu 4 ankommen bei Tonyos Proskater. Und damit zu einem Finale. Wie wir schon prediktet haben. Aber es geht weiter, glaube ich. Ich höre etwas. Ich höre auch. Ich höre Leute, die sich auf die Fresse hauen. Das kann nur Tonyos Proskater sein. Ah, ja. Das könnte auch vieles anderes sein. Aber jetzt gerade im jetzigen Kontext ist es wahrscheinlich... Im jetzigen Kontext ist es wahrscheinlich Proskater. So nachmittags ist es meistens die Redaktion. Ja. Und damit sind wir bei einem Punktestand von 4 zu 4 hier bei Tonyos Proskater. Und wir kommen zum Finale von Tonyos Proskater. Der entscheidenden Schlacht zwischen Natascha und Sarah. Absolut. Wir spielen weiter. Graffiti. 5 Minuten. Map Burnside. Letzte Runde. Und wer diese Runde gewinnt, bekommt 12 Punkte für den Gesamtpunkt. Und das wäre natürlich total wichtig für Team GameStar, um da nochmal heranzukommen. Um da BTV auch nochmal zu zeigen, ey wir spielen noch mit, wir sind noch da und wir haben Bock. Absolut, absolut. Und wir werden jetzt auf jeden Fall gleich sehen, wie sich das Ganze ausgehen wird. Und ob dann vielleicht Team GameStar sich die wichtige Zeit runterkommt. Ey, da passiert irgendwas, das ist schon wieder passiert. Wir gucken gleich nochmal, was die Technik angeht. Ja, wir haben technische Schwierigkeiten da ein bisschen, also... Die Kontrolle übernehmen habe ich das Gefühl. Ja. Kann es wirklich sein, dass wir hier einen Schelm hinter den Kulissen haben, der versucht hier Einfluss zu nehmen auf dieses spannende Duell. Ich hoffe nicht. Alles ist möglich bei RBTV, wir wissen es erst nicht. Also hier steht Gast 1 will mit dem Controller rein, das stand jetzt mehrfach. Und ich bin RBTV Blau, meine ich. Mhm. Ja. Unsere Sicherheitsbeamten sind unterwegs, alles zu durchsuchen, alle Schränke zu öffnen, zu gucken, ob sich da jemand versteckt. Wir haben natürlich im Vorhinein alles durchsucht, ob hier irgendwelche ungebetenen Gäste zu finden sind, haben Sofas aufgerissen, um zu gucken, ob sich da jemand vielleicht drin verirrt hat. Niemanden haben wir gefunden. Aber wer weiß, ob sich jetzt jemand reingeschlichen hat mit dem Frühstückslieferung oder so. Weiß man ja nicht. Man kann es nicht vorhersagen. Was wir auf jeden Fall nicht aufgerissen haben, sind diese wunderschönen Couches. Ähm, die würden wir niemals aufreißen. Die sind viel zu schön und viel zu bewegen. Absolut. Denn die wollen wir ja auch noch loswerden an euch da draußen. Ihr könnt noch mitmachen bei unserem Gewinnspiel rbtv.io slash sofa. Könnt ihr diese beiden wundervollen Couches gewinnen, die wir gemeinsam mit euch und mit Adobe gestaltet haben. Vielen, vielen Dank an alle, die sich daran beteiligt haben. Und das sind auf jeden Fall Unikate. Sehr bequem, hast du schon gesagt. Sehr bequem. Und der Krogi-Schweiß, der auf dieser Couch schon eingeschwitzt wurde, ist selbstverständlich dann immer noch drauf. Also, da habt ihr auch ein bisschen Krogi für zu Hause. Ja, da kann man vielleicht auch jemanden klonen von. Und natürlich haben wir auch noch andere Spiele für euch da draußen, wenn ihr Bock habt auf Minecraft und ein bisschen was für Team GameStar oder Team Rocket Beans erspielen wollt, dann kommt doch jetzt rüber. Geht bei drei. Es wird spannend. Absolut. Es spielt was für euer Haus und macht eure Spieler ein bisschen glücklicher. So, nämlich rbtv.io slash Minecraft. Kommt rüber, kommt auf den Server und dann könnt ihr euch mit sehr, sehr vielen anderen Leuten duellieren bei King of the Hill. So, wir gucken mal, wie es bei euch da drüben aussieht. Da gibt's Daumen. Ich glaube, es gibt den Daumen hoch. Das heißt, wir könnten in das große Finale von Tony Hawk Proskater starten und gucken, wer nimmt sich Spiel zwölf. Dann legt bitte los, liebe Leute. Das entscheidende Match zwischen Sarah und Natascha. Graffiti, Sarah und Natascha. Da übernimmt Sarah für die Führung mit zwei Tags. Einfache Tags. Einfache Tags. Einfache Tags. Das ist genau das, was wir vorhin angesprochen haben. Man kann sich schnell Objekte holen, indem man einfache Tricks macht, aber muss natürlich auch damit rechnen, dass der Gegner sie einfach klauen kann. Also, Sarah macht hier eher Masse statt Klasse, was vollkommen fein ist. Das ist vollkommen fein. Er steht fünf zu vier jetzt auf einmal. Natascha hat sich da die Führung geschnappt. Nicht schlecht. Das ist natürlich ein sehr gutes Ding, weil sie war vier oder drei Punkte im Rückstand, wenn ich das richtig weiß. Ja, und das ist natürlich dann das Problem, was Sarah jetzt hat, ne? Die hat viele Spots, die einfach zu klauen sind und hier versucht, das sehen wir auch gerade bei Natascha, die versucht sich jetzt hier in diesem kleinen Pool und hat ihn auch. Und den hat sie. Ich bin zu drüben. Sechs zu drei. Wahnsinn. Also, Natascha macht das richtig gut. Aber da holt sich Sarah den Pool zurück. Und es ist Ausgleich. Und schon wieder ein Punkt auf Seiten von Natascha. Also, es ist wahnsinnig spannend. Es geht hin und her. So wollen wir das doch sehen. Das ist doch geil. Das ist guter Content. Und jetzt haben sie sich beide so ein bisschen wegorientiert von dem Pool, der immer noch, glaube ich, in Hand von Team Rocket Beans war. Ja. Aber Team Games war weiterhin in Führung. Doch jetzt hier, 6 zu 5, hat sich Sarah was geklaut. Schön. Schön gemacht. Sehr gut gemacht von Sarah an dieser Stelle, die da mit in Führung geht. Also, crazy. Und Natascha versucht sich hier wieder an dem Pool, der jetzt aber ein bisschen schwieriger zu schnappen ist. Da hat Sarah gut vorgelegt. Und das nächste für Sarah. 7 zu 4 jetzt. Oh, aber ein schöner Trick von Natascha. Und ich glaube, das war auch eine relativ gute Combo. Das heißt, er ist nicht so leicht wieder wegzuklauen. Wir werden sehen. Und hier wird es so grindet. Da wandelt sich wieder etwas so blaues zu rot. Das hat sie sehr gut gemacht, die Sarah. Und klaut da wieder ein Teil von Natascha. Und da besteht es jetzt 10 zu 2. Also schon ziemlich eindeutig gerade. 11 zu 2. Aber wir haben ja gerade gesehen, wie schnell die Sachen auch wechseln können. Also das bedeutet, hier ist noch nichts entschieden. Noch gar nichts entschieden. Natascha muss sich jetzt ein bisschen konzentrieren. Ich kann nicht. Ich weiß. Es bleibt spannend. Und kann Natascha da jetzt noch mal ein bisschen zurückklauen. Wie gesagt, auch wir hier nehmen viele einfache Spots. Viele einfache Spots, die man sich schnell grabben könnte. Da zum Beispiel. Da zum Beispiel. Da hat sie es super gemacht. Da wurde auch direkt wieder ein weiteres Teil von Sarah gestohlen. Also es ist wichtig, dass Natascha da jetzt noch mal alles gibt, um für Team GameStar versucht, die Punkte zu holen. Aber Sarah macht das auch schlau. Macht hier einfache Grinds und No-Stalls, um sich die jeweiligen Objekte schnell zu sichern. Und das funktioniert gut. Das muss man ihr sagen. Das funktioniert sehr gut. Das macht sie auch einfach souverän. Klaut da wieder ein Teil. Damit liegt es 13 zu 1. Was am Anfang noch sehr ausgeglichen aussah, ist jetzt ziemlich eindeutig. So, 90 Sekunden auf der Uhr. Kann Natascha da noch mal zurückkommen? Ist natürlich schwer, wenn man da die ganze Zeit am selben Spot hinfällt. Das ist natürlich unglücklich. Und Sarah sichert sich das nächste Teil. Also es ist jetzt wahnsinnig eindeutig geworden auf Seiten von Team RBTV. Aber, aber trotzdem. Man hat, wir haben jetzt noch eine Minute 10 Zeit. Da ist noch alles drin. Man kann auch einiges umfärben. Und einige Spots sind auch noch relativ einfach zu grabben. Ist natürlich noch nichts gegessen, ganz klar. Es geht weiter. Und wir haben gerade auch gesehen, einige Elemente haben noch gar keine Farbe. Auch da kann man sich schnell Punkte sichern. Jetzt muss man die aber erst mal finden. Man muss die erst mal finden. Man muss auch erst mal in den Flow kommen. Das heißt, man muss Geschwindigkeit aufbauen, sich eine Kombo aufbauen. Sonst wird die wieder direkt zurückgeklaut, dieses Objekt. Aber es sieht nicht gut aus für Team GameStar. Es sind nur noch 35 Sekunden auf der Uhr. Und es fehlen noch 14 Objekte zum Ausgleich. Ich glaube, das Ding ist wohl oder über gegessen. Man kann hier aber auch wirklich niemanden mit einem Vorwurf machen. Das ist einfach auch kein einfaches Spiel. Es ist frühmorgens, die Kandidatinnen sind entsprechend müde. Das bedeutet, natürlich kann nämlich jeder jetzt sein komplettes A-Game auffahren. Das ist vollkommen fein. Und das sieht relativ eindeutig aus. Und in fünf Sekunden sind wir dann durch. Ja, wir sind durch. Und damit geht... Ja, da haben wir es. Spiel neun in diesem Tony Hawk Pro Skater an Rocket Beans. Genau. Das waren zwölf Punkte für Team Rocket Beans. Und ich würde sagen, wir gucken einmal ganz kurz auf den Gesamtpunkte-Stand. Wie es denn da aussieht. Aber vor allem auch, wie viele Punkte man noch kriegen kann. So. 72 zu 6. 72 zu 6, genau. Das heißt, die Hälfte. Liebe Leute, es ist Halbzeit. Ist das nicht schön? Die Sonne geht auf. Es ist ein schöner Morgen. Und wir haben Halbzeit. Und das bedeutet, wir haben noch zwölf Spiele vor uns. Und es ist noch alles drin, liebe GameStar. Jede Menge Punkte. Das war jetzt ein sehr enges Match. Respekt an euch alle. Cool. Ich glaube, von euch haben jeweils nur Krogi und Michael Obermeier, die waren die Einzigen, die das schon großartig gespielt haben, das Spiel, oder? Guter Mann halt. Ja, Michi. Guter Typ. Das war auf jeden Fall spannend. Das war ein Kopf-und-Kopf-Rennen. Das war super spannend. Es sind noch 222 Punkte. Wie gesagt, bei dir auch, Sarah, du hast es jetzt zum Schluss sehr gut gemacht. Warst sehr souverän. Danke. Bist du gut reingekommen in das Spiel? Gerade habe ich mega das Tief. Es ist einfach nur... Ich habe einen Trick gemacht die ganze Zeit. Und den, bei dem man nur in eine Richtung drücken muss, um wieder den zu stehen. Das war der. Einer mehr als Tasche. Hallo. Ich habe das noch nie gespielt. Ich habe mir vorher dieses Tutorial angeguckt. Ja, ich weiß. Aber ich konnte nichts mehr umsetzen, was man damals mit Kombos und so verstanden hatte. Weil es hat funktioniert. Keine Ahnung. Man muss aber auch einfach sagen, Natascha, du hast es am Anfang extrem gut gemacht. Also, das war sehr, sehr eng am Anfang. Da war ich auch noch ein bisschen wacher. Ja, es ist natürlich auch einfach, ne. Ich spiele damals 8 Uhr morgens oder so. Und da ist man vielleicht jetzt nicht gerade bereit, alles auszupacken, wenn man gerade schon in Zwölfsturm gespielt hat. Natürlich. Aber was den Teams helfen kann, wach zu werden, das ist die tolle Aktion. Denn Chibo sponsert uns mit Chibo Black & White. Und das Siegerteam bekommt wieder zwei Portionen Kaffee. Wir haben noch Not-Kaffee. Stimmt das? Wir kriegen noch Not-Kaffee. Wir kriegen noch Not-Kaffee. Nur für Speedrun. Beim nächsten Speedrun bekommt... Es tut mir leid. Es stimmt Kaffee, liebe Leute. Sorry, liebe Leute. Tut mir leid. Ihr habt doch noch was übrig, oder? Ihr habt doch noch was, oder? Ihr habt doch noch ein bisschen Kaffee. Ihr habt noch ein bisschen Kaffee, oder? Krogi hat so heimlich was eingesteckt, oder? Ey, wir haben alles da. Die Jackentasche? Sehr gut. Kommt vorbei. Wir können alles abfüllen. Dann vielen Dank euch. War's das hier? Wir werden jetzt kurz einmal weitermachen mit Minecraft. Du bist natürlich noch nicht am Ende von Haus an Haus angekommen. Nein, 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 liebe Sarah. Du hast noch ein paar Stunden vor dir. Auch wenn es ganz gut aussieht für euch, dass ihr ein bisschen früher rauskommt. Aber es ist noch alles drin. Und jetzt, was alles drin ist bei Minecraft zum Beispiel. Ähm, wir werden gleich anfangen mit Minecraft. Zwischendurch noch mal ein kurzer Hinweis auf unser fantastisches Merch, was wir für Haus an Haus für euch bereitgestellt haben. Das findet ihr hier unten. Schön, guckt euch das mal an. Oh, putz dich raus. Ist das nicht schick? Haus an Haus. Jetzt im Shop gönnt es euch. Es ist wunderschön. Es ist wunderbar. Es ist bestes Material. Es ist auf jeden Fall wert. Wann kommt Gothic 2? Wann kommt Gothic 2? Moment. Wann God of War? Wann laufen wir im Fluss, hab ich gehört? Wann gehen wir nackt baden? Ich, ähm, ja. Wann kommt das alles? Wann Pokémon? Nicht lachen, Challenger. Okay. Gothic hab ich hier nirgendwo gefunden, glaube ich. Nee, ich auch nicht. Das wär auch ein bisschen unfair, oder, Krogi? Also bitte. Du hattest jetzt schon Tony Hawk's Pro Skater, Krogi. Jetzt musst du dich auch ein bisschen zusammenreißen, ja? Du kannst ja jetzt einfach gleich nach hinten gehen, einmal ein bisschen zocken und runter, oder was? Das schwenk ich die ganze Bahnstaltung. Das machst du doch eh jeden Tag. Das ist uns doch scheißegal, Krogi. Mach doch, was du willst. Alles für die Klicks. Können wir im Nachhinein noch, äh, so wird in der Post dann gefixt. Ist kein Problem. Alles gut. Fixt für den Post ist das Motto bei Rocket Beans TV. Wir gucken mal, wie weit unsere Minecraft-Leute sind. Ob wir da schon bereit sind. Der gute Doom gesetzt sich ja dann auch noch zu uns. Also es wird ein Fest. Ja, dann. Ja, komm doch rein. Komm doch rein, Doom. Komm rein, setz dich gerne. Einfach rein mit dir. Einfach rein mit dir. Winken. Oh. Genau, hallo Doom. Doom setzt dir das Headset auf, gesell dich zu uns. Es ist ein wunderschöner guten Morgen. Ah. Wie ist es so im Hintergrund? Hast du Eindrücke aus der Regie? Wie läuft es denn da? Sind die Leute da gerade fit? Oder sind die auch langsam so ein bisschen am Struggle? Ah, da gibt es einen oder anderen Kandidaten, der vielleicht auch schon langsam abbaut. Aber das ist der Länge dieser Show zu verschulden. Ähm, ich, ich, ähm, möge sie bitte entschuldigen. Denn, yes, Krogi. Oh, danke dir. Also, ihr macht uns wirklich stolz. Beste Laune hier bei Team Rocket Beans, muss man auch einfach sagen. Aber das Schöne ist ja, in der Regie werden auch Schichten durchgetauscht. Das heißt, da kommt immer wieder Frischmaterial das Verbrauch. Ah, sehr gut. Sehr gut. Typisch Rocket Beans, Frischmaterial immer hinten reinschieben, wenn die ersten hinten runterfallen. So muss es sein. Ja. Wie ist es denn bei den, bei unserem Minecraft-Server? Ist da auch Frischmaterial? Da schauen wir doch mal direkt drauf, Steffen. Denn wir haben ja eben schon dazu aufgerufen, vielen Dank an euch an dieser Stelle, dass die Leute doch jetzt schon mal sich bereit machen sollen, um auf unseren Server zu kommen. Ich bin hier mit unserem Spectator drin und ich schaue mal einen Blick auf die Teamliste und wir sehen ein paar blaue Namen. Das sind Team GameStar-Leute und doch einigermaßen mehr rote Leute. Das sind natürlich Team RBTV-Leute. Es gibt übrigens für diejenigen, die hier gewinnen, für das jeweilige Team, ganz fantastische Gaming-Stühle zu gewinnen. Noch mehr komfortable Sitzmöglichkeiten, wo man vielleicht nicht unbedingt, na doch, man kann auch ganz gut drin schlafen, glaube ich. Man kann gut drin schlafen. Ich glaube, wenn das so diese richtig geilen Gaming-Stühle sind, die wir hier im Haus haben, dann kann man sich da richtig schön einlullen. Aber es wird jetzt sehr interessant zu sehen, welches Team der Community das Duell für sich entscheidet. Genau so ist es. Wir rufen hier an dieser Stelle noch einmal dazu auf, Team GameStar möge sich jetzt bitte auf den Server bewegen. Sonst müssten wir erst mal mit einem kleinen Match Vorlieb nehmen. Wir lassen natürlich die Teamgrößen gleich bleiben, deswegen müssen wir das kleinere Team, die Teamgrößen bestimmen lassen. Wir haben gerade sieben Personen mit Team GameStar, also los Leute, Team GameStar. Ihr müsst aber Leute das unterstützen. Ich wünsche euch noch ganz, ganz kurz Zeit, dass ihr jetzt auf den Server kommt, legt das Frühstücksbrötchen zur Seite und werft Minecraft an. Und dann legen wir gleich los. Denkt ihr, dass das, wo wir gerade das Thema hatten mit Gaming-Stühlen, dass man da vielleicht auch drin schlafen könnte? Also jetzt gerade, wo die Sonne über Hamburg aufgeht, legen sich jetzt noch Leute von den Teams schlafen? Habt ihr da ... Also wir haben gerade gehört bei Sarah und Natascha, dass die doch schon recht fertig waren. Das heißt, es könnte sein, dass es da vielleicht gleich einen Schichtwechsel gibt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange Maurice und Jalina schon geschlafen haben. Aber die kann natürlich auch nicht Ewigkeiten da rumliegen. Wir müssen auch mal wieder ein bisschen ran, müssen wieder ein bisschen was für das Team reichen. Da müssen frische Kräfte ran. Ich glaube, da wird auch einfach durchgewechselt. Also das kann ich mir gar nicht anders vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, ich denke auch. Hier kommt auch schon so ein leichter Geruch von Kaffee rein. So ein Frühstück so ein bisschen. Also da hat wahrscheinlich ein Team gerade den Chiburo Black & White ausgepackt, um sich wieder so ein bisschen zu boostern für diese ganz fantastische Aktion. Wir gucken mal, wie es jetzt aktuell auf dem Minecraft-Server aussieht. Immer noch sieben? Also es kommen noch nicht wirklich mehr GameStar-Leute dazu. Dann würde ich sagen, wir starten ein kleines Match. Wir haben diesen Notfallplan abgesprochen. Wir starten ein kleines Match und unsere Helfer im Hintergrund werden nach und nach weitere Teammitglieder zum Spiel hinzufügen, wenn diese denn in die Lobby joinen. Wir können jetzt natürlich nicht lange warten. Deswegen würden wir jetzt einfach mit einem kleinen Match anfangen und das versuchen zu begleiten. So machen wir das. Dann gebe ich jetzt das Go für ein kleines Match. Wir geben hier das Go hin. Starten wir rein. Die 30 Personen im Hintergrund, die sich um diesen Minecraft-Server hier kümmern, rotieren jetzt. Genau, genau. Die starten im Hintergrund die Systeme, die fahren hoch, die fahren heiß, wählen die entsprechenden Spieler und SpielerInnen aus und die werden dann gleich ins Spiel befördert. Ja, wir haben auch alles hier im Hintergrund eins zu eins so nachgebaut, um uns zu testen, hier bei uns im Hof, mit kleinen Blocken aus Pappe. Ja, das ist richtig. Wissen viele nicht, aber wir haben tatsächlich sehr viel Pappe hier. Diese von einem schwedischen Möbelhaus, diese Regale. Ja, genau. Da gibt es so Einsätze, die sind sehr quadratisch. Die eignen sich sehr gut als Testmaterial. Ja, weil wir mussten es ja irgendwie testen. Und wie, wenn nicht so, würde ich sagen. Mir fällt zumindest nichts anderes ein. Nee. Wir denken auch einfach praktisch hier im Haus. Ja, richtig. So muss es, so muss es. Genau. So, wir warten jede Sekunde, kann es losgehen. Eine Güte, Leute. Ich bin etwas gespannt. Es geht hier immerhin um zwei Gaming-Stühle. Für das eigene Team. Das ist richtig, ja. Wahnsinn. Das ist wichtig für die Teams. Sehr wichtig. Die werden natürlich hinterher aber wieder eingesackt, die dürfen die Leute nicht mit nach Hause nehmen. Sicher? Ja. Okay. Dann ist das so. Nicht so wie die Pixel-Sofas, denn die könnt ihr gewinnen. Die könnt ihr gewinnen. Die stehen hier noch im Studio, aber bald können sie bei euch zu Hause stehen. Hoffentlich sehr bald. Wir haben nämlich nicht viel Platz hier bei uns. Das ist das Problem. Die sind wunderschön, wir würden sie gerne behalten. Wir haben einfach nicht den Platz dafür. Nee. Die sind aber auch ganz entspannt. Also die würden glaube ich auch in jedes Wohnzimmer reinpassen. Das ist ein Zweiersitzer-Sofa. Ja. Die können natürlich nur eins gewinnen. Wir verlosen die quasi einmal pro ... Also eins und eins. Nicht zwei auf einmal. Das wäre Wahnsinn. Und vielleicht können wir nachher noch mal unterschreiben drauf. Wobei, wenn ihr genug Paypalt an uns, vielleicht könnt ihr dann zwei Crouchen auf einmal gewinnen. Da müssen wir noch ein bisschen an den Regeln falsch machen. Richtig, richtig. In den Teilnahmebedingungen steht nicht, dass es nicht geht. So. Jetzt haben wir nämlich endlich unser Match, das gegeneinander anfängt. Ich wechsle hier in den Spectator-Modus, sobald das Spiel mich das machen lässt. Und dann starten wir bei Team Rot. Aber wir können auch jederzeit in der Map herumfliegen. Und jetzt können alle Leute herumfliegen. Es lag ein bisschen bei mir. Oder vielleicht ist es auch die Tastatur, die langsam ihren Geist aufgibt. Ja, jetzt ganz langsam geht's los. Wir sehen hier unsere tapferen MitstreiterInnen, die Stadt erstürmen. Denn in der Stadt sind Lootkisten versteckt. In jedem Haus sind vielleicht mehrere Lootkisten versteckt. Manchmal auch keine. Wir wollten ja auch ein bisschen trollen. Und dementsprechend suchen jetzt die ganzen Leute eben sich den Loot zusammen. Und ich versuche hier grad vorwärts zu kommen, muss ich's gestehen. Aber das Spiel lässt mich nicht. Aber es ist eine schöne Aussicht. Es ist eine schöne Aussicht. Also wir können hier an der Stelle nochmal Danke an die Rocketminers sagen, die uns einfach beim Bau dieser Map unterstützt haben. Die sind ja immer unser Go-To-Channel für, wenn wir Hilfe bei Minecraft brauchen. Dann nennen wir uns an die Rocketminers. Und die haben unter anderem diese fantastische Stadt gebaut, die es auf der anderen Seite der Map nochmal gibt, für Team Blau, Team Gamestar. Dann natürlich nicht mit einer Bohne in der Mitte. Sondern mit einem Stern. Mit einem großen Stern, genau. Und dann würde ich jetzt einmal sagen, während die ganzen Teammitglieder sich hier aufhalten und versuchen, sich ihr Equipment zu looten. Das ist vielleicht nicht ganz so spannend wie, wenn wir uns einmal zum Hill teleportieren. Denn beim Hill, das ist die Zone, die eingenommen werden muss. Das heißt, wenn ihr jetzt auf dem Server seid und gar nicht wisst, was los ist, was ihr überhaupt machen müsst, da müsst ihr hin. Das ist die Mitte. Alle Wege, alle farbig markierten Wege führen eigentlich in diese Zone. Es ist nicht zu verfehlen. Ansonsten fragt mal euren Mitspieler oder Mitspielerin neben euch. Und da sind auch schon die ersten Leute am Durchlieren. Da kommen schon die ersten an. Und da hat Team Gamestar mit einem, was haben wir da? Ein Totem, glaub ich. Ähm, ein Mitglied von Team RBTV erschlagen. Wir haben jetzt, wie gesagt, wir haben grad ein kleines Match gestartet. Viele Leute drücken sich grad noch ihre Frühstücksbrötchen rein. Deswegen haben wir erst mal mit kleinen Teamgrößen angefangen. Wir werden versuchen, noch weitere Leute, wenn sie denn in der Lobby ankommen, hier in den Server zu bewegen. Ist natürlich auch eine gute Taktik. Erst mal eine Person, wenig ausgerüstet, nach vorne zu schicken. Absolut. Die sich erst mal den Hill grabbt. Und dann kriegt man erst mal einfache Punkte. Es geht letzten Endes um die Punkte. Denn egal, wie viele Leute hier sterben oder looten, es geht letzten Endes darum, diesen Bereich in der Mitte zu halten. Und da verteidigt Mike P verteidigt ja schon wieder. Mike P hat hier aber wirklich und hat ja auch schon Unterstützung bekommen von Fiolo. Und da fliegen sogar Sachen, siehst du? Da bringen sich Sachen rum. Das ist nämlich diese Organisation und diese Kooperation, die ich bei den Teams, die sich auf unserem Server aufhalten, erwarte. Dass es nicht Einzelstreiter sind, Einzelkämpfer und keine Rambos, sondern dass sie sich untereinander absprechen. Vor ein paar Stunden hatten wir ja schon ein Minecraft Match. Da haben wir auch gesehen, dass sie sich quasi Versorgungsrouten aufbauen, indem sie Kisten vor den Schlössern aufstellen, wo sie ihren Loot reinpacken, sodass du nicht mehr in der Stadt looten gehen musst, sondern dass dein Team dir quasi deinen Loot hinterherbringt. Und so soll es ungefähr auch ablaufen. Leider haben hier natürlich Team RBTV einen klaren Nachteil gegen zwei, mittlerweile drei Team-Game-Star-Leute. Ja, also da verstehe ich auch nicht. Da muss doch eigentlich Team RBTV da mit mehreren Leuten ankommen. Absolut. Das hat mir gar keinen Sinn, da alleine reinzuchallengen. Nee, da würde ich mich vielleicht sogar sammeln anstelle von Team RBTV und keine Einzelgänge wagen. Aber sie verlieren da ihre Leben. Wir brauchen ... Oh, da geht aber jemand sehr gut mit diesem Gleiter rum. Das sieht aber sehr elegant aus. Ja, Mike P. auf jeden Fall merkt man schon. Der hat schon einige Stunden auf der Uhr. Das ist kein Frischling, du. Oh, da kommt aber Team Rocket Beans von der anderen Seite jetzt gerade. Und diesmal auch mit mehreren. Und mit Feil und Bogen. So wollen wir das sehen. Sehr gut. Und schön ausweichen, schön ausweichen. Ihr könnt auch bauen, ihr könnt euch auch Mauern bauen. In einem gewissen Umkreis um den Hill herum ist das Bauen möglich. Auch das Abbauen natürlich. Aber das Bauen könnte euch vielleicht Mauern errichten lassen, die euch vor den Pfeilen schützen. Letzten Endes müsst ihr aber trotzdem in den Hill reinlaufen, um dann Punkte zu generieren. Also man kann sich jetzt nicht unten unter dem Hill durchgraben? Das haben wir ... Genau, wir haben quasi eine feste Zone definiert. Und durch die kann nichts mehr durchdringen. Äh, beziehungsweise man kann sich nicht durchbauen. In gar welcher Form. Man muss schon letzten Endes hier oben auf diesen von der weißen Linie umzäunten Bereich sich aufhalten. Je mehr Verstärkung hier Team Gamester kriegt, desto leichter wird es ihm natürlich fallen, diesen Hill zu halten. Aber jetzt kommt es hier zu einer eindeutigen Schlacht. Aber jetzt kommt ein kleiner. Oh, sehr gut. Ein Push von Team Rocket Beans. Aber es kämpft Diamantschwert gegen Diamant Armor. Das heißt, es gleicht sich natürlich relativ aus. Team Gamester hat ein paar dunkelblaue Schwerter, wie wir hier sehen. Das heißt, die sind verzaubert. Sie haben magische Effekte, die wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr Schaden bringen könnten. Das sieht natürlich sehr gut aus für Team Gamester hier. Diese wunderschönen Gangstühle zu ergattern. Ah ja. Da sind drei Toten und die Chancen stehen nicht schlecht. Leider noch null Punkte für Team Rocket Beans. So, und hier sieht es auf jeden Fall relativ eindeutig aus. Leider, leider. Es hat sich trotz Ansturm von Team Rot und Team RBTV nichts getan am Hill. Es wurden vielleicht ein paar blutige Schrammen verteilt, ein paar Narben und Wunden mit den Schwertern gezogen. Aber trotzdem konnte sich Team Blau hier definitiv halten. Aber das bringt natürlich nicht viel, weil man kann sich auch wieder heilen, indem man einfach, wie man hört es schon, das Schmatzen wieder mit Fleisch oder anderen nahrhaften Gerichten versorgt. Man glaubt es kaum, anscheinend haben sie auf meine Tipps gehört. Nein, es sind nicht meine Tipps, denn Team Blau hat sich eine Mauer gegen Team Rot gebaut. Mit TNT. Jetzt übertreiben sie es auch noch und halten es noch nicht mal für nötig, gemeinsam den Hill zu halten, sondern eine kleine Dreiertruppe sondert sich auch noch ab von der Hill-Truppe. Und wir schauen einmal auf den Weg von Team Rot, wenn mich das Spiel dahin fliegen lässt. Also das ist ein bisschen frech, finde ich jetzt. Da nimmt sich kein Team Gangster an. Ja, ja, also das ist schon ein bisschen cocky. Ja, auf jeden Fall. Auch noch das TNT da so hingestellt. Ja, ja, so kommt ruhig ran und wenn ihr nah genug seid, dann zünden wir einfach dieses TNT. Könnte natürlich auch gegen sie verwendet werden, oder? Aber es sieht auch schon ein bisschen aus, als ob sich hier ad hoc eine Ritterfestung errichten würde, weil sie ja wirklich ihren Wall hochziehen. Wahnsinn. Schöner Schuss. Ei, 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 ei. Als kleiner Funfact, wir haben ja von den Rocket Miners diese Map bauen lassen und die haben sich auch einiges einfallen lassen. So könnt ihr zum Beispiel auch hier mal wieder einen Tipp vielleicht auch noch für die nächste Minecraft-Runde, die heute vielleicht noch stattfindet. Ähm, ihr müsst nicht die Haupteingänge nutzen von diesem gigantischen Schloss. Was? Das gigantische Schloss, du kannst dich natürlich, das macht Minecraft aus, du kannst dich jederzeit überall durchbuddeln. Und in diesem Schloss warten auch noch Gänge, wo du dich einfach hier durchbewegen kannst und dann vielleicht mal hier das Team flankieren kannst. Ich kann aber auch verstehen, wenn die Leute nicht die schön gebauten Dinge von den Rocket Miners einfach kaputthauen wollen. Nichts hält für ewig. Bzw. Minecraft. Jetzt hier nochmal ein Post von Team Rocket Beans. Oh, ein Freund bewegt sich, oh. Zu zweit nur gegen vier Leute, das kann nicht gut enden. Aber Vogelmann 1 kämpft auch noch, brennt aber leider. Schwierig. Irgendjemand scheint ihn mit etwas Brennbarem anzugreifen. Ja, Fiolo staubt da die Kräser wahnsinnig. Aber da kommen schon von der anderen Seite. Ja, vielleicht hilft es, so einzelne Leute rauszunehmen aus dem Team GameStar. Absolut. Ich glaube, es muss immer wieder weiter bearbeitet werden, man darf nicht lockerlassen. Da hinten sehen wir auch schon, ja, die werden natürlich von den Pfeilen unter Beschuss genommen. Hier ist der Master Chief, wie er einfach versucht. Aber mit richtig schön türkrisen Schuhen. Das gefällt mir. Er ist auch getarnt. Ja, das könnte sich jetzt im Grün verstecken. Aber das würde natürlich keine Punkte bringen. Wir sehen, fünf Minuten bleiben dem Team noch. Mittlerweile haben natürlich auch Team LBTV zwei Punkte geholt. Das ist immer beachtenswert. Zwei Ehrenpunkte. Und auch da flog gerade noch mal elegant jemand durchs Bild. Wahrscheinlich ist es unser guter Mike P. oder Yisrael. Ja, leider ein kleines Match. Ich würde einfach noch mal alle Leute dazu aufrufen. Wenn ihr nachher für euer Team was erspielen wollt, dann meldet euch bei uns im Minecraft-Server an. Kommt einfach auf die Lobby und da erfahrt ihr alles weitere, wie ihr am letzten Match dann nachher teilnehmen könnt. Wir würden uns freuen auf rege Beteiligung. Und dann vielleicht noch mal einen schönen Sieg von Team RBTV. Ich will hier noch keine voreiligen Lorbeeren verteilen. Also noch ist ja alles offen. Aber es ist ein bisschen schwer jetzt noch 400 Punkte einzuholen. Aber trotzdem sollten sie es versuchen. Ja, wenn ihr Bock auf Minecraft, rbtv.to slash Minecraft ist der Link. Genau. Und Team Gamestar hat auf jeden Fall schon, ich hab's vorhin gesehen, ein paar gute Sitzmöglichkeiten da drüben. Kriegen sie halt noch ein paar mehr. Jetzt kommt hier eine größere Gruppe von Team RBTV. Sehr gut. Stürzt sich auf Jarhead. Aber sie greifen nicht gemeinsam an leider. Ja, sie schaffen es nicht. Ne, sie kommen auch nicht ran. Natürlich unter Pfeilbeschuss. Jetzt auch wieder 2 gegen 1 Situation. Ja. Schwierig. Wobei er auch nur ein Hoodie anhat. Also das würde ich nicht als Rüstung bezeichnen. Aber dafür einen magischen Bogen und ein Schild. Aber dafür schaut's auch gut aus. Stimmt, stimmt. Es sieht einfach gut aus. Kann man nicht anders sagen. Das ist der Bonus. Also wenn man gut aussieht ... Ich glaube jetzt hat tatsächlich ... Der Style-Bonus bringt auch Punkte in diesem Spiel. Rocket Beats hat sich geschafft, jemanden auszuschalten von Team Gamestar. Hat im Vergleich aber 3 Leute verloren. Ja. Schwierig. Naja. Wir können doch mal auf das Verhältnis gucken. Wir haben peinlicherweise mehr Rocket Beans Leute als Team Gamestar Leute. Und trotzdem schaffen wir es nicht. Ja, es ist ja auch ... Man sagt ja immer Qualität vor Quantität. Und die stehen da einfach wie eine Eins, die Gamestar. Die stehen da auf dem Hill, lassen sich nichts anmerken. Absolut. Das sollte aber auch Motivation für euch da draußen sein. Also wenn ihr sagt, ey Minecraft, da war ich mal richtig gut drin. Ja. Auf jeden Fall. Vielleicht die nächste Runde für RBTV, dass ihr da mal das Ruder rumreißen könnt. Das wär doch spannend. Wir suchen euch. Vor allem suchen wir natürlich freiwillige Team Gamestar Leute, die bei Minecraft mitmachen wollen. Die vielleicht schlechter sind. Die vielleicht ein bisschen schlechter sind. Ja, genau. Wenn ihr schlecht seid und Team Gamestar unterstützt euch, dann ... Dann kommt dran. Kommt rüber. RBTV.to slash Minecraft. Ähm, aber hier geht's ja bei Haus und Haus, ne, geht's ja auch nicht nur um den Komfort. Geht ja auch um die Punkte, ne. Und da sitzt bei Team Rocket Games ein. Die Härte des Bodens, die scheint da ... Also da kann sich gerne noch Team Gamestar die eine oder andere Annehmlichkeit erspielen. Äh, das holt sie halt in den Punkten auch erstmal nicht weiter. Da müssen sie schon durch Leistung glänzen. So nämlich. Dennoch ist es natürlich hier eine Klatsche, die hier Team Rocket Games einfällt. Ja, es ist eine Klatsche. Es ist peinlich. Es tut weh beim Hintern. So spannend die letzte Runde war, äh, wer mag, kann sie gerne im VOD oder im Livestream nochmal nachholen. Äh, da hat es sich in den letzten Sekunden entschieden und Team RBTV konnte aufholen und Team Gamestar überholen. Hier sieht es leider richtig genau andersrum aus. Oh, da wird die Mauer auch aufgesprengt. Vielleicht war das ein taktischer Schachzug, um nochmal einen letzten Push auf den Hill zu wagen. Team Blau rechnet nicht mit diesem Angriff von der Seite. Und da kommt der Dreistag und wird direkt weggeflankt. Ja, gut, drei gegen einen ist auch einfach. Es ist einfach schwierig. Ach, Mensch, du. Noch 90 Sekunden auf der Uhr. Man kann jetzt schon sagen, das ist nicht mehr ein Problem. War nicht mal ein Ansatz. Ein letzter Versuch mit voller Rüstung. Aber wo möchte hier, äh, Movie-D-Man hin? Ach, der verfolgt einen blauen. Ja, das ist natürlich gut gemeint. Aber Vorsicht von dem TNT. Gut, jetzt ist er weit genug entfernt. Und er kriegt hin. Und er kriegt hin. Oh, schön. Da ist es hier. Der BTV. Movie-D-Man. Movie-D-Man. Und jetzt direkt weiter, direkt drauf. Lass ihn nicht essen, sondern hau ihn was an. Das kann nicht von Erfolg gekrönt sein. Der gegen eins, das ist ... Oh, da kommt natürlich ... So, hier, Waschi XT, direkt mit draufhauen, mit deinem Dreizack. Schmeiß ihn in den Rücken. Aber das reicht nicht. Nein. Das reicht nicht. Kills bringen uns hier nicht weiter, liebe Leute. Unglaublich organisiert. Wir haben immerhin schon vier Punkte auf Seiten von Rocket Beans. Also ist die Frage, schaffen Sie es noch auf zehn Punkte? Sieben, acht, neun. Oh, da hält sich jemand. Hat jemand sich reingeschlichen. Genau. Und hat die Chance genutzt, dass Team Blau sich einmal aus dem Hüll raus bewegt hat und ein paar Punkte gesammelt. Äh, tapfer, tapfer, aber leider ist es auch weg. Also, ich sag mal, war ein knappes Match. Ja, also es war spannend bis zur letzten Sekunde. Ja. Jetzt ist die Frage, schaffen Sie noch den zehnten Punkt? Das wäre natürlich jetzt wichtig. Also, ein Punkt. Ein Punkt noch. Ne, zweistellig, komm. Zehn Sekunden, ein Punkt. Stürm noch mal auf den Hüll. Jetzt in den letzten Sekunden auf den Hüll losstürm. So, wir machen jetzt doppelt oder alles. Der nächste Punkt zählt. Kommt hier noch nicht jemand aus Team Rot? Und ... Nein! Gangster hat's gewonnen. Verdient. Aber muss man auch sagen, verdient. Verdient gewonnen. Also, organisiert und trotz, obwohl in der Unterzahl nicht schlecht. Das verdient Respekt. Ja, und Mike P., Shoutout geht raus, hat da auf jeden Fall seine Crew gut im Griff gehabt und hat auf jeden Fall auch einiges mitgerissen. Kann man nicht anders sagen. Kann man nicht anders sagen. Es war sehr, sehr gut gemacht von Team Gamestar. Ja. Das bedeutet, an die Gamestar gehen zwei Gaming-Stühle. Für den Komfort, wie gesagt, es hilft vielleicht, um sich ein bisschen zu entspannen für die nächsten Disziplinen. Aber auf dem Punkteklassement sieht es natürlich nicht so gut aus für Team Gamestar. Wir schauen mal, ob sich das ändern wird in der nächsten Zeit. Ja. Ähm, wir machen jetzt gleich weiter mit dem nächsten Spiel. Vorher machen wir aber, glaube ich, noch eine kleine Pause. Aber erstmal nochmal ganz kurz die Punkteübersicht für euch da draußen. Wir gucken mal kurz rein. Und da sehen wir 72 Punkte auf Seiten von Team RBTV und sechs Punkte für Team Gamestar. Es ist natürlich noch nichts gegessen. Wir haben noch nicht mal die Hälfte der Punkte ausgespielt. Zwar die Hälfte der Spiele, die sind zwar schon rum, aber einige Punkte sind da noch auszuschütten. Und, Steffen. Ja. Unsere Schicht, die ist vorbei. Wir müssen Adieu sagen. Vielen Dank Doom erstmal. Schön, dass du da warst. Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank. Wir gehen jetzt schön frühstücken, irgendwo ganz entspannt brunchen würde ich sagen. Ja, schön Kaffee. Chivo Black and White. Chivo Black and White. Genau. Wir plündern noch schnell das Essen für die Spielerinnen hier. Und dann gehen wir nach Hause. Ein schönes Forster. Das lassen wir noch mitgehen. Genau. Und wir verabschieden uns. Es war super cool mit euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dran bleibt. Und schön, dass ihr bei uns seid. Hier an Haus an Haus 3. Wir gehen in die Werbung. Tschüss.